Casting, the casting of Frank Stone. Neues Spiel, kommt von den Leuten, die Until Dawn gemacht haben und Query gemacht haben und diese ganze Anthology-Videoreihe hier von Man of Medan und hast du nicht gesehen, hier Ashes, Burning Ashes, so wie das heißt, House of Ashes und so, man kennt die ganzen Spiele. Diese Spiele, die alle so eher wie Filme sind und dann hast du zwischendurch so Quicktime-Events oder Entscheidungen, die du treffen musst und wenn du irgendwie falsch liegst oder was falsch machst, dann sterben Charaktere und die sind dann permanent aus der Story weg und dann geht's weiter und du hast dann theoretisch viele Möglichkeiten, so ein Spiel durchzuspielen, indem du Leute sterben lässt, Leute überleben lässt und so weiter. Dafür sind die bekannt, für diese Spiele. Und die haben jetzt eine Kooperation mit Dead by Daylight am Laufen und haben für die ein Spiel gemacht in der Welt von Dead by Daylight. Ich habe absolut keine Ahnung von Dead by Daylight. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, bekannte Survivor vorkommen aus Dead by Daylight oder so, die man kennt, ob da jetzt irgendwelche Killer aus Dead by Daylight vorkommen, die man kennt oder ob das einfach nur irgendwie lose in dieser Welt zusammenhängt oder so. I don't know. Deshalb, wenn ihr Dead by Daylight-Profis seid und voll deep in dem Game drin seid und da auch so loreweise wisst, wie ihr, was Dead by Daylight abgeht und so und dann irgendwelche hier Connections oder so seht oder Hints seht oder sowas, schreibt sie gerne in den Chat, ja. Weil das wäre nice, zu checken, inwiefern das was mit Dead by Daylight zu tun hat. Vielleicht ist das auch sowas ganz Loses, sowas wie, wie hieß dieses Spiel nochmal, was letztes Jahr rauskam, was von den Dead Space Leuten kam. Wie hieß das nochmal? Dieses Prison Break Game im Space. Kalippo, irgendwas mit... Kalisto-Protokoll, genau, Kalippo. Kalisto-Protokoll, das war ja auch so ein Spiel, was in der Welt von PUBG spielt. Okay, so du, so du, es hatte irgendwie absolut nichts mit PUBG zu tun gehabt, aber sie wollten unbedingt, dass es irgendwie in der Welt davon spielt, keine Ahnung. Ist halt, ist halt ja von EA beides, glaube ich, oder so. Oder von Active, keine Ahnung, von wem das war. Auf jeden Fall selber Publisher und die wollten unbedingt, dass das in einer Welt ist oder so. Also, ich weiß nicht, ob es in Kalisto-Protokoll-Hints gab, inwiefern das in der Welt von PUBG spielt oder so. I don't know. Aber im Endeffekt war das komplett egal. Und kann sein, dass es hier genauso ist, dass es komplett egal ist, komplett irrelevant ist. Aber, wie gesagt, wenn was vorkommt, Chat, und ihr seid da voll in Dead by Daylight drin oder so, schreibt es gerne in den Chat, damit wir das als Dead by Daylight-Noobs nachvollziehen können. So Fun-Facts. Na, das ist schon verbunden. Also, so Orte wie Person und Backstory von den Orten und Person etc. Hier meinst du? Oder jetzt Kalisto-Kalippo-Protokoll? Aber wen juckt die Welt von PUBG? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, ob die sich dachten, hey, Abfahrt, Leute lieben PUBG. Und wenn wir sagen, das spielt in der Welt von PUBG, dann gibt es vielleicht fünf Leute, die denken, oh cool, jetzt will ich das Spiel spielen. Keine Ahnung, was die sich dabei dachten. Ich mache ein bisschen heller, denke ich mal, ne? Weil bei euch ist immer alles ein bisschen dunkler. Machen wir mal 65. Seht ihr links den Kopf? Bestimmt, ne? So. Ähm, mit Twitch verbinden? Gibt es Entscheidungen, die ihr treffen könnt? Oh, das wäre ja ultra funny. Dass ihr irgendwie mitvoten könnt, das wäre ja ultra funny. Das wäre Fun of Fun. Und Arze Neues, Dankeschön für 20 Monate. Okay. Twitch-Abstimmung testen. Aktivieren. Test. Twitch-Abstimmung läuft. Wow. Das ist nicht per Chat-Command, sondern ähm, wirklich ein richtiger Poll. So wie man halt, ja, manuell Polls macht. Schade, es wäre cool, wenn es einfach mit Chat wäre. Dass man irgendwie 1, 2, 3 in den Chat schreibt. Schalt die Musik lieber stumm oder nicht? Wieso soll ich die stumm schalten? Ach so, hier, urheblich geschützte Musik, stumm schalten. Boah, ich weiß nicht. Kennt jemand das Spiel? Und hat das schon gespielt und weiß, was damit gemeint ist? Ist damit irgendwie nur der, am Ende irgendwie der Credit-Song gemeint? Oder ist der Intro-Song gemeint? Oder ist der ganze Soundtrack damit gemeint? Weil wenn wirklich der ganze Soundtrack damit gemeint ist, wenn das ganze Spiel über urheblich geschützte Musik läuft, dann würde ich das trotzdem mit der urheblich geschützten Musik spielen. Wenn es nur Intro oder Outro ist, dann würde ich es ausmachen. Manche Killer sind Trademark, I guess. Es geht um Musik. Wäre super, wenn man das mit Kanalpunkt manipulieren könnte. Es steht halt leider nichts dabei, ne? Musik geht doch zu Killern. Und den Filmen dazu. Ja, aber dann wäre es ja erst recht geil, das nicht wegzumachen. Ja, komm, wir lassen. Aus. Moment. Urheblich, stumm schalten. Ne, wir machen aus. Ja, wir wollen schon die richtige Musik haben, Chat. So, ja, ist VOD scheiße, aber fick VOD, Alter. So, ich hab's gesagt. Allein sterben, zusammen sterben. Ja, wenn jetzt das darauf sich bezieht, z.B. viele Horrorspieler, oder was heißt, viele Spieler haben z.B. ein Intro-Song oder ein Outro-Song, wo dann halt wirklich irgendwie so urhebergeschützte Musik läuft. Und dann ist das eben nachträglich im VOD gemutet. Und das wäre ja okay, wenn jetzt das Intro-Outro gemutet ist oder so. Ja, das wäre ja okay. Aber fürs Main-Game, wenn jetzt das ganze Spiel, die ganze Zeit aus urheblicher Musik besteht und wir das jetzt stumm schalten und dann kriegen wir irgendeine ranzige Ersatzmusik, da hab ich gar keinen Bock drauf. Dann scheiß auf das VOD. Lieber auf das VOD scheißen und dafür dann eine geile Erfahrung haben, als dann irgendeine ranzige Musik zu haben. Ja, Musik dann von Zuno oder so. Und bis dann zu einem Green. Dankeschön für 60 Monate. Let's go. Alleine sterben. Schnittraum-Etage. Oh. Oh, es gibt endlich, endlich einen Modus, wo du auswählen kannst, von wo du startest oder so. Das ist ja crazy. Überlebender oder Beobachter. Du wirst Menschen leiden sehen, solltest du aber, solltest es aber überleben. Du wirst Qualen leiden, aber vielleicht überleben. Gib jede Hoffnung auf Überleben auf. Wir nehmen schon Opfer, ne? Ne, nicht nur mal. Opfer. Jede Entscheidung und jede Handlung hat Konsequenzen. Weil wenn wir auf ganz schwer gehen, dann ist es ja umso immersiver, ne? Weil irgendwie so in krassen Situationen... Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Kann ich noch pausieren? Ich kann noch pausieren, Chat. Die Sonne ballert zu krass. Ich liebe Sonne. Aber das killt so ein bisschen gerade den Vibe, wenn es so hell ist. Und die Sonne auf dem Bildschirm brennt. Das killt so ein bisschen den Vibe. Für dieses Game. Okay, let's go, Chat. Ich bin sehr gespannt. Mit in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Das ist ja Melenia. Äh, Melena. Aus Elden Ring. Eine zeitlose Macht. Mit grenzenlosem Wissen. Unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Das ist aus. Der Filter ist aus. Es gibt Kostüme. Ich habe den Filter ausgemacht. Der war auf ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal nach... Da ist aus. Unten steht aus. Alles gut. Wir brauchen Chat. Untertitel. So. Geht nicht laut. Das ist alles auf Max. Nee, ich habe die Demo nicht gespielt. Ich wusste nicht mal, dass es eine Demo gibt. Ich spiele aber selten Demos. Ist das Spiel auch so eine Einleitung für einen neuen Killer? Ja, schon. Dass jetzt in Dead by Daylight jetzt Frankenstein kommt. Als neuer Killer. Wo ist Generator? Ich muss Generator machen. Nur als Kin. Wow. Lame. Das wäre echt ein cooles Crossover. Ach, nur den Doktor. Es gibt nur ein Skin vom Doktor. Wow. Frankstein jagt dich mit dem BMW. BMW, Frankstein. Ja, ist jetzt Standard. Jeder Killer wird mit seinem Spiel vorgestellt. Hätte ich Bock. Tobi war Kare. Okay, wir spielen einen Hund oder so. Passt sehr gut. Scheiße, Lucy Griffith ist dabei. Die Eclipse kommt. Das sieht aber irgendwie nach einem sehr kleinen Hund aus, oder? So ein verschwunden Kleinkind geht weiter. Hund kann lesen. Ist das eine Map bei Dead by Daylight? Settersteelchor? Settersteelchor? Sowas, das ist bestimmt irgendwie urhebergeschützte Musik. Der Song wahrscheinlich. Jupp, in der Nähe. Okay. Nee, aber die Familie von einem Typen hat ganz viele Stahlwerke. Oh. 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 4-2-4. Sam. Okay, wir spielen wohl Sam zuerst. Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Die Stimme. Du allein? Für das ganze Gelände? Oh nein. Ich habe Hilfe. Wo ist die jetzt? In Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin? Mein Hund. Dobermann Pitcher. Bester Freund, den man sich wünschen kann. Treue bis zum bitteren Ende. Merlin. Vertraue ich mehr als mir selbst. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Oh, jetzt habt ihr Chat die Möglichkeit mitzuwarten. Wir müssen uns mal testen. Was passiert, wenn jetzt der Vote fertig ist? Wird das dann für euch? Also wird dann automatisch, also nicht automatisch, aber entscheidet ihr dann, oder ist das nur so eine... Nur so eine Übersicht, was Chad sagen würde. Nee, es wird auch genommen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Okay. Stets zu Diensten. Wie ist dein Name? Thomas Jefferson Holt. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Tom, ich will mit dir reden über... Weiß worüber. Den vermissten Jungen, stimmt's? Ich denke mal, die... Quicktime Events muss ich selber machen. Das ist ein großes Gelände. Das größte in ganz jeder Herz. Chad, ihr dürft nicht... Wir versuchen, in dem Run so wenig wie möglich zu töten, okay? Chad, benehmt euch. Das spielt keine Rolle. Ihr geht nämlich nichts Seltsames vor sich. Nicht so lange Merlin und ich aufpassen. Skeptisch. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Ich bin neugierig. Kann ich deine Daten sehen? Ich seh's schon kommen. Ich seh's schon kommen. Ihr werdet versuchen, so viele wie möglich zu töten. Und ich muss dann mit dem Quicktime Events das die ganze Zeit irgendwie ausbaden. Ich seh's schon kommen. Schwierigkeit Opfer, ja. Du bist dir sehr sicher. Und das zurecht. Zeig mal deine Daten. Meine Daten? Das Logbuch. Besuch am Stahlwerk. Extra schnell. Zeig mal deinen Browserverlauf. Ja, ja. Äh. Tja. Irgendwo hier muss es sein. Ist es das? Äh. Ich hab's schon welche gemacht, okay? Schon okay. Darf ich mal? Verstehe. Kritisch. Irgendwas verdächtig bemerkt. Missbilligend. Hast du getrunken? Oder vorwurfsvoll. Jemand hat die Einträge gefälscht. Du musst täglich einen machen. Ja, chill. Wann soll ich atmen? Als ob ihr nicht auf Alkohol geht. Hast du am Stahlwerk irgendwas Verdächtiges bemerkt? Heute? Heute Nacht. Die letzten Nächte. Egal was es war. Nee, gar nichts. Nichts? Gar nichts. Hm. Du schuldig. Verdammt. Wenn du mir nicht glaubst, frag deinen Boss. Meinen Boss? Sheriff Kusich. Ja. Mein Boss. Er kam gestern Abend vorbei und fragte genau das Gleiche. Und ich hab ihm das Gleiche erzählt wie dir. Der Junge kann unmöglich hier sein, ohne dass Merlin und ich davon wissen. Der Junge ist ein Survivor. Was hat der Sheriff gesagt? Okay, Tom. Dann ist er zurück ins Auto und weg. Zweifelnd. Mehr hat der Sheriff nicht gesagt. Überrascht. Also hat niemand dem Stahlwerk nachgesehen? Endlich kann ich mal die ganzen bösen Optionen nehmen, die ich sonst nicht nehme, um ein Good Ending zu bekommen. Du Mieser. Ja, der Chef von ihm steckt bestimmt mit ihm unter einer Decke. Und die fangen hier die ganze Zeit zu Leute und stecken sie in dieses Dead by Daylight Game rein. Und der Sheriff sagt, den Nutz... Doch, ich hätte sowas wie alle Achievements in Dark Souls, alle Achievements in Elden Ring oder sowas, alle Bosses in Elden Ring. Das waren so Streams, die gingen sogar mehr als 24 Stunden. Töffel. Ja, Töffel. 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 Aber da ging's los mit dem Töffel. Töffel ist bestimmt jetzt einer der Killer aus Dead by Daylight. Kannst mir denken. Töffel ist ein Idiot! Der Sheriff dieser Stadt, meiner Stadt, nennt mich ein Idiot! Mitten ins Gesicht! Zehn verdammte Jahre schon! Weißt du was, Sam? Du wirst es mir sicher sagen. Lloyd Kusic ist eine Schande für seine Marke und sein Amt. Die Leute in Cedar Hills verdienen einen Sheriff von einem anderen Kaliber, einen, der ihre Anliegen ernst nimmt. Der Süße dachte die ganze Zeit... Der Süße dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie ein süßer Spitzname für Thomas oder so. Kann ich irgendwie so einen Filter hier drauf packen, dass es auch für mich lauter ist? Und nicht nur für euch? Dann hast du nichts dagegen, wenn ich mich mal umsehe? Ich begrüße es, Sam. Zeig diesem überheblichen Mistkerl, wie man richtige Polizeiarbeit macht. Danke für deine Hilfe, Tom. So ist gut, oder? Na mir eine Ehre. Hey Shiro, Neka, ich habe vor kurzem so ein Video gemacht. Check mal meinen YouTube-Kanal ab. Da habe ich auf meine Katamari-Videos gereaktet. Er muss jetzt zu den Generatoren, um den Ausgang zu öffnen. Und ich glaube, der gute, alte Merlin ist zu einem Monster mutiert. Ziel, finde den Weg ins Stahlwerk. Gibt es hier Collectibles? Muss ich irgendwie looten? Ne, ne? Ist einfach ein Filmspiel. Ich laufe einfach nur, ne? Wie redest du über Merlin? Ja, irgendwie verfolgt mich ja hier irgendein Hund oder so. Und der klingt nicht wie ein normaler Hund, sondern er klingt wie irgendein Monster. Oder vielleicht sollen wir denken, dass es nur der Hund Merlin ist. Es gibt viele Kollekte. Willst du was bringen die mir? Einfach mal Looter-Shooter. Okay, da geht's rein. Genau, Merlin konnte halt lesen. Das ist es halt, ne? Hunde, die lesen, sind mir... ...suspekt. Merlin! Ein offenes Fenster. Da komm ich hinein. Offenes Fenster? Wurde ein offenes Fenster gesehen. Ah, da oben, oder was? Das ist zu. Aber ja, ich könnte hier hochklettern. Jetzt haben wir zwei Wege. Da oder hier? Ich glaube, wir gehen zuerst hier hin. Die sind mit DBD verbunden oder Story-relevante CC. Okay. Scheiße, ich glaube, wenn ich da reingehe, komme ich vielleicht nicht mehr zurück. Vielleicht doch lieber den anderen Weg. Aber ich soll ja einen Weg ins Stahlwerk finden. Und der Weg ist ja definitiv ins Stahlwerk. Das hier ist ja vielleicht nur in irgendeine kleine Lagerhalle, wo wir was anderes herausfinden. Das hier ist bloß die richtige Entscheidung. Ihr wollt doch eh, dass ich nur sterbe. Scheiße, das ist das Stahlwerk. Immer sachte. Von wem ist das die Stimme? Chat, das ist doch die Stimme von dem Protagonisten aus dem Cyberpunk-Anime, ne? Im Deutschen. Das ist er doch, oder? Da habe ich sie, glaube ich, zuletzt gehört, die Stimme. Das ist generell eine Stimme, die öfters vorkommt, so in deutschen Synchros. Aber ich glaube, zuletzt, wo ich das gehört habe, war wirklich das Cyberpunk-Anime. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß nicht, ob er David hieß. Der Protagonist halt vom Anime. Tanjiro Demon Slayer. Ja, Demon Slayer habe ich nicht auf Deutsch geschaut. Ja, mit Selk auf Final Fantasy 14 habe ich auch nicht gespielt auf Deutsch. Du kannst nicht mehr was, stand da? Ja, kann sein, dass es auch die Inquiry gab. Die Synchronsprecher sind wahrscheinlich ähnlich, weil selbes Studio. Selbes, ähm... Wie heißt das? Ne, Übersetzungsstudio gedöhnt. Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen, um die Lücke zu füllen. Drei halb besetzte... Geh mal auf die andere Seite. Drei halb besetzte Schichten bringen nix. Ein paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab dem Simpel... Hab dem Simpel vorne gesagt, dass erstmal keiner mehr nachts arbeitet. Frühschicht... Ja, es liegt sich kein Arsch durch, ne? Wenn man solche Videospiele... Nimm mal diese... Diese... Ähm... Diese Zettel, wo dann irgendwelche Arbeitszeiten oder Zeitpläne draufstehen oder sowas. Als ob da irgendjemand das durchliest und sich denkt... Oh, stimmt. Guck mal da. Äh... S. Davison hat um 17 Uhr gearbeitet. Cool. Wird überflogen. Scheiße. Ich bin tot. Personalakte. Einstellungsdatum 4. Februar. Nachname. Bevorzugter Name. Geburtsdatum 17. Achso. Also 1927. Ich hab kurz gedacht, hey, wir sind plötzlich in der Zukunft. 2027. Mechaniker. Körperverletzung. Sponsor. Stahlwerkmitarbeiter hat seinen Job der Empfehlung. Du kannst nicht mehr zu diesem Bereich zurückkehren. Was auch immer. Solche Zettel sind cooler als fucking Audiotapes, die random überall rumliegen. Also ich muss sagen, ich mag das mit Audiotapes lieber. Vor allem, wenn du dann irgendwie weiterlaufen kannst. Wenn du das irgendwie weiter erkunden kannst, währenddessen ein Audiotape läuft. Mag ich auch ganz gern. Ich sehe dich das erste Mal seit 5 Jahren wieder und du siehst aus, als wärst du in der italienischen Mafia. An deiner Stelle würde ich mich nicht gegen Familie wenden. Hallo? Ist da wer? Polizei! Polizei! Runter auf den Boden! Hab ich gesagt! Ich befüll dich mit Blei, du hoher Sohn! Am besten sind Audiotapes, die sofort unterbrochen werden, weil du einen Meter gehst und irgendwelche Leute anfangen zu reden. Zum Beispiel, ja. Und jetzt ist die Kamera, vielleicht auch irgendwie zu tief, hab ich das Gefühl. Einfach zu hoch. Kann ich mich nicht entscheiden. So. Das ist Merlin. Merlin, komm raus! Töffel, such dich schon überall! Riecht grauenvoll. Töffel? Äh, äh, Merlin? Ich darf nicht, ich bin gewöhnt, Chet, in Videospielen, wenn Cutscene kommt, in Chet zu gucken. Hey, Mister. Nenn mich Officer, Green. Ja. Aber hier in dem Spiel muss ich immer aufpassen, weil Cutscenes bedeuten, es könnte jetzt ein Quicktime-Event kommen. Und Quicktime-Event bedeutet, ich könnte sterben. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Ich darf auch nicht trinken wegen dem Cutscens eigentlich. Alles okay? Ja, ja, aber verdammt, riechst du das denn nicht? Sorry, ich war's. Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Alter. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Und so. Welches Datum haben wir? Und er lebt eigentlich noch. Und hat sich die ganze Zeit irgendwie hier versteckt oder so. Oh, der ist gesund. Da ist die Frage. Merlin! Merlin! Da bist du ja. Was schnabuliert der da? Wieso hebt er das auf, der Ekelhafte? Das ist eine Zunge? Könnte eine Zunge sein, oder? Oder ein Schweinemedaillon. Weiß mal rein, Sam. Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind dein Team. Wer drängt sich zwischen einem Mann und seinen besten Freund? Schlecht sein Hund erzogen. Was ist das? Gut erzogener Hund frisst nichts, was er nicht essen darf. Oh! Das ist kein Würstchen. Das kennen wir. Wow, wow, wow. Schau dir das mal an. Kurz mal reinschreiben. Hallo! Verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Chat, ihr seid wieder dran. Dafür gibt es keinen Beweis. Das ist von jemand anderem. Woher will er das wissen? Kennt er diesen Jungen so gut, dass er weiß, wie seine Ohren aussehen? Oder der Junge ist halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, es geht hier gerade um einen fünfjährigen Jungen oder so und das Ohr ist zu groß für ein Kind. Warum ist der Typ so gechillt? Ja, es ist ein Polizist, der ist das gewöhnt. Der sieht ständig überall abgeschnittene Ohren. Dafür gibt es keinen Beweis. Und was will... Tu dir einen Gefallen und vergiss das wieder. Heute Nacht lagst du mit all deinen Vermutungen daneben. Es geht um ein Baby. Okay. Habe ich wohl lieber gehört. Ich glaube, es geht die ganze Zeit um einen Jungen. Aber ich habe nicht mitbekommen, wie alt er ist. Kurz mal Töffel in seine Schranken weisen. Monopoly-Set. Ist auch geil. Ich leuchte mit meiner Taschenlampe da drauf. Achso, ja, die Taschenlampe ist ja unten. Er hält die Taschenlampe nicht hoch, sondern nach unten. Das ist ja kacke. Irgendwie dicke Luft zwischen den beiden. Ja, ich denke mal, Sam findet Töffel ziemlich suspekt. Und Töffel hat wirklich was zu verstecken. Und will halt natürlich nicht, dass Sam es herausfindet. Irgendwie, sein Hund hat mal irgendwie mal einen Menschen getötet oder so. Und er will nicht, dass Sam herausfindet, dass sein Hund mal jemanden getötet hat. Weil dann müsste sein Hund eingeschläfert werden. Habt ihr die geile Monopoly-Version gespielt mit den Kritikkarten? Finde etwas, um das Gitter aufzustemmen. Töffels Schienbein. Das kann ich denn benutzen. Töffel, ich bräuchte mal dein Bein. Kleddle. Vorbar. So, hier haben wir Werkzeug. Ah, Brechstange. Shane. Shane. Manche Gegenstände können mitgenommen und später wiederverwendet werden. Boah, als Waffen oder so. Irgendwelche so Items, die eigentlich für die Story irrelevant sind, ne? Und dann liegt da, keine Ahnung, sowas wie ein Granatenwerfer. Und wenn du den nicht mitnimmst, dann hast du später bei einem Kampf Probleme. Aber mit dem Granatenwerfer kannst du den Kampf leicht machen. Damit kannst du Töffel bewusstlos schlagen und sein Bein. Benutzen. Stimmt, du hast recht. Zurück. Zurück. Ah, es ist Vollmond. Merlin verwandelt sich gleich in einen Wehrwolf. So funktioniert das nicht, ne? Und jetzt macht Töffel den Patches und tritt ihn da rein. Der ist einfach ein Dungeon. Ja, Sam ist tot. Okay. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Ich geb mein Bestes, Chad, aber Sam ist tot. Oh, oh, ich weiß nicht. Okay, ich brauche hier deine Hilfe. Oder frustriert, dafür haben wir keine Zeit. Okay, Chad, ihr seid wieder. Ihr seid wieder dran. Das ist aber echt ein langes Intro. Vielleicht ist das kein Intro. I don't know. Aber ich glaub schon. Ich glaub, das ist so der Prolog. Und da treffen wir jetzt gleich das Monster und dann, boom, cut. Sechs Monate später. Ich brauche deine Hilfe, Tom. Sonst würde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Nicht umsonst heißt es höhere Berufung. Wachs über dich hinaus. Du schaffst das. Ich, ja, ich schaffe das. Hey, ich zähl auf dich, Tom Holt. Er hat ihn nicht Töffel genannt. Ich glaub, Sam könnte ein guter Motivator sein, um mit dem Fetten aufzuhören. Du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Muss er nicht einfach zu den Bullen gehen? Was hat Töffel denn? Ich denk mal, der hat voll Angst, weil er denkt, scheiße, hier ist irgendwie ein Mörder unterwegs. Und hat jetzt Angst, ne? Also schon ne, wenn das so real life mir passieren würde, ich würd's auch ziemlich creepy finden. Mist. Mist. Meine verdammte Scheißmütze. Ja, Chad, der wird sowas von sterben. Ich werd die Quick-Time-Events verkacken. Er wird sterben. Er wird sterben. Ich hab Angst, den Chat zu gucken. Dass jetzt irgendwie ein siebende Katzchen kommt. Oh! Ich weiß, was das bedeutet, zu glauben. Der Pfad durch den Wald ist frei und das Feuer erwartet mich. Zwei von zwölf. Ich hab schon den ersten verkackt. Ja, ist eh egal. Ist nur für Platin-Trophäe. Das ist ein Add-on von der Nurse. Das Pferd? Mann. Was für ein Irrgarten. Ich glaub schon, das ist die Stimme von dem Typen aus Cyberpunk. Ich konnte dir irgendwas ansehen. Worum geht's denn in dem Spiel? Das wissen wir noch nicht. Ich hab grad erst angefangen. Der verbotenen Winkel der Stahl-Werk, was? Aber ja, die Fackeln sind hier an. Das heißt, hier war vor kurzem jemand. Das muss er sein. Muss er das? Ach, der liegt hier. Was ist das? Rippchen! Was ist das? Das ist ein Killer, oder? Aus Dead by Daylight. Das ist er bestimmt, oder? Ja? Ja? Spielt ihr den gerne? Ist der cool? Was ist so das Besondere an ihm? Boah, da ist er sich hinlegen. Ich darf den in die Räume. Er hat eine Kettensäge und kann damit ganz schnell rennen. Mein Gott! Hä? Was ist jetzt daran, mein Gott, ich? Irgendwas sieht er, was ich nicht sehe. Ach, wegen dem Blut. Na gut. Das war der Generator. Das war das Generator-Quicktime-Event. Ich hab Generator verkackt. Der Killer kommt. Der weiß jetzt, wo ich bin. Der Killer weiß, wo ich bin. Das ist ja irgendwie bei Dead by Daylight, wenn du den Generator verkackst, dann macht der Generator so ein lautes Explosionsgeräusch und dann weiß der Killer, wo du bist. Scheiße. Ich hab das Tutorial geskippt. Wo hab ich das Tutorial geskippt? Da ploppte kurz was auf. Hab ich nicht gesehen. Gottes Willen. Unglös. Bombing Mission. De-de-de-de-de-de-du-de-de-de-de-de. Das ist wirklich ein Baby. Ah, eine Wiege. Scheiße. Und Random Starbite, danke für den Prime Star. Der Killer hat mich wirklich entdeckt. Da ist er. Chat, Ramp oder Leiter? Schnell, Chat, schnell! Schnell, Chat! Ramp oder Leiter? Macht keinen Scheiß! Ich will nicht sterben. Die Rampe nimmt hier. Okay, ich hätte auch vielleicht die Rampe genommen. Leiter ist gruseliger. Der könnte oben stehen und nicht runter treten. Bei Rampe hat man mehr Übersicht. War das jetzt richtig? Ich bin so verwirrt. Muss ich jetzt auf dem kleinen weißen Ding treffen? Oder im ganzen Balken? Das ist ja viel zu knapp. Ganzer Balken. Stopp! Stopp! Halten Sie ein! Ich bin von der Polizei! Ich zeige Sie an! Okay, und dann schießen. Schlagen. Ich drücke! So eine Lieblingsrippe! Hey, so schlecht habe ich doch gar nicht gespielt. Aber es ist nur der Arm. Er lebt noch. Schicksal geändert. Er frisst jetzt das Baby. Nee, das ist nicht Teppel. Lass mich doch zielen! Oh, Headshot! Bullseye! Der ist aber noch die Frau. Das Frank Stone erschossen. Chat! Wir haben das Spiel durchgespielt. Frank Stone ist tot. Schlaf schön, du Arschloch. So, da ist mein One-Liner. Im Englischen sagt er bestimmt sleep well, motherfucker. Ja, der wurde ja komplett aufgespießt. Der wird ja ja mies gegrillt jetzt. Retter. Ja, okay. Ich glaube, das war gut. Ich glaube, ich habe gut gespielt. Chat haben wir gut gemacht. Ihr habt die Rampe gewählt. Alles gut. Ich habe die Action gemacht. Alles gut. Das war gut. Wir sind ein gutes Team. Okay. Dieses Schläft, die mit Jacke. Jetzt geht es in der Essence auf das Baby. Ja, jetzt sind die jetzt wahrscheinlich irgendwie so 30 Jahre vergangen. Und das Baby ist jetzt irgendwie der nächste Frank Stone. Und jagt dich mit dem BMW? BMW? Zwillinge. Mama. Oh, Mama. Oh, sie war das Baby. Du hast den Plot. Aufgedeckt. Sie ist das Baby. Aber sie ist der Junge. Aber das soll uns verwirren. Und wir sollen nicht drauf kommen, dass sie es ist. Weil sie noch einen Zwillingsbruder hatte. Mom. Oh, okay Bin schon im Horror Direkt gefangen Ja, Chat, nicht spoilern Genau Ich weiß nicht, was gespoilert wurde, aber nicht spoilern, Chat Auch nicht, was hätte passieren können Wenn man was anderes wählt oder so Weil vielleicht machen wir noch einen zweiten Playthrough Wo ich Alles anders mache Ich bin wieder hier Ich bin im Loop gefangen Er hat gefragt, ob es gut war Manchmal stellt der Streamer auch So eine rhetorische Frage, weil er Gerne den Stream Teilhaben möchte an seinen Gedanken Das ist aber nicht straight up Eine Frage Die du beantworten solltest Wenn ich jetzt frage So was wie Ich frage mich Was am Ende Der Plot sein wird Und du sagst dann einfach Direkt den Plot So, dann hast du mir meine Frage beantwortet Ja Aber das ist natürlich nur rhetorisch in den Raum gestellt Weil ich mit euch gerne kommunizieren möchte Was in meinem Kopf gerade vorgeht Was ich für Fragen habe Verstehst du? Junge Die war in einem Traum In einem Traum Oder das ist die Realität Die Mutter verschwindet immer mehr Und mehr Die Mutter ist eigentlich das Baby gewesen Und sie ist das Baby des Babys Rot Ich spiele jetzt Dead by Daylight Ich bin ein Killer Luzide Träume sind krass Ich hatte letztens Äh Was dazu gelesen Gesehen Dass Leute behaupten Sie können Im Schlaf Ihren Körper verlassen Dass sie drauf schwören Dass sie quasi Wenn sie schlafen Genau Astral reisen Dass sie das schwören Dass sie das machen können Und wenn ich jetzt Astral reise Und irgendwie Mit der Astral reise In fremde Wohnungen gehe Ist das ein Verbrechen? Weil Die sehen das ja nicht Es ist ja Eine Astral reise Die sehen mich nicht Keiner kann es nachweisen Ich bin ja nicht körperlich da Du schaffst dich nicht mal Wachwur einzubrächt Ja, aber Astral reisen Dann kann ich ja durch Wände gehen und so Du machst ja nichts Und kannst nichts machen Naja, ich Gehe in private Räume Und kann ja theoretisch Leute bei Allen möglichen Dingen beobachten Die sich natürlich In privaten Behalten wollen Ich bin nicht Ich will das nicht machen Ich bin nicht ein Creep Aber ich frage mich Astral reisen Ist Was machst du sonst Beim Astral reisen? Dann machst du ja nur das Du gehst zu deinem Nachbarn oder so Was willst du sonst Beim Astral reisen machen? Nacht zu den Lidl gehen Oder was? Und nichts kaufen? Also meiner Meinung nach Sollten alle Astral reisen Eingesperrt werden Die verletzen unsere Privatsphäre Ich bin da Alles in Ordnung Was ist die Reaktion? Okay Hey Schogart ist da Schogart ist sie geholtet Max HP ist gestiegen Das ist ein Traum in Traum Das ist auch noch ein Traum Komm mal klar Flugzeug stört gleich ab Dann macht sie wieder auf Das ist wahrscheinlich DMCA Hey, hey, no? ... in Blackfield ... she visits my grave ... while the night winds with ... nobody knows ... nobody sees ... Madison ... I see ... just on the right side ... also Lexi, here is the right side ... the right side ... the Vio Dealer ... so a great song ... shade ... and eternity was near ... I see ... I see ... chat ... chat ... hold on or go on ... quickly ... chat ... chat ... quickly ... there is a woman ... I think we can hold on ... ... chat ... why are you so ... there is a woman ... alone ... in the woods ... if we now ... ... you are not so mies ... ... you are so mies ... hey ... hey ... hey ... and therefore ... we don't have any ... with ... why ... ... look at the ... the street ... Merlin ... yeah ... die Frau ... will die sterben ... there comes ... Merlin ... ... ... ... ... ... ... ... ... die war irgendwie ein bisschen älter auch noch. Einfach eine Omi im Wald alleine gelassen. In the house of darkness. Oh, wir haben 2024. Das sind 60 Jahre, oder? Die Frau hat einen Schraubenschlüssel in der Hand. Ja, weil sie ein kaputtes Auto hat. Sie hat versucht, bestimmten Reifen zu wechseln. Schraubenschlüssel. Nein, nicht der Schraubenschlüssel, das ist die Waffe. Der Mensch, der sie alt, damit was tut, ist die Waffe. Hallo, ich bin da. Mewchel. Dankeschön. Ja, deshalb macht keiner auf. Die Frau ist der Hausbesitzer. Lass mich rein, bitte! Du hast sie stehen gelassen! Sie hat den Schlüssel! Ja, schon direkt beschissener erster Eindruck, Chad. Bei der Vermieterin. Das war Resident Evil 1 Villa. Ist hier jemand? Sieh dich um und finde Augustin Liga. Ich sollte mich umsehen. Vielleicht ist jemand hier. Okay, abgebrochen. Stark. Aha, da ist mein Pferd. Matroschka. Oh ne, ist keine Matroschka-Puppe. Geht's auch nicht rein. In der Mitte durch. Da geht's noch... Hier muss doch jemand sein. Hallo? Die einzige Frage, die ich mir da stelle, ist... Sein oder nicht sein? Genau. Okay, da komme ich nicht mehr zurück. Deshalb gehen wir kurz mal hoch. Da ist wieder dieses X-Symbol, dass ich es nicht wieder zurückgehe. Hm. Das könnte ich sogar spielen. Thema des Überlebenden von... Survivor Theme. Okay, das ist wahrscheinlich das Originalstück aus dem... Aus dem Original... Also aus Dead by Daylight. Hey, kiddozy, was geht ab? Ich denke mal ein bisschen unten lang. Hier gibt's, glaube ich, nichts Tolles. Ach, hier. Wie ich diesen schaurigen Landhaus-Stil hier liebe. Freak. Du bist gerade eine Einbrecherin, weißt du das? Jetzt können wir das spielen. Das kenne ich, das haben wir in der Playlist. Das ist das Survivor Theme. Wusste ich gar nicht, aber das haben wir in der Playlist. Das haben wir in der Playlist, glaube ich. Das hat sie doch gerade gesagt. Dass wir das in der Playlist haben, habe ich nicht mitbekommen. Frau Lieber, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich meine Mitarbeiter wie gewünscht beurlaubt und gebeten habe, das Gelände von der Ankunft Ihrer Gäste zu räumen. Sie kommen dieser Anweisung gern nach, möchten verständlicherweise jedoch gerne wissen, wann Sie das Gelände wieder betreten können. Ich stelle Ihnen nur äußerst ungern Fragen zu Ihren Privatangelegenheiten, aber gehe ich recht in der Annahme, dass Ihre Gäste das Gelände verlassen werden, sobald diese Sache abgeschlossen ist? Wenn ich mich nicht irre, hatten Sie erwähnt, dass es sich bei Ihren Gästen um Sammler handelte, die ihre Interessen teilen. Wäre es in diesem Fall nicht wünschenswert, vielleicht sogar ratsam, einen Mitarbeiter Ihres Vertrauens zur Unterstützung dazu zu holen? Eine geheime Treppe? Ich glaube, ich träume. Ja, die anderen Gäste kommen wahrscheinlich noch. Sie ist zu früh da. Ich denke mal, es wird wieder einen großen Cast geben oder so, wo dann wir mehrere spielen. Ich sollte wohl nicht herumschnüffeln. Doch! Andererseits. Doch, doch, doch. Da ist der nächste Killer, das ist diese Jägerin. Da hat sich jemand aber eine gruselige Puppe gewählt. War das die, die immer so gesungen hat? War das die, die immer gesungen hat beim Jagen? Die war cool, ne? Die immer dieses Schlaflied gesungen hat. Junge, wie die Waffe an ihrer Hand drangekettet ist. Bayou, Bayou, Schkibayou. Äh, 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 äh. Ich weiß doch von Dead by Daylight mehr als gedacht. Oh. Okay, hier ist wieder... Achso, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Lädelski. Ah, gut. Perfekt. War das gerade Big-Term-Rush-Into? Ne, äh, das war Angel Anaconda. Ah, hallo. Noch ein Opfer. Hallo. Was soll das? Nur trockener britischer Humor. Achso. Oh, du bist Brite? Nein, aber nach einer Weile in einem charmanten kleinen Landhaus wie diesem, färbt das auf einen ab. Aha, ich mag ihn nicht. Tut mir leid, wie unhöflich von mir. Ich heiße Stan. Stan! Äh, Maddy. Stan in the Mirror, Alter. Freut mich, Maddy. Äh, kurz für Madeline. Habibi, Zwinker, Zwinker. Nein, von Madison. Ah, okay. Wie die Avenue. Wie? Oh, in New York. Die tollste Stadt der Welt. Da gewesen? Oh, ja, das ist mein Zuhause. Ich meine, das war mein Zuhause. Aber jetzt lebe ich in Berlin. Oder ich studiere jedenfalls dort. Also, ich bin dort nicht gemeldet oder so. Und New York ist schon meine Heimatstadt, weil du weißt schon, New York City. Und, ne, halt einmal New Yorkerin, immer New Yorkerin. Stimmt's? Ah. Ist das so, Chad? Da du nun hier bist, kann man Party vielleicht erst an den. So, sag ich immer, einmal Ruhe, Portler, immer Ruhe, Portler. Nicht wirklich, eine Party. Äh, hast du recht. Das Gespräch ist schon ein bisschen cringe. Okay, Chad, wie antworten wir? Lässig oder beklommen? War das hier noch eine Weile oder der Laden hier ist gruselig, nicht? Ja, lässig. Ah, ja, das passt zu Chad. Chad ist auch immer lässig. Chad kommt immer hier rein und sagt anstelle, oh, guten Tag, sondern sagt immer, was geht. Ähm, wartest du hier schon eine Weile? Länger als eine Minute, kürzer als ein Leben. Ist das lang? Fühlte sich lang an, bis du kamst. Ist das lang? Die Haustür war nicht abgeschlossen, also habe ich es mir gemütlich gemacht, bis ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Ist es nicht seltsam, dass niemand hier ist? Wir wurden doch eingeladen, oder? Ach, na ja. Über die unergründlichen Komplexitäten britischer Gastfreundschaft könnte man ein Buch schreiben, aber gibt schon welche. Chad, wieso schreibt ihr jetzt Hashtag Kegi-Arm nicht schon wieder? Hey. Oh, das ist die von der Straße, oder? Es ist mir eine Ehre. Nein, ein Glück, dich kennenzulernen. Was ist das, die von der Straße? Ha, hi. Es freut mich wirklich unheimlich, dass du hier bist. Okay. Schön. Ebenfalls. Es passiert ja nicht so oft, dass man einer seiner absoluten Lieblings-Horror-Filmmacherinnen die Hand schütteln darf. Ich wäre früher hier gewesen, aber ich hatte eine Panne. Und niemand wollte anhalten und mich mitnehmen. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ach, weißt du, macht nichts. Mehr Bewegung tut mir gut. Moment. Willst du damit sagen, dass du die Linda Castle am Straßenrand gesehen und nicht angehalten hast? Äh, ja. Sie ist die Regisseurin von My Mother, My Father, My Blood. Nerv weiter. Bladeskinner? Dismember, Dismember, the 25th of December. Das heißt, remember, remember. Ich hatte keine Ahnung, wer sie ist. Der 5th of September. Keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung, Chad. Wie reagieren wir? Abwehrend oder entschuldigend? Dismember, Member. Dismember, Member. Entschuldigt euch doch einfach. Sagt doch einfach, sorry, tut mir leid. Hab sie nicht gesehen. Der Chat möchte einfach nur Stress. Hey, du machst doch Horrorfilme. Ich dachte, die erste Regel in Horrorfilmen sei, niemals Anhalter mitnehmen. Nein, niemals Sex haben. Aber heutzutage hat eh keiner mehr Sex im Film. Schon gut. Ich hätte mich vermutlich auch stehen gelassen. Aber das stimmt. Ein klassisches Klischee. Keine Klischees in meinen Filmen. Nun. Nur Archetypen. Stimmt. Ja. Sehr clever. Gibt es vielleicht eine Nachricht von der Gastgeberin? Was arbeitest du, Stan? Oh, ich will dich nicht mit Details langweilen. Hat mit Geld, schnellen Autos und Handel zu tun. Nichts Illegales. Natürlich. Oh, natürlich. Habibi zwinker, zwinker. Die Epic of Gilgamesh. Gilgamesh. Alter. Battle on a big bridge? Richtig unbeschwerte Bettlektüre. Sie kämpften. Sie zerstörten die Schwelle. Sie schwächten die Mauer. Anmerkung. Behalte den Verlauf des Kampfes im Auge, Normen. Wie du siehst, hindert Enkidu Gilgamesh daran, durch das Tor zu gehen. Gilgamesh sieht sich gezwungen, seine Macht zu demonstrieren, um den Tiermenschen zu unterwerfen. Deine Mutter hat einem einzigartigen Sohn das Leben geschenkt, die wilde Kuh im Stall. Dank Ninsun stehst du über den übrigen Herrscher der Menschen. Anmerkung. Enkidu sagt, dass Gilgamesh von Geburt an einzigartig gewesen sei und über den übrigen stehe, was ein Herrschertum rechtfertigt. Allerdings sagt er, dass erst nach dem Kampf, das bedeutet, er konnte sein Recht als Herrscher nur durch Gewalt unter Beweis stellen. Ich bin fest entschlossen, den Zedernwald aufzusuchen. Anmerkung. Siehe nur, Normen. Gilgamesh erklärt zunächst in der Arbeit, den Zedernwald aufzusuchen und erkennt, dass er seine Macht demonstrieren muss, um zu beweisen, dass er des Buches auch würdig ist. Wir lassen Waffen für uns anfertigen. Die Arbeit vertrauter Kunsthandwerker. Anmerkung. Gilgamesh ist zwar in der Lage, mit bloßen Händen zu kämpfen, doch er weiß, dass Waffen, die seinem Gewählten rangwürdig sind, seine Macht stärken würden. Die Meister fertigten Beile. Äxte mit je drei Talenten fertigten sie. Anmerkung. Gilgamesh arbeitet daran, etwas zu schaffen, das seiner Macht gerecht wird. Wenn er sich im Zedernwald einen Namen machen kann, verdient er sich das Recht, auf ewig sein wahres Schicksal zu leben. Nice, Chat. Haben wir was über Gilgamesh und Enkidu gelernt? Ein Buch, das Normen verdeutlichen soll, dass Gewalttaten heldenhaft sind. Ich habe ganz tief im Hinterkopf, während ich das gelesen habe, liegt bei mir Battle on the Big Bridge. Oh, das ist hier schon. Da geht es weiter. Ja, hallo, Stan, Stan, Stan hat mich, ich kann mich mehr raus, Stan. Stan hat mich einfach gegen die Wand gedrückt. Heiß. Traust du dich in die Murder Mail? Das ist eine Map von Dead by Daylight, ne? Hey, kennt jemand von euch Murder Mail? Heiliger Ninja. Ein Witz, oder? Nein. Ninja? Ich bin hier doch nicht der Einzige, der den Film kennt. Warte, ist das einer von dir? Das war eins meiner ersten Projekte, so gut wie kein Budget. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten. Hätte nie veröffentlicht werden sollen. Denke ich immer noch. Warum? Sachen werden oft maßlos übertrieben. Er wurde wohl nur ein paar Mal gezeigt. Und jedes Mal ist das Publikum in einen Blutrausch verfallen. Nein, hör auf! Streit es nicht ab. Der Film ist legendär. Ich glaube, die Leute waren einfach nur gelangweilt. Okay, du musstest sicher Geheimhaltungsverträge und so unterschreiben. Aber... Was? Für wen? Die Regierung. Als sie sämtliche Kopien des Films konfisziert und zerstört haben. Ach, hör schon auf. Eine Kopie haben sie aufbewahrt. Für alle Fälle. In einem Geheimlabor des CIA namens Larry Memorial Institute im Rahmen von erweiterten Verhörtechniken. Woher weißt du das alles? Ich bin ein Fan. Und so ein Wissen ist praktisch. Ja, sie hasst ihn. Linda hasst ihn. Ist wohl indiziert weltweit, dieser Film. War zu krass. War ein Smuff-Film. Sag man das? Nee, Smuff. Nicht im Endeffekt. Soll das alles so sein? Keine Ahnung, aber ich stehe auf Theatralik. Ah, gut. Wie ich sehe, habt ihr drei schon Bekanntschaft miteinander gemacht? Das ist die Erzählerin vom Anfang, Chef. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Es gibt derzeit viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und ihr verdient meine volle Aufmerksamkeit, während wir hier sind. Ach ja, und apropos Aufmerksamkeit. Oh, hast du etwa Durst? Das geht nicht. Schließlich verhandelst du ein bisschen zu gut, wenn du nüchtern bist. Und doppelt gut, wenn nicht? Madison, wie wäre es mit einer Erfrischung? Äh, einfach nur Maddy. Oh, mein Fehler, also Maddy. Oh, macht nichts. Unsinn. Stehe immer zu dem, wie du dich nennst. Dein Name macht dich aus. Vergiss das nie. Vergiss das nie, Chad. Und, wer bist du? Ich nenne mich Augustin Lieber. Freut mich, Augustin Lieber. Da wir nun wissen, wie wir heißen. Wie wäre es mit einem Drink? Alkohol! Chad, entspannt oder widerstrebend? Ihr seid wieder dran. Ich hätte gerne dasselbe wie Stan oder nein, schon gut. Saufen, saufen, saufen. Malle ist nur einmal im Jahr. Madison jetzt so. Okay, Augustin. Hol den Trichter. Oh. Doch wohl keinen Trichter saufen. Äh, ja. Schon gut. Sicher? Ist echt gut. Ja, das stimmt. Ja, fliegen und trinken sind nichts für mich. Aber danke. Es gab eines von diesen Spielen, die wir gespielt hatten, wo Alkohol sogar am Ende jemand umgebracht hatte. Weil ich entschieden habe, ein Bier zu trinken, bin ich dann am Ende gestorben. Weil irgendwie Luftdruck und Kohlensäure und weil die Taucher waren irgendwie. Und dann deshalb gestorben. Das war so dumm. Es war so ganz am Anfang Bier getrunken und dann als das Spiel so zu Ende war oder so, die dann wieder irgendwie aus dem Wasser rausgekommen sind, dann sieht es auf einmal und kippt rum und stirbt. Und alles nur, weil ich Alkohol getrunken habe, Chad. Ich wusste, dass ihr alle eine lange Reise hinter euch habt. Trotzdem hoffe ich, dass sich diese Mühen für euch gelohnt haben. Das liegt jetzt an dir, nicht wahr? Ich nehme an. Zeig mir deins und ich zeig dir meins. So ungeduldig. Mäßigung, Mr. Stanford. Nicht alle sind auf dem Laufenden. Komm zur Sache, Augustine. Ich bin nicht wegen der Drinks hier. Was ist da drin? Okay, ich weiß nicht, was ihr ihr verkaufen wollt, aber ich besitze zufällig eines der begehrtesten seltenen Filmartefakte, die es gibt. Okay, Flex. Oha. Er hat sie sogar dabei. Nun, das hier ist das einzige noch erhaltene Segment des Originalzelle-Leutstreifens von Murder Mill. Das älteste bekannte Werk einer berühmten Regisseurin. Wir bringen es denn nicht um. Sollte ein Vermögen wert sein. So sagt man. Muss euch leider enttäuschen. Er ist zwar nervig, aber wir bringen ihn nicht um. Also doch kein so wertvolles Einzelstück. Nicht ganz. Ich wusste nicht, woher es kam. Du hast mir gesagt, dass ich es dir persönlich bringen muss, wenn ich es... Ich halte meine Versprechen, die ich dir mache. Da ist dieser eine Anime drauf aus den 90ern. Euch allen. Der in allen überall indiziert ist. Und wenn ich nicht verkaufe? Nun, du musst ja nicht. Aber hast du nach 40 Jahren nicht langsam genug gelitten? Ich bitte noch einmal um Verzeihung. Aber in meinem Privatreliquie erwarten dringende Aufgaben. Will ich gar nicht wissen. Fühlt euch also bitte bis zu meiner Rückkehr weiterhin ganz wie zu Hause. Über eine Zirkusfamilie. Zu gegebener Zeit, Linda. Und Cockinator. Dankeschön für die 71 Bits. Keine Ahnung, wie der hieß. Irgendeine Zirkusfamilie, der irgendwie... Wir hatten es fast geschafft. Aber man kann es auf YouTube schauen. Ich fühlte die Macht des Antitos durch das Stahlwerk vibrieren. Alter. Bis Sam Greene's engstirniger Heldenmut alles zunichtete. Das Ritual gestört. Der Schlüssel zerbrochen. Doch Frank Stone starb in dieser Nacht nicht. Frank Stone jagt dich mit dem BMW. Der ist eine Monopoly-Schachtel. Er lebt noch. Er ist das Monster. Frankenstein. Frankensteins Monster ist Frankenstein himself. Du kapierst es einfach nicht. Oder? Du denkst wir sind schwach? Unbedeutend? Du machst mich krank! Es gibt da nur eine Sache, die ihr Bastarde nie verstehen werdet. Ihr könnt uns fesseln. Ihr könnt uns foltern. Ihr könnt uns vor jede höllische Prüfung stellen, die eurem kranken Hirn einfällt. Aber unseren Geist werdet ihr nie besiegt. So. Jamie ist ein Maker. Ist Jamie ein DVD-Survivor? Nein, nein, nein. Meine Schwester? Oh Gott. Ich muss also nur meine eigene Schwester hintergehen. Und dann darf ich gehen und weiterkämpfen. Verflucht seist du! Verflucht seist du, dass du mich zu dieser unmöglichen Entscheidung zwingst! Okay, Chat, wie reagiert Jamie? Hoffnungslos oder trotzig? Sind DVD-Survivor einfach Menschen? Ja, aber die haben halt irgendwie alle eine Story oder so. Ihr würdet lieber sterben. Schwach. Du verstehst halt nicht, was uns zu Menschen macht. Ich sterbe lieber tausend schlimme Tode, als einen geliebten Menschen zu verraten. Meine Antwort ist nein. Und nichts, was du tust, kann mich umstimmen. Also gut, du Elbien-Abschaum. Gib alles! Ich ertrage es! Eine sogenannte Kettensäge. Ja! Nein! Ja! Ja! Oh, das ist Linda, den Jungen. Kann man an der Super 8 die Maske checken? Ähm, nicht wirklich. Das Objektiv ist fest, also. Da will wohl jemand mit den tollen neuen Sachen angeben, die sie aus den Filmbüchern in der Bibliothek gelernt hat. Ich versuche nur, das Handwerk ernst zu nehmen. Das Handwerk? Ach Gottchen. Okay, haben wir es jetzt? Oder wie? Ja, also, sah doch super aus. Auch die Blutzähne? Ähm, also. Linda, du hast die Blutzähne im Kasten, oder? Eigentlich geht es ja mehr um Jaime's Performance. Jaime's? Ich fand mich grandios. Ja, aber hast du die Szene auch? Ich dachte erst Jamie. Man sieht ein bisschen Blut in Jaime's Gesicht. Jaime. Oh, Linda! Ich sagte doch, ich will eine breite Nahaufnahme von unserem supercoolen blutigen Arm und Jaime's Gesichtsausdruck. Nicht nur eine extreme Aufnahme von Jaime's Gesicht. Nichts? Ich hab's echt gefühlt. Du musst mir auch zugestehen, meine künstlerische Ader mit der Kamera auszuleben. Du hast einfach auf sein Gesicht gefilmt. Eine breite Nahaufnahme gibt's übrigens nicht. Oder eine extreme. Du machst dich hier echt zum Affen. Habt ihr vergessen, dass ich die Regisseurin bin? Wie reagiert Jaime's? Fügsam oder abwehrend? Linda, respektiere die Regisseurin oder sagt der Chris, ich vertraue Lindas Urteil? Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Wie sieht die aus, Philipp, Junge? Wir haben ihr ins Gesicht gefilmt! Na klar, Chris, du bist die Regisseurin. Aber... Du musst auch mal die Fresse halten. ...dazu gehört auch, mit Leuten zu arbeiten, denen du vertraust. Und ich vertraue auf Lindas Urteil, was die Kamera angeht. Weißt du? Wir drehen einfach beide Versionen und schauen zum Schluss, welche besser funktioniert. Und das wird meine sein. Weil ich Regie führe. Okay, das ist nicht so smart. Halt still. Ich mach dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen. Oh, diesen Pärchen. Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Hey, ist doch voll geil. Ja, mein Würgen war ganz echt. Klingt voll lecker. Das war's wert. Soll ich gehen? Okay, okay, macht euch bereit, alles auf Anfang. Wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, Ton läuft. Hustensaft ist lecker, Pfefferminz ist lecker. Klingt nach einer geilen Kombi. Okay, bereit machen. Und halten. Und halten. Und action. Ja, Linda bringt beide um. Deshalb war der Film so krass. Weil die sind wirklich gestorben. Da! Wer ist das denn? Fuck! Nein! Oh Mann, das ist nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Das ist Sam. Oh. Hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Ja. Sorry. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt euch von hier fernhalten. Wir waren gerade mitten in einem Take. Ein Take? Für unseren Film. Ihr könnt hier keinen Film drehen. Aber hier spielt doch der große Höhepunkt. Servus. Bisa. Dies ist ein abbruchreifes Stahlwerk. Reime. Reime. Und ihr seid Einbrecher. Nun, wenn ihr die Nacht nicht im Knast verbringen wollt, dann schlag ich vor, dass du, Linda und... Dixie. Miss Tammy D. Dixie. Gordon. Miss Christine Gordon. Schlage ich vor, dass ihr das Gelände sofort verlasst und ihr unter keinen Umständen mehr einen Fuß ins Stahlwerk von Cedar Hills setzt. Wieso war da gerade ein kleines Emoji-Chat? Da war ein Emoji. Äh, widerstrebend oder entschuldigend? Chat, ihr seid wieder dran. Ohne die letzten paar Szenen... Punkt, Punkt, Punkt. Es tut uns echt klein. Ah stimmt, das ist hier einfach ein Pfeil. Oh lol, ich hab da einfach ein Emoji gesehen. Ihr seid solche Betas, Chet. Oh man, Sir, tut uns leid. Uns war nicht klar, dass wir was Falsches tun. Wir gehen. Hey, 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 Reime. Wir müssen diesen Film beenden. Ich weiß, aber wir müssen dem Sheriff gehorchen. Er ist der Sheriff. Mir doch egal, er kann nicht... Und wir tun sehr gerne, was auch immer der Sheriff sagt. Mein Sam ist mittlerweile der Sheriff. Vergesst nicht aufzuräumen. Enttäuscht. Das war's dann wohl? Oder frustriert? Wie sollen wir mit einer zerstörten... Was sollen wir mit einer zerstörten Kamera tun? Sie trennt sich nun, weil er nicht für Arschlappen ist. Halt wirklich. Mit sowas will ich nicht zusammen sein. Ich will einen richtigen, maskulinen Mann haben. Ja, aber dass wegen ihm eine Kamera kaputt gegangen ist, ist schon echt ungeil. Würde Sam jetzt hier an der Stelle umbringen. Was sollen wir mit einer kaputten Kamera machen? Sie reparieren. Den Film beenden. Aber woanders, als hier. Danke für gar nichts. Weißt du, wie teuer so eine scheiß Linse ist, du Arschloch? Sam gefällt seinen Tonfall nicht. Was stimmt denn mit dem nicht? Er ist nicht so übel. Normalerweise. Wir tun nicht, was er sagt, oder? Echt? Wir überlegen dann in der Garage, wie wir den Film beenden. Jetzt geht's ab. Geiler Schlitten. Alles im Kasten, Sir. Danke, Jaime. Denk dran, was ich gesagt hab. Nochmal warne ich dich nicht. Ja, Sir. Ja, ich denk mal, das ist ein paar Jahre oder so danach. Nachdem er das Kind gerettet hat. Ich denk mal, weil ich nicht erinnert habe. Ich habe wegen Heime. Voll schön. 1980, ja, das ist jetzt irgendwie 13 Jahre, ich glaube das Intro spielte in 1967, oder? Oder war es 1976? Irgendwie sowas. 1963 sogar, okay, 17 Jahre später, das heißt, vielleicht ist Linda die Tochter, oder Chriss, oder Chaime ist das Baby. Wer braucht eine echte Frist, wenn uns jede vergeudete Sekunde immer näher an die ultimative, kosmische, ewige Frist bringt? Gruftig, gefällt mir. Alle drei sind das Baby, genau. Hey, was hast du da? Oh, die sind für uns alle, wenn wir drehen. Überraschung. Halt, ihr steht beide vor der Kamera. Also, trag nur ich eins. Dann bist du unser Aushängeschild. Maskottchen. Keine Chance. Gruft dich also her. Ist 80er, okay, da hat man anders gesprochen. Aber das Material ist okay, es sei denn, du öffnest sie. Ist ja gut. Wir haben gutes Material. Das Glas ist halb voll. Mann, lass mich wütend sein. Hat Sheriff Green denn nichts besseres zu tun mit seiner Zeit? Zum Beispiel echte Verbrecher jagen und so? See the Hills ist nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. Das stimmt so nicht ganz. Da war doch das Ding mit dem Serienmörder. Frank Stone? Ah, ich war noch ein Baby, ich weiß nicht wirklich was darüber. Aha! Du bist immer noch ein Baby. Da haben wir es, Chat. Und jetzt sei ein liebes Baby und erzähl mir alles über diese Serienmördergeschichte. Ich weiß da etwas. Dann raus damit. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sheriff Green uns nicht im Stahlwerk sehen will. Oh ja, dort ist das alles passiert. Du weißt also doch was. Und du hast nichts gesagt, Verräter. Du hast nichts gesagt, Verräter. Ja, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Er ist weise. Ja klar, verdammt. Linda, erzähl mir was über den Stahlwerk-Killer. Nun, dort ging alles zu Ende. Aber davor gab es eine Reihe von vermissten Fällen. Es waren Entführungen. Morde. Und wie hieß der Typ? Vielleicht sollten wir ihn in den Film nehmen. Oh, ich weiß nicht. Frank Stone. Also, hat Frank Stone tatsächlich Leute im Stahlwerk umgebracht? Was? Unser Stahlwerk? Wo wir vor einer Stunde noch gedreht haben? So lautet die Teorie. Frank hat im Werk gearbeitet. Aber ich glaube, es stand kurz vor dem Aus. Vermutlich war da kaum noch einer. Es wurde danach geschlossen. Nachbohrend. Wer waren die Opfer oder verblüfft? Was könnte sein Motiv gewesen sein? Schnell, ihr seid wieder dran? Ja, das klingt halt nach so einer Story. Das würde man doch in dieser Stadt immer erzählen. Jeder, der in dieser Stadt wohnt, in so einem kleinen Städtchen. Jeder wird diese Geschichte kennen. Und auch irgendwie 20, 30 Jahre danach, würde wahrscheinlich darüber immer noch jeder reden. Das wäre wahrscheinlich dafür der Ort bekannt oder so. Der Stahlwerk-Mörder. Wer waren die Opfer? Halt, Leute. Einige aus der Stadt, einige blieben unbekannt. Die Morde waren ziellos. Es gab kein Muster. Von wie vielen reden wir denn? Das ist nicht ganz sicher. Weil die Leichen nie gefunden worden. Nur Teile davon. Oh, ich habe Mord gefunden. Aufgeregt. Wisst ihr, was das bedeutet? Frustriert. Warum das alles bis jetzt verschweigen? Aha, das ist ein Geheimnis hier in der Stadt. Wahrscheinlich, ne? Es gäbe so weirden Tourismus von Leuten, die sich für den Mörder interessieren. Ja, genau. Aber wie es aussieht, ist das ein Geheimnis hier. Damit kann man ein bisschen auch die Wirtschaft in diesem Stadt ankurbeln mit Tourismus. Ernsthaft, Leute, ich will nur wissen, warum habt ihr mir die richtige Info mit dem Mordstahlwerk vorenthalten? Es war nicht wichtig. Das ist doch völliger Unsinn. Ich will alles wissen. Das ist alles, was ich weiß. Ich auch. Da muss mehr dahinter stecken. Du hast den Büchereiausweis? Sieh nach. Linda, leist du mir deinen Ausweis? Yay, wir gehen Bücher lesen. Es ist wohl egal, was im Stahlwerk passiert ist. Mit der kaputten Kamera können wir eh nichts drehen. Hey, vielleicht können sie die Kamera ja im Drugstore reparieren. Also, ja. Also, den Rest des Budgets habe ich für die T-Shirts verschleudert. Stark. Falls du niemanden kennst, der einen Film finanzieren möchte, stehen wir ganz schön dumm da. Das ist doch! Du bist kastigiert, Bonnita! Ich bin 16 Jahre alt und ich bin nicht in dieser Hause! Bonnie. Was? Ähm. Willst du mich auch nerven? Die Schwester von ihm. Scheiße, er hat eine Familie. Heiter oder einfühlsam? Howdy, Partner! Wie ist das Landleben so? Oder hey, alles okay? Chat, wenn er ne Schwester hat und ne richtige Familie hat, dann ist er vielleicht doch nicht das Baby. Linda ist das Baby. Wie ist das Landleben so? Hat er sich den Kopf gestoßen? Was ist los mit dir? Äh, nichts. Tut mir leid. Warum verlangt Dad so verdammt viel? Ich bin zum Helfen hier, nicht um alles zu machen. Ich bin doch kein Dienstmädchen. Sehe ich aus wie eins? Sag bloß nicht, ich sehe wie ein Dienstmädchen aus. Sie sieht aus wie der Sänger von Green Day. Er sorgt sich eher, dass ich verschwinde, sobald sie abkratzt. Und er sein eigenes Scheiß-Dienstmädchen sein muss. Schockiert. Das war echt schroff. Oder hoffnungsvoll. Mama geht es bald wieder besser. Oh nein, Mama geht es nicht gut. Chat, was wählt ihr? Ja, die sind kurz schon geil, ja. Schon sehr funny. Howdy, Partner. Wie läuft das Landleben? Den Spruch sollte ich mir merken. Den benutze ich jetzt öfters. Ja, aber... Mom geht es bald wieder besser. Also ist es egal. Stimmt. Ja. Du hast natürlich recht. Tut mir leid. Ich musste nur etwas Dampf ablassen. Verständlich. Mom kann echt darauf verzichten, dass wir uns streiten. Stimmt. Ja. Und du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir ohne dich tun würden. Oh-oh. Was? Linda, wo ist die reime Glocke? Eine Glocke? Klingeling. Was ist die reime Glocke? Mein lieber Bruder neigt dazu, äh, richtig aufzutragen, bevor er dich um einen Gefallen bittet. Nein, ich spreche aus tiefstem Herzen. Okay. Was wollt ihr von mir? Ähm, wir drehen einen Film und stehen so kurz vor dem Abschluss. Wir brauchen nur ein kleines bisschen mehr Geld. Na klar, das kennen wir ja. Was Chaime sagen möchte, ist, dass unsere Kamera heute kaputt ging. Und wir Geld zum Reparieren brauchen. Autsch. Autsch. Wie viel braucht ihr? Wie viel hast du? Lässig. Nur 10 Kröten. Oder nervös. 20 Kröten sollten reichen. Eine dritte Option wäre, wie viel hast du dabei? Aber wie wollen die mit 10 Kröten die Kamera reparieren oder mit 20? Ja, okay, gut, Inflation. Damals waren wahrscheinlich 10 Kröten, so wie heute 10.000. Chat will natürlich mehr Geld rausholen. Nur etwa 20 Kröten? Das sollte reichen. 20 Dollar? Das ist kein Kleingeld. So viel Kosten Kamerareparaturen heute nun mal. Ernsthaft? Wir möchten hier was Gutes erschaffen und das ist nicht billig. Kriegt ihr nur damit den Film fertig? Ja. Na gut, ich bin dabei. Wie könnte ich die Kunst behindern? Wirst es nicht bereuen. Okay, Chat, ihr habt geschafft, 10 Dollar aus ihr Meer rauszuholen. Was? Woll ich sie brauchen? Da ist all unser Zeug für den Schnitt. Wir holen uns ein Sixer Bier. So oder gar nicht. Für die Afterparty nach dem letzten Dreh. Verschleuder das nicht. Keine Sorge. Ich investiere es gut. Ka-ching! Ist du okay? Du wirkst etwas... Ich bin halt gerade noch ein bisschen verwirrt, weil das Spiel ist ja nicht ultra lang. Das ist ja eigentlich ein recht... Ich denke mal, es wird nicht länger als der Query gehen. Es ist jetzt nicht ein ultra langes Spiel. Und dafür, dass es jetzt nicht so lang ist, hat das echt einen sehr slowen Anfang. Dass wir jetzt drei verschiedene Timelines hatten, wo Charaktere vorgestellt werden und so. Digga, ich glaube, gleich kommt so alles auf einmal. Bam, 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 bam. Einer nach dem anderen stirbt. Alles auf einmal. Aber zur Spielung mit den 20 Kröten. Wir können aus den 20 Kröten theoretisch 40 Kröten machen. Ja, es ist halt... Wir sind ja schon lange drin. Also gefühlt schon halbes Spiel eigentlich dann durch von der Spielzeit her. Deshalb mal schauen. Vielleicht bin ich einfach nur sehr langsam. Weil ich dann auch immer euch entscheiden lasse und dann der Timer. Das sind ja auch immer nur 30 Sekunden. Ich gehe kurz auf Toilette. Ich gehe kurz auf Toilette. Mische mir einen richtig geilen Holy Energy. Das wird geil. Hol dir auch einen Holy Energy und mix euch auch einen geilen. Wenn ihr noch keinen habt, ich kann euch empfehlen, zu holen. Mit Kegi 5 spart ihr 5 Euro, Chat, auf eure erste Bestellung. Und generell mit Kegi 10% Rabatt. Gibt es alles. Eistee, Energy, Hydration, Rings, Chat. Gibt es alles. In super vielen verschiedenen Sorten. Ich frage mich, was ich mir jetzt für eine Sorte hole. So viel Auswahl, wie man da hat. Oh man. Ja, ich bin gleich wieder da, Chat. Ich habe mit 5 Euro Gutscheinen kürzlich Eistee gestellt. Nice. Die neuen Sorten. Ich habe hier gerade eine der neuen Sorten sogar hier stehen. Der gute Wassermelonen, äh Wassermelonen, der Honigmelonen-Grün-Tee-Eistee. Der ist geil. Der ist nice. Hydration-Drinks, was ist das? Äh, sowas wie Power-Raid. Der ist jetzt hier, und ja, guck раз. Das ist genau, als Papier. ett br prychen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Brot mit Senf und vegetarischer Wurst Geile Karotten, Nachos und Salsa Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, let's go, let's go, lass uns weitermachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe etwas im Lager, was euch interessieren könnte, wenn ich es finde. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Okay. Und seht euch ruhig um. Ihr wisst nie, welche Schätze ihr findet. Nee, nee, ich denke, das ist kein Synchronsprechermangel. Weil es hat ja hier irgendwas, was Kultmäßiges auf sich mit irgendwie was wiederbeleben, dies, das und so. Und wir hatten schon ganz am Anfang die Erzählerin gehabt, die sich Augustin genannt hat. Und die hatte so eine, wie heißt das? So eine Kutte, so eine Kutte auf. Und am Ende vom ersten Kapitel, wo Frank Stone gestorben ist, 1963, stand auch jemand oben mit einer Kutte. Ja, kannst du vielleicht beim nächsten Stream reinschauen, Digga. Keine Ahnung, was du mit deinem ESN hier haben willst. Kannst du im nächsten Stream reinschauen, für heute bis erst mal. Befreit dein ESN oder was auch immer das ist, durch die Nase zu schniefen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das irgendwie sein Auftrag heute ist, irgendwie Werbung für irgendwas zu machen. I don't know. Ja, was ich sagen wollte ist, Augustin kann sein, dass sie vielleicht irgendwie eine ist, die Teil dieses Kult ist und irgendwie sich jünger macht. Oder das ist einfach die Mutter von der anderen Augustin. Und die haben das nur so dargestellt, dass das für uns der Hint ist. Das ist für uns der Hint ist, dass das die Mutter ist oder so. I don't know. Bei Hause fühlen? Hier? Warum nicht? Ist doch gemütlich. So maroder Kapitalismus mäßig. Ich weiß nicht. Ist hier vielleicht in... Nein. Vielleicht hier? Wo hab ich nur alle... ESN ist wohl irgendwie Protein oder so, Nahrungsvergänzungsmittel. Ist doch scheißegal, was es ist. Keine Ahnung, der schreibt die ganze Zeit sein komisches ESN-Zeug. Ich sag ihm halt die Schnauze, er macht weiter. Ich hatte echt Pech. Verkaufsmitteilung. Sehr geehrter Herr Olsen, dieses Schreiben bestätigt, dass eine Einigung bezüglich des Verkaufens von Netznutti, Netnex, erzielt wurde. Mein Mandant hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er den Laden trotz Ihrer Einwände umbenennen wird, um mögliche Verwirrungen bezüglich des Eigentümerwechsels zu vermeiden. Alle rechtlichen Dokumente wurden unterschrieben und die Zahlung sollte noch vor Ende dieses Monats bei Ihnen eingehen. Der geschätzte Unternehmenswert mag zwar unter Ihren Vorstellungen gelegen haben, doch ich versichere Ihnen, dass es sich dabei um einen angemessenen Preis handelt. Angesichts Ihrer aktuellen finanziellen Lage und Ihrer persönlichen Probleme ist es sicher im Interesse aller Parteien, den Verkauf schnellstmöglich abzuschließen. Mein Mandant möchte Ihnen zudem sein Mitgefühl im Hinblick auf Ihre jüngsten Schicksalsschläge aussprechen. Da Ihre Versicherung nur wenig für Sie tun konnte, hoffen wir, der Erlös reicht für eine Auszahlung aus, sobald Sie etwas Neues gefunden haben. Ich schätze, die Leere, die man aus Ihrer Situation ziehen kann, ist, dass Brände, Diebstahl und Unfälle eben nicht immer nur den anderen passieren, wobei Sie das Pech in letzter Zeit geradezu anzuziehen scheinen. Die Nachricht über den furchtbaren Mord in Ihrem Laden, bei dem Sie Ihren geliebten Belinda verloren hat meinen Mandanten besonders mitgenommen. Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass sie nicht in diesem Fall ermitteln wird, dass sie sich mit dem Verhalten von Krähen nicht gut genug auskennt, um die Täter ausfindig zu machen. Krähen? Mein Mandant wird jedoch Rache für Sie üben, sollten Sie jemals zurückkommen. Rache? Hoffentlich können Sie etwas Abstand von diesem tragischen Vorfall gewinnen, nachdem Sie Seda Hills verlassen haben. Die Zeit heilt schließlich alle Wunden und vielleicht adoptieren Sie eines Tages ja sogar wieder eine Katze. Ah, Belinda ist eine Katze. Anschließend will ich Sie noch darüber in Kenntnis setzen, dass der neue Eigentümer Sie freundlich darum bittet, alle persönlichen Gegenstände baldmöglichst aus dem Laden zu räumen. Er befürchtet, Sie könnten vergessen, das riesige Gemälde von Belinda und Ihnen mitzunehmen, das über der Theke hängt. Sobald Sie noch nicht bereit dazu sein möchten, möchte mein Mandant Ihnen anbieten, es persönlich für Sie zu entsorgen. Aber Sig, ja. Sagen wir rein hypothetisch, Sie findet da hinten eine Kamera für uns. Wie geht es weiter? Wir haben alles, was wir zum Abschluss brauchen. Außer das Stahlwerk. Genau. Sheriff Green beobachtet sicher das Haupttor. Da kommen wir auf keinen Fall mehr rein. Junge, wie laut der geatmet hat. Es muss ein anderer... Hä, wieso bricht sie ab? Kach, kach, kach. Okay, es geht um Creen. Vincent Raven. Oh, coole Puppe. Aber ist schon schmuddelig hier. Schmuddelig, ist das das richtige Wort? Ich rieche den Staub förmlich. Bisschen dunkel. Das ist meine... Meine Monopoly-Kiste. Ja, ich muss gleich niesen. Da ist eine Waffe von einem Killer aus Dead by Daylight. Ich habe keinen Plan, was das ist. Aber es sieht nach Schmerzen aus. Das ist wieder so ein Easter Egg, ne? Könnte auch eine Bloodborne-Waffe sein, die sich dann ausfährt. Jo, okay. Smile. Bestimmt auch Dead by Daylight. Es gibt einen Dead by Daylight-Bösewicht, der das wahrscheinlich irgendwie so trägt. Alles Dead by Daylight-Easter Eggs. Der Geist, The Brave. Einer der fünf originalen und ersten Killer. Der hat diese Keule. Ja, okay. Cool. Junge, eine Sekunde. Sie guckt eine Sekunde den Scheiß. Wer will sich das denn ansehen? Filmmacher. Sieht direkt das schlechte Handwerk. Boah, Chad. So eine Tanke in der Wohnung als Deko. Aber du kannst sie halt mit irgendwas befüllen. Das wäre nice, oder? Kommt hart. Ja, so irgendwie so, da so ganz viel Bier reinkippen. Und dann irgendwie, wenn du Party feierst, dann geht jeder da hin zur Tanke. Und zapft da so sein Bier ab, oder so. Mio, mio, mate. Mit ESN? Äh, wo ist denn das Bild? Hängt hier, sehen wir hier ein Bild von Belinda? Belinda? Wobei, ich denke mal, das war noch vor dem Vormieter, ne? Und das ist jetzt schon weg, das Bild von Belinda. Ja, ich muss unbedingt den, den, äh, die, die Blueberry-Kokosnuss von Pauli testen. Muss ich unbedingt noch machen. Da ist der, das ist Frank Stein. Stell dir vor, damit nachts zu kuscheln. Ach, das ist der Fallensteller. Der überall diese, diese Traps legt und dann kannst du da reinlaufen. Das ist auch einer, der schon sehr lange bei Dead by Daylight dabei ist, ne? Den kenn ich auch. Der Fallensteller hat den Frank Stoneskin. Ah. War das nicht sogar der Erste? Okay. War für, ich weiß auf jeden Fall, er ist schon sehr lange dabei. Die Masken sind wahrscheinlich auch irgendwie, gibt's nen Monkey-Killer? Da musst du dann nicht mehr auf den Boden gucken, wo er rumläuft, sondern du musst dann hochschauen, die ganze Zeit auf die Bäume. Weil der Killer die ganze Zeit vom Baum zu Baum springt. Huh, huh, huh. Also, wenn sie mit einer riesigen Kettensäge auf uns zuläuft, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Ihr habt Glück. Ein sehr edles Stück. Ja. Oh, zufällig 20 Dollar. Kröten, 20 Kröten. Darf ich? Natürlich. Natürlich. Sie ist ziemlich alt. Könnte funktionieren, aber wir hatten uns eigentlich was anderes vorgestellt. Sie versucht runterzuhandeln. Mhm. Wie viel wollen Sie denn dafür? Ach, da ist ein winziges Preisschild dran, aber leider, ich habe meine Lesebrille vergessen. Schau du doch mal selbst. Oh, Chad, nein. Chad, ihr Miesen. 20 Kröten. Okay, ich dachte, ihr dürftet jetzt... Doch, ihr könnt jetzt aussuchen, oder? Nee. Anerkennend, das klingt angemessen oder zweifelnd. Vielleicht etwas zu viel. Chad, wir haben genau 20 Kröten, okay? Die Omi verdient bestimmt hier kein, kein, keine Unmengen an Geld mit diesem ranzigen Laden. Ihr zieht nicht die arme Omi ab. Wir wollen doch noch Bier kaufen. Okay, sicher. Ich finde, das klingt vernünftig für so einen Teil. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Kamera. Oh, aber bitte, keine Ursache. Es ist wirklich schön, wenn junge Leute eine Leidenschaft für die Künste haben. Ja. Ja. Die haben wir. Hätten wir das jetzt günstiger bekommen, dann hätte sie uns am Ende umgebracht, oder so. Und dann bringt sie uns um und sagt dann sowas wie... Das Wechselgeld kannst du behalten! Das ist auch gar nicht. Wartet mal. Ich schussel, hab meiner Mom versprochen, auf dem Heimweg Milch zu kaufen. Oh, soll ich das? Halt das, bin gleich zurück. Fuck, wir haben kein Geld für die Milch. Warte, Chris, wir haben alles ausgegeben. Notfallsockenmünze. Oha. Notfallsockenmünze? Zielkaufelmilch. Zielkaufelmilch. Verfluchte Filme? Echt? Ruhe in Fiel, die düstere Mythologie des verlorenen Films von Joe Blue. Lüfte den Schleier nicht. Mein Freund, den du willst nicht sehen, was sich darunter verbirgt. Manche geheime Schriften vergisst man besser. Boris Carlson, The Devil's Born. Es gibt Filme, die mit der Zeit verloren gehen. Was zurückbleibt, ist ein Mysterium. Diese verlorenen Filme haben sowohl Filmhistoriker als auch Verschwörungstheoretiker in ihren Bann gezogen. Doch nicht etwa, weil sie sich die Darbietung der Schauspieler ansehen oder die Arbeit des Regisseurs bestaunen wollen, sondern weil sie glauben, die wenig existierenden Aufnahmen zusammenzustückeln und mit ihrer Hilfe einen Blick auf eine dunklere Realität erhaschen zu können, die von der Kamera eingefangen wurde. Wahrscheinlich auch alle Step-by-Daylight-E-Stacks, die absolut nichts mit dem Main-Game zu tun haben. Vier Track. High Score. Niemand da. Ich kann die Milch jetzt einfach klauen und meine Socken Notfallmünze behalten. Damit könnte ich in Mördermill echt was machen. Knallfrische. Wenn wir eben nur etwas Geld übrig hätten. Scheiße. Chat, wir hätten die Oma verarschen sollen. Wir hätten jetzt Knallfrische kaufen können. Gejolnt. Durch Nester Schuh. Vier Namen, vier Prüfungen. Gejolnt. Milch von glücklichen Kühen. Oha. Oha. Es gibt Gameplay. Diese Platten stören mich mehr, als sie mir helfen. Gameplay in den Filmen ist quasi interaktiver Film hier gerade. Ich hab's gleich. Ich hab den Chat geguckt, das gilt nicht. Ja, ich denke, ich mach das jetzt nicht weiter. Hey, Chris. Robert, ich dachte, du arbeitest in der Bücherei. Woher weißt du das? Ich hab dich dort noch nie gesehen. Ich hab überall Spione. Ist das Sams Sohn? Also, Linda. Die sind so ähnlich. Er tappt. Du kannst ruhig mal vorbeikommen, weißt du? Bücher beißen nicht. Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Ich glaube, den Wurm gibt es nicht. So wie den Bücherwurm. Ich glaub, der läuft raus. Ah, okay. Wir schließen in circa zwei Minuten, also. Oh, gut. Ja. Ich will zahlen. Okay. Das macht 25 Cent. Hey. Dr. Vlad, dankeschön für zehn Monate. Ja. In der Bücherei sehe ich solche Beträge natürlich nicht. Hey, Wapsel. Eigentlich sehe ich gar keine. Ich arbeite ehrenamtlich. 25 Cent ist crazy, ich finde mich. Schätze ich. Stimmt. Wir haben eine coole Horrorabteilung. Wusste nicht, dass du Horror magst. Nur Bücher? Filme, Comics auch. Was ich in die Finger bekomme. Weißt du, Reime, Linda und ich drehen einen Horrorfilm. Hat er nicht im Geld gerochen? Im alten Siederhills-Stadion. Ich meine, das war in ihrem Schuh in der Socke. Echt jetzt? Wir könnten jederzeit Hilfe gebrauchen, wenn du auf sowas stehst. Ich stehe voll drauf. Aber... Oh nein, Angel. Weiß mein Dad, dass ihr ins Stahlwerk geht? Die Dialoge sind so unangenehm, weil das gehört dazu. Ja, wir sind ihm heute begegnet. Aber wir schleichen uns nochmal rein, um den Rest zu drehen. Mann. Ich wäre echt gerne dabei. Bei was denn? Hey, Dad. Ja, Chris hat mir gerade erzählt, dass sie... Wir organisieren eine Spendenaktion. Filmvorführung. In der Bücherei. Okay. Willst du mitfahren? Ja, aber wie gut sie das hinbekommen haben, oder? Dass die sich so ähnlich aussehen. Normalerweise sind Filmen oder Spielen und so, sind das ja nicht wirklich Vater und Sohn. Und dann wird das ja auch so gemodelt. Nicht unbedingt, dass das so aussieht wie... Also, du würdest normalerweise nie drauf kommen, alleine vom Aussehen her unbedingt, dass es Vater und Sohn ist oder Tochter und Mutter oder sonst was. Aber ich habe mir das so gut hinbekommen, man erkennt das halt direkt irgendwie, ne? Ich hole nur schnell meine Tasche. Chris, tut mir leid, dass ich gerade so streng mit dir und deinen Freunden war. Ich wollte nur, dass ihr mich ernst nehmt. Chat, provozierend oder trotzig? Ich habe von Frank Stone gehört oder wir werden unseren Film abschließen? Wo nett. Die ist hier gerade nicht nett gestimmt. Die hasst ihn. Der hat die Kamera kaputt gemacht, den Film kaputt gemacht. Das ist mein Chat. Kapiert. Ich habe von Frank Stone gehört. So ein Ding wimmelt sich ja von dem Mond. Wenn du meinen Job lang genug machst, wird dir klar, dass es überall Dämon gibt. Ja, das mit dem Sound kann sein, dass es nur Leuten auffällt, die das schon selbst gespielt haben oder woanders geschaut haben, dass der Sound hier ein bisschen anders klingt, weil ich so einen komischen Filter drüber gehauen habe, damit das Spiel lauter ist. Ich kann mal einen anderen Filter versuchen. Weil das Spiel halt ultra leise ist ohne einen Filter. Ähm. Ich habe mal einen anderen Filter probiert. Ja, der andere Filter hat das so ein bisschen crisp gemacht, lauter, aber auch crisp. Jetzt sind das ein bisschen weicher. Im Laufe der Jahrhunderte trug ich viele Masken. Dr. Augustin Lieber war renommiert und kompetent. Frank Stone vertraute sich mir an, erlaubte mir sein Potenzial zu entfesseln in den düsteren Tagen in der Psychiatrie. Nun, eine neue Gestalt und Zeitachse. Eine neue Chance. Zeitachse. Ihnen die Kamera zu verkaufen war unfair, selbst für mich. Sie ahnten nicht, welche Macht sie damit hatten. Oder welche Schrecken im Stahlwerk auf sie warten würden. Welcher Schöpfer würde nicht für seine Kunst leiden? Also sie hätte uns ja auch die Kamera for free gegeben an sich, ne? Und wir sind wieder in der Gegenwart. Diese Wände haben Eis. Mann, die hat auch immer nur Albträume. Okay. 3-1. Ja, gleich kommt Spider-Dance. Einfach 1-zu-1 on the tail. Mitfühlend oder nachbohren, Chad? Wir spielen jetzt, ähm... Ich hab vergessen, wer das von beiden ist. Augustine oder Linda. Ich glaub, das ist Linda. Linda Taylor. Bist du hier? Schlecht geträumt? Wie lange war ich weg? Ich... Ich erinnere mich nicht mal ans Einschlafen. 15, 20 Minuten? War anscheinend ein intensiver Traum. Warte, äh... Was war nochmal mit Augustine? Ist weg. Weg? Angeblich musste sie sehr dringend in ihr Privatreliquia. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustine vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? Okay. Dann mach doch mal einen Penis-Joke. Was ist ein Blacktail Requiem Metalboard? Ich hab mich echt gewundert, weil ich dich das nicht spielen sehen habe, aber dennoch find ich es cool, dass du es besitzt. Ach, du meinst wahrscheinlich die Vinylplatten. I guess, oder? Ja, ich hab von beiden Teilen, die Vinylplatten von beiden, weil ich die beiden Spiele sehr, sehr gern habe. Nee, ist kein Display, das ist ein Vinyl. Also, das ist der Soundtrack. Ja, wahrscheinlich denke ich, das ist so ein Display, ne? Aber es ist der Soundtrack. 300... Oh. 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich hab nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Er steht nicht mal in meiner Filmografie. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh. Ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem mysteriösen Kuchen. Ne ziemlich große Sache. Also gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind. Ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Und die werden jetzt alle zusammen diesen Film finalisieren? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Weil er so selten ist, wissen nur ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustine die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Ich denke mal, sie will mit diesen Teilen des Films, indem sie den Film zusammenstellt, kann sie irgendwie mit Hilfe dieses Films Frank Stone wiederbeleben, I guess. Und dann beginnt die Jagd. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich lebe ungern in der Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Mehr interessiert mich gerade nicht. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkauf. So wie Motive. Ich weiß ja nicht, wie's dir geht, aber ich würde zu gern wissen, warum Augustine so versessen ist, diesen Film zu haben. Also, die erste Regel lautet, finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie's euch geht, Ladies. Aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Befehlend oder abweisend? Ich bleibe hier. Worauf wartest du noch? Zu jung, Fia, ihr Alter? Sie müsste ja jetzt so ungefähr vermutlich... 50 sein, ne? Zwischen 50 und 60. Ich glaube, Stan soll auch, glaube ich. also unsympathisch sein. Ich glaube, der wurde auch unsympathisch geschrieben. Also dieser Raum ist schon ein echtes Statement, oder was meint ihr? Ich wusste, dass Augustin Kohle hat, aber nicht so viel. Anscheinend hast du dein Ziel doch nicht so gut ausgekundschaftet. In unserer Branche sprechen wir nicht von Zielen. Zockerei ist Schwindel und keine Branche. Du solltest meine Kundschafterfähigkeiten nicht unterschätzen. Hier oben steckt eine Menge drin, das uns allen weiterhelfen könnte. Neugierig. Erzähl mir von Augustin oder argwöhnisch. Woher kennst du Murder Mill? Wer ist ihr, die Frau und seine Stimmen? Was? Ich finde, dass Kegi aussieht wie Schimtex. Genau. Wir sind Brüder. Hast du herausgefunden? Das war unser langes Geheimnis. Aber woher weißt du eigentlich so viel über Murder Mill? Ich bin Fan. Deine erste Nennung. Lass den Scheiß, Mann. Lass den Scheiß, Mann. Du willst die Wahrheit? Als ich erstmals davon hörte, habe ich kein Wort geglaubt. Junge, die 60-jährige Frau. Lass den Scheiß, Mann. Junge. Aber je mehr ich recherchierte, desto mehr Spuren fand ich. Und je weiter ich kam, desto mehr faszinierte mich alles. Nicht nur der Film, auch die Legenden. Ob geplant oder nicht, mit diesem Film habt ihr einen Monster erschaffen. Selbst wenn er nicht wirklich verflucht ist. Dadurch, dass alle daran glauben, wird es schließlich wahr. Durch Glauben allein wird etwas nicht real. Tja, deshalb musste ich es selbst herausfinden. Hat ein paar Jahre gedauert, aber als ich die Gelegenheit bot, ein echtes Stück davon zu ergattern, habe ich sofort zugegriffen. Und wie genau hast du das Stück dann ergattert? Hey. Sorry, war noch kurz pinkeln. Dann erzählt doch mal. Was ist das mit dir lecker? Also, was habt ihr entdeckt? Nicht viel. Aber die Nacht ist jung. Nicht so jung, wie du denkst. Lass uns weitersuchen. Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Ist das Belinda? Das ist Frank Stone, oder? Drücken. Wischen. Das ist Knopf. Das war ein komisches Geräusch. Also, die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem hab ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine super limitierte VIP-Club-Edition. Willst du ein Geheimnis hören? Okay. Der Rollkragenpulli ist second hand. Skandalös. Oder? Wie findet ihr seinen Drip, Jeff? Darauf kannst du dich verlassen. Wie findet ihr seinen Drip? Ja, wir sollten mit ihm ein, ähm, wie viel ist dein Outfit-Wert im Video machen? Sechs von zehn? Der sollte Haare aufmachen. Meinst du, sieht der da besser aus? So, was stand jetzt für ein Name? Ich hab den nicht ganz gelesen. Archibald Macmillan. Okay. So, und dann hat sich irgendwas... Da. Ei! Wo ist der Hund, der das alles kontrolliert? Na, hallo. Und zwar in jedem Raum im Haus. Also, das geht ja wohl über die übliche Überwachung hinaus. Was meinst du? Ich hab das Gefühl, unsere Gastgeberin hat einfach viele wertvolle Dinge und will genau wissen, wer hier ein- und ausgeht. Blueprint. Blueprint. Okay. Steht da Deactivate. Prior to Access Attempt. Vent Overdrive. Ist das im Hochofen das Ding gewesen? Augustin interessiert sich für Zeitmaschinen. Ach, ist das eine Zeitmaschine? Scheiße, Augustin ist eine Zeitreisende. Ich hätte ja auch irgendwas erwähnt von Zeitachse. Ja, lass uns hochgehen, ne? Äh, ja. Sehen wir uns die anderen Etagen an. Sehr gut. Warte. M-Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Ähm, also, das ist kein Geheimnis. Ähm, nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Uuuuh. Woher weißt du das? Die Schwester von Jaime. Äh, Jaime. Du siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Ja gut, die andere war ziemlich stark geschlecht. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnys Tod. Ja, es war ziemlich plötzlich. Wow. Maddie, das ist... echt traurig. Sehr berührend. Anschluss. Trösten. Sorry, dass du das durchmachen musstest oder nachbohren. Was ist mit dir, Stan? Stan. Wow. Traurig. Sehr berührend. So. Forza ist endlich runtergeladen. Wieso haben wir eine Gamba noch am Laufen, Chad? Und was ist mit dir, Stan? Woher hast du dein Filmstück? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Und auch eine kostspielige. Aber weißt du was? Da ich so großer Fan deiner Arbeit bin, gebe ich dir eine Kostprobe gratis. Kann dir nicht sagen, von wem es ist und warum ich's hab. Nur, dass ich es absolut regelkonform bei einem sehr ehrenhaften Glücksspiel gewonnen habe. Hat er nicht. Gewonnen? Fair und ehrlich. Scheiße, wer würde denn damit zocken? Das geht doch nicht. Tja, anscheinend hängst du mehr an dem kleinen Projekt, als du dir bisher hast anmerken lassen. So was kann man doch nicht einfach verspielen. Also ich denke mal, jeder von denen, also Linda hat natürlich ihrs, weil sie dabei war. Madison hat das halt von der Dingens, von Familie, also von Jaime und Bonnie. Und der Letzte hat das wahrscheinlich irgendwie von der Dingens bekommen. Ich hab ihren Namen vergessen. Die Dritte da. Der hat bestimmt dann von ihr das irgendwie bekommen. Er sagt halt Ding wie Glücksspiel, aber wahrscheinlich hat er das bei ihr geklaut oder so. Deswegen ist er auch der Nervigste. Fandest du die andere auch nervig? Warum sind die eigentlich hier alle im Haus? Augustin hat sie hier eingeladen. Mit dem Vorwand, irgendwie was mit dem Film, Gedönster und Sammler-Shit und so. Das geht, so cool ist sie jetzt auch nicht. Da fehlt die Axt. Wow. In Augustins Familie sehen sich alle sehr ähnlich. Oder sie steht auf Cosplay. Oder es ist Augustin, Augustin, Augustin aus verschiedenen Timelines. Das Antlitz des Bösen. Sensationslüsterner Schund. Die wahre Geschichte von Frank Stone. Sam Green hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser. Okay. Lloyd Kusisch. Kusisch wird nicht gerne als Held bezeichnet. Im Herbst 63 arbeitete Kusisch als Sheriff in Setter Hills, einem Verschlafenen von der Stahlindustrie geprägten Städtchen in Oregon. Er war ein ganz gewöhnlicher Mann, der einfach nur für die Sicherheit der Menschen sorgen wollte, die ihr Vertrauen in ihn gesetzt hatten. Doch in Setter Hills lauerte eine stille Bedrohung. Ein erbarmungsloses Monster, das sich an den nichts anderen Bewohnern vergriff, die Kusisch zu beschützen geschworen hatte. Als mehr und mehr Menschen starben, schritt dieser Held des Alltags ein. Dieses Buch schildert, wie der erste und einzige Serienmörder von Setter Hills von dem Mann zur Rechenschaft gezogen wurde, der es wagte, dem Bösen ins Auge zu sehen und abzudrücken. Die wahre Geschichte eines der erschütterndsten wahren Kriminalfälle Origons. Ein Muss für alle, die glauben, dass es immer noch Menschen auf dieser Welt gibt, die sich für Wahrheit, Gerechtigkeit und The American Way einsetzen. Edward Frogat. Ja, das war nicht der Sheriff, das war Sam. Unser Sam. Die alte Frau kennt Cosplay, stimmt. Die hat nicht mal Crossplay gesagt oder so. Was auch immer das mit dem American Way zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, was der American Way ist. Das Antlitz des Bösen. Wusste schon immer, dass etwas mit dem Stahlwerk nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob Vorahnung das richtige Wort dafür ist. Mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass ich es unter die Lupe nehmen muss. Ich habe es im Auge behalten und mich hin und wieder mit dem Nachtwächter, einem liebenswerten alten Witzbold namens Tom Holt, ausgetauscht. Aber das Stahlwerk ist riesig. Es bot der Ratte jede Menge Versteckmöglichkeiten und der alte Tom hatte einfach nicht den richtigen Riecher für sowas. In dieser schicksalshaften Nacht hatte ich einen meiner Deputies zum Kontrollieren losgeschickt. Meine erste Wahl war er nicht, denn er kam nicht aus der Gegend und grün hinter den Ohren war er auch noch. Aber ich hatte ihn lediglich gebeten, die Stellung zu halten und Bericht zu erstatten. Sollte ihm etwas Verdächtiges auffallen. Als Tommy sich dann bei mir meldete, wusste ich sofort, was los war. Der Grünschnabel lief im Stahlwerk geradewegs in sein Verderben. Er war diesem Monster, Stone, nicht gewachsen. Ich musste schnell reagieren. Mein Dad war früher beim Militär und hat stets dazu sagen gepflegt, keiner wird zurückgelassen. Als ich am Schmelzofen ankam, hatte ich das Gefühl, geradewegs in die feurigen Tiefen der Hölle gelaufen zu sein. Oben auf der Plattform stand Stone, einem garstigen Wasserspeier gleich. In den Händen hielt er ein unschuldiges Baby. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich Angst hatte. Mir blieb nicht viel zu überlegen. Ich musste handeln, also zog ich meine Waffe, atmete einmal tief durch und betete den Gedanken, dass mein Schuss sitzen würde. Seit diesem Moment danke ich jeden Tag der Kraft, die über uns wacht, dass ich mein Ziel getroffen habe, dass Stone damals zu Boden ging und nie mehr auch nur ein einziges Verbrechen verüben konnte. Nachdem Stone getötet worden war und seine Verbrechen ans Licht kamen, gab es eine Menge Fragen und niemand wollte die Antworten darauf. Dringender Wissen als ich, die miese Sau. Alles gelogen. Alles gelogen. Ist das das Buch vom Cop? Nee, ist vom Sheriff, der das jetzt so nacherzählt hatte, als wäre er der Held gewesen. Obwohl er einfach nur später angekommen ist und gesehen hat, wie Sam den schon bereits getötet hatte. Aber er will halt die Lob ehren für sich. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Oder eine Brechstange. Augustins Sammlung ist einzigartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist doch nur die Dingenskiste. Die Collectible-Kiste. Kannst du das Fenster rausspringen? Wo habe ich denn hier einen Schlüssel übersehen? Ja, lass uns den Sheriff verbrennen. Welch mit dem! Was für eine Arbeit! Und die Details! Das ist wirklich schön. Ich guess, da muss irgendwas reingesteckt werden, ne? Ziel, rede mit Maddy. Okay. So lange wie sie, so laut wie sie gesprochen hat. Ich habe mit der Mom geredet. Mit Bonnie. Ich fühle mich einfach so leer, seit sie tot ist. Als würde ich durch einen Albtraum Schlaf wandeln, aus dem ich nicht aufwachen kann. Es wird nie einfacher, wenn du jemanden verlierst. Aber irgendwann ist es nicht mehr so schwer. Das hoffe ich, denn manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe durch, als wäre sie wirklich da. Würde mich führen, mir was sagen wollen. Deshalb bin ich hier. Ich dachte, sie hätte es sicher so gewollt. Wegen einem Traum wahrscheinlich. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Sie hat uns 20 Gründen geschenkt. Gott. Das war legendär. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte, und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Rebellisch. Hast du ein paar Storys? Okay, Chad, was für eine Story erzählen wir? Nostalgisch, eine Sache habe ich nie jemandem erzählt? Ein Geheimnis? Oder man sollte nicht in der Vergangenheit nachhängen? Wir sagen gar nichts. Das habe ich niemandem erzählt. Aber wir haben eigentlich nur 10 Kröten gebraucht. Aber haben um 20 gebeten. Sie hat uns 20 gegeben. Wir sind eigentlich nur hier wegen ihrer Kohle. Ich habe es bisher niemandem erzählt. Nur wegen den Kröten sind wir hier. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Heime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber... Ja, okay, geh nochmal näher ran. Junge. Eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. Glasklar. In jener Nacht. Wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause. Fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen. Hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonn. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Sie hat die Musik gelebt. Danke. Das war die Story? Hey, hey Leute. Frank kommt. Seht. Was? Ich sehe gar nichts. Na, da. Genau da. Das ist der Trapper. Oh mein Gott, da draußen ist jemand. Besorgt. Sie könnten hinter den Bändern her sein oder schnippisch, wenn die Sache noch undurchsichtiger wird. Chat, ist er wieder dran? Ach, ernst, gibt es auch noch. Augustin hat mit so etwas gerechnet. Habe ich irgendwas verpasst? Äh, ja, alles bisher. Ich habe das Gefühl, dass Augustin mit so etwas schon gerechnet hat. Ich habe das Gefühl, dass Augustin mit so etwas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass sie nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Okay, ähm, also... Weißt du den Verdacht nicht zu schätzen? Meint ihr, wir sollten Augustin suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten, würden wir sie nicht finden. Also sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquia. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Nein. Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch. Auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort. Ob Augustin da drin ist oder nicht. Okay. Nee, hab dich geprankt, Lucien. Hab dich einfach geprankt. Erwischt. Das spielt eigentlich in der Welt von... Phantom of the Dark Steel. Wie sind wir in den 80ern? Das spielt eigentlich in der Welt von... Super Mario. Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmütig. In Brooklyn. Der Welt ist schon beladen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ja. Genau richtig oder... Nicht so laut, Mann. Ihr seid wieder dran, Chad. Wieso ist denn Pünktlichkeit schlecht? Ist nicht Pünktlichkeit eine gute... Das ist doch eine gute Eigenschaft. Ja, es spielt in der Welt von Dead by Daylight. Es ist kein Joke. Hey, 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 hey. Leute, seid nicht so laut. Ich will nicht, dass Bonnie uns hört. Okay. Also, kann das Produktionsmeeting losgehen? Wir haben eine ziemliche Nacht vor uns. Ich hoffe, ihr wollt euch schmutzig machen. Ja, ich mag es nicht schmutzig zu machen. Genau das wollte ich hören. Ich bin Heime. Oh, Gott. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre. Da steht alles drin. Nein. Erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag? Das habe ich nicht allein geschafft. Ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. Ah, das war doch nichts. Chris! Hey, Robert. Hey, keine falsche Bescheidenheit. Wahrscheinlich hätte ich schon hundertmal aufgegeben. Hätte dieser Kerl mich nicht motiviert. Ich mache nur meinen Job. Scheiße. Da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Team mitgekommst bist, brauchst du das Team Outfit? Wow. Das ist... Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Er von dem Bruder. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Er von dem Bruder Heime. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja. Ja, klar. Schau mal. Wow. Halt. Wo ist Sheriff Green? Äh, ja, also... Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein Zehnjahresrückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Okay, Chad, was sagt ihr? Glaubt nicht, oder? Stones Opfer waren echte Menschen. Würde mir Angst machen. Ja, wenn man halt nicht an das Übernatürliche denkt, dann ist das natürlich ein bisschen creepy, aber an sich ist halt einfach ein Ort, wo ein Mord passiert ist. Im Endeffekt... Na? Es ist ja egal. Stones Opfer waren echte Menschen. Heime ist langweilig. Das war ein wichtiger Mensch. Heime ist ein Spießer. Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere ihr Bild anzusehen. Spießer! Und nimm den Stock aus dem Arsch, Heime! Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Wenn ich euch da reinbringen soll, gebt euch besser Mühe. Er weiß Bescheid. Okay, du hast recht, oder du verstehst nicht, worum es geht, Chad. Spießer oder Überlebende? Scheiß auf Überlebende. Wir können Action haben und überleben, anstelle Spießer sein und überleben. Weil ich mach das schon. Ich mach das mit den Quicktime-Events. Chad, wieso habt ihr auf einmal so Angst? Du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht ums Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert von allem, was dort vorgefallen ist? Heime, wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Ach, Scheiße. Chris? Ähm, er ist die Nummer 1 in der Dispo. Was heißt das? Er hat die Hauptrolle. Ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. Wir nehmen jetzt Robert. Aber ein Witz ist doch klar. Ja, klar. Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen. Egal um welchen Preis. Mitten im Film wird einfach Heime ersetzt durch einen anderen Schauspieler. Und dann nur so eine Perücke von ihm. So eine Perücke von seinen Haaren. Hallo, ich bin Heime. Junge, wieso stehen die bei dieser dummen Boxen? Hier, fang doch einfach damit an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das Stahlwerk ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Orakel of the Universe. Hier, sieh dir das an. Düstere Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber von Leuten, die da gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Lass mich doch lesen. Das war ein, zwei Jahre vor Beginn. Der Morder. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine Zwölfstundenschicht. Es gibt mehrere solche Artikel. Das Werk war auf dem absteigenden Ast. Aber keine Rede von Frank. Ich weiß nicht. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit, wie er war. Oder warum er das alles getan hat. Oder so. Das ist deine Expertenmeinung? Ist nur ein Gefühl. Okay. Der Enkidu-Effekt. Körperliche Leistungsfähigkeit allein kann niemals wahres Gleichgewicht in einem Menschen schaffen. Um diesen höheren Bewusstseinszustand erreichen zu können... Der tiefere Frieden erreicht werden. Der für die schamanischen Meditationen nötig ist. Erst wenn wir uns der Selbstreflexion und den unendlichen Möglichkeiten öffnen und eine Nase ESN ziehen, können wir über unser eingeschränktes Ich hinauswachsen. Um diesen Prozess zu beginnen, müssen wir lernen, das unendliche Potenzial aller Dinge wertzuschätzen. Zunächst im konzeptionellen und dann auch im buchstäblichen Sinne. Denjenigen unter uns, die aus verschlafenen Städtchen stammen, mag es anfangs schwer fallen, die Magie in ihnen zu erkennen. Doch tiefe Meditation macht es möglich. Mithilfe meiner eigenen Methode, die ich auf meinen Reisen durch die USA entwickelt habe, habe ich mein Bewusstsein aufsteigen lassen. Bis ich einen Punkt erreichte, an dem ich mir ein anderes Seller Hills vorstellen konnte. Eines, das jenseits des Schleiers unserer Realität liegt. Dieses Städtchen ähnelte meiner Heimat sehr und doch gab es viele faszinierende kleinen Unterschiede. Die Drogerie gehörte beispielsweise immer noch der Familie Carl Hearn. Doch hinter dem Ladentisch stand kein geringerer als der junge Georg, ihr Sohn, der vor vielen Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Vor mir stand also nun ein gesunder Mann mittleren Alters, obwohl ich genau wusste, dass er dieses Alter eigentlich nie erreicht hatte. Also, sie hat ja irgendwas von Zeitachsen gesprochen. Also, vielleicht kannst du nicht nur Zeit reisen, sondern auch Zeitachsen wechseln. Wenn das jetzt hier nochmal hier angesprochen wird mit dem Omniversum. Tom Holt, Interview. Niemand war traurig, es los zu sein. Stahlwerk von Seller Hills wird stillgelegt. Das Ende einer Ehre. Das Stahlwerk von Seller Hills, das einstige Herzstück der Wirtschaft unserer Stadt, wird nach über 40 Jahren Dauerbetrieb stillgelegt. Das Gerücht einer Schließung macht bereits seit mehreren Monaten die Runde. Jetzt bestätigt die Familie Tester, dass sie nach eigener Aussage schweren Herzens die Entscheidung getroffen haben, das Stahlwerk dauerhaft zu schließen. Das Werk wurde 1921 von Howard Kinsey Tester in Betrieb genommen und produzierte zu Kriegszeiten hochwertigen Stahl für das gesamte Land. Am Mittwochmorgen ehrte Herrn Testers Tochter Morgan in einer Presseerklärung dessen Vermächtnis. Sie beschrieb ihren Vater als visionären Unternehmer, der den Bewohnern von Seller Hills so viel zurückgegeben hatte, wie die Arbeiter auch der Welt gegeben hatten. Damit ist sowohl das Stahlwerk als auch die Netitia Tester Gedenkbibliothek gemeint, die ihrer verstorbenen Großmutter gewidmet wurde. Das Stahlwerk von Seller Hills stellt nach den berüchtigten Morden von Frank Stone im Jahre 1963 den Betrieb ein. Zu diesem Zeitpunkt teilte Herrn Testers Neffer und Nachfolger Anthony der Öffentlichkeit mit, dass das Werk den Betrieb wieder aufnehmen würde. Doch im Laufe der Zeit schien eine Wiedereröffnung immer unwahrscheinlicher und es wurde nach und nach immer mehr Arbeiter entlassen. Morgan Testers Mitteilung lässt vermuten, dass die Familie diese Entscheidung aus Respekt für die Menschen getroffen hat, die auf dem Gemälde von Stone, einem ehemaligen Angestellten des Stahlwerks, ermordet wurde. Doch nicht alle geben sich mit dieser Begründung zufrieden. Ein ehemaliger Arbeiter, der anonym bleiben will, wirft der Familie Tester vor, das Stahlwerk aus ganz anderen Gründen stilllegen zu wollen. Die Morde sind nur ein Vorwand, behauptete er. Sie wissen, dass es sie ein Vermögen kosten würde, das Stahlwerk wieder zu eröffnen und sämtliche Mitarbeiter wieder einzustellen, die ihnen überhaupt erst zu ihrem Reichtum verholfen haben. Sie wollen doch nur die ganze Kohle für sich behalten und pfeifen auf die restlichen Bewohner der Stadt. Welche Kohle meinen Sie? Meinen Sie wirklich Geld oder die Kohle? Was für Undertale, was für Steinskate. Leute, Zeitreisen und Plots mit mehreren Zeitlinien, das hat nicht Steinskate oder Undertale davon. Das gibt es schon seit hunderten von Jahren in allen möglichen Medien. Weitere Geheimnisse zum Mörder Stone gelüftet. Stone, der laut unserem Sheriff Cousich in mehrere ungeklärte Entführungsfälle der letzten drei Jahre verwickelt gewesen sein soll, wird von jenen, die ihn kannten, als eigenbrötlerisch, unheimlich und seltsam beschrieben. Obwohl sich kaum einer seiner ehemaligen Kollegen offiziell zu ihm äußern wollte, kristallisiert sich allmählich heraus, dass Lenny, wie die anständigen Mitarbeiter des Stahlwerks ihn nannten, ein sonderbarer Außenseiter gewesen ist. Sie schienen gespürt zu haben, wie rückgratlos er in Wahrheit war. Der gute Lenny also. Der Typ war nicht ganz richtig im Kopf, meint Ofenbediener Bobby Rivers, einer der wenigen, der zu einer öffentlichen Stellungnahme bereit war. Das konnten anscheinend alle sehen, nur unser Chef nicht. Die wenigen, die Stone nicht von der Arbeit kannten, äußerten sich ähnlich. Henry Lawrence, der im selben Gästehaus wie Stone gewohnt hatte, sagte dazu, Stone hat sich absichtlich dümmer gestellt, als er war. Als hätte er nichts in der Birne. Aber wer mehr Zeit mit ihm verbracht und ihm die Augen gesehen hatte, wusste ganz genau, dass er etwas im Schilde führte. Etwas, das man lieber gar nicht wissen wollte. Besonders schockierend ist jedoch das Gerücht, dass Familie Tester, die Eigentümer des Stahlwerks von Satter Hills, Stone eingestellt haben soll. Obwohl sie wussten, dass er bereits wegen Gewalttaten vorbestraft war. Das hatten wir auch so eine Anzeige gehabt, ne? Hatten wir auch gesehen gehabt, dass da jemand eingestellt war mit, der vorbestraft ist, wegen Körperverletzung oder so, ne? Das war dann auch wahrscheinlich seine, seine Akte. Eine verlässliche Quelle teilte dem Tribune mit, dass Stone die Stelle im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms bekam, dessen Ziel es war, Strefflinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir haben die Testers selbstverständlich um Stellungnahme gebeten. Zur Redaktionsschluss jedoch okay. Ich frage mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Zeitreisen gab es schon in der Zukunft. Ist Lenny ein Spitzname von Frank? I guess. Die Amis haben auch echt teilweise weirde Spitznamen. Genau wie die Russen. Die haben auch echt weirde Spitznamen. Für Namen, wo du... Bei uns hast du sowas wie, hey, ich heiße Melanie, also werde ich jetzt Melly genannt. Ich heiße Jessica, also werde ich Jesse genannt. Und bei den Amis ist so... Ich heiße William, also ist mein Spitzname... Billy. Genau. Ich heiße Richard, also ist mein Spitzname Dick. Sowas halt. Bei den Russen auch so. Mein Name ist Alexander, aber mein Spitzname ist... Sascha. Oder so. Mein Name ist Victor, aber mein Spitzname ist... Vitya. So. Ganz weird. Mördermill. Okay, das ist das Skript wahrscheinlich, ne? Nvidia, genau. Nee, Victor nicht. Machen wir weiter. Ich wollte dir nichts sagen, aber... Ich bin einfach kein Fan... Davon. Hm. Verständlich. Okay, Chad, was sagt ihr? Sie ist total besessen von Frank Stone? Oder sollte ich mir Sorgen um Robert machen? Das ist mein Spitzname. Genau, das ist mein Spitzname. HP Deathjet 4.220e. Multifunctional Printer. Das ist mein Spitzname, ja. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden. Das ist einfach etwas... Heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber... Naja... Auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Viele nennen mich. Haben sie aber nicht. Ach, du findest auch, dass es egal ist. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. Nee, nicht Kevin. HP Deathjet 4.220e. Sieh mal hier. Die Print Function. Function. Was ist das alles? Ich hab mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris. Ich hab's Chris gestern gesagt. Oh. Fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris Recherche hätte ich nie davon gewusst. Ermutigend ist ziemlich krass oder missbilligend. Sie hätten weniger Zeit verschwenden sollen. Wir gehen zum Ofen. Wir gehen zum Ofen. Wir gehen zum Ofen. Wo der Mord passierte. Äh, Mord. Wo die Hinrichtung von Frank Stone passierte. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Das ist eine tolle Hilfe. Danke, Robert. Ich mein Reime. Sorry. Hab vergessen, wer von euch mich unterstützt. Boah, die Wiese. Du bist fiese. Ja. Ja, bin ich. Oh. Ja. 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 Was ist das? Oh, was ist denn das? Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hm? Da müssen wir drehen. Das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Oh, was ist denn das? Einbrechen, einbrechen, ein. Oh, jetzt kommt sie mit. Oh, ich dachte, Bonnie springt jetzt auf ihr Skateboard und hackt sich hinten so dran. Und lässt sich so mitziehen mit dem Skateboard. Hallo. Interessant. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Skateboard. Sieht schon sick aus. Ja. Da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Ich finde aber generell sowas geil. So irgendwas so Industrielles, aber dann irgendwie in einem Wald oder so. Oder umgeben von Bäumen oder sowas. Bereit? Sieht immer so sick aus. Ah, Achtung. Stolperfalle. Wenn es in Natur und Industrie verbunden wird. Sieht immer so sick aus. Okay. Jetzt kommt ein Bänger. Hier lang. Er trägt wirklich das Shirt? Robert trägt wirklich dieses dumme Shirt? Einatmen. Ausatmen. Jetzt kann der Grusel beginnen. So, Chad. Wir sind jetzt im Finale. Zehn Minuten ist das Spiel zu Ende. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet. Junge, ihre Jeans ist aber auch fucking tight. Holy shit. Die Arschmachen platzen da gleich raus. Okay, von dir aus gibt es zwei Wege in den Gulli. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Oh nein, Chad. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Chad, bitte. Chad, bitte. Macht's mir nicht schwerer, als es schon ist, okay? Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Chad, übertreibt's nicht. Wir wollen nicht jetzt jemanden schon das Sterben haben. Nicht beim ein bisschen klettern oder ein bisschen überqueren. Okay, Chad? Wir wollen alle noch wenigstens bis zum Kontakt mit Frank Stone am Leben halten. Okay? Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann? Geht's jetzt los? Ja. Siehst du, Chad? Hey, ich muss gar nicht Quicktime-Eventen? Lol. Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Hm. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. War eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Hallo? Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Äh, anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Umgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Absolut? Ja. Ach, so war das mit der Schwierigkeit gemeint. Mit Schwierigkeit Opfer ist gemeint, dass das eine Schwierigkeit ist für Opfer wie Leute, die keine Games zocken können oder was? Also genau die richtige Schwierigkeit für mich eigentlich. Dann werden schwierige Quicktime-Events geskippt. Ja, lassen wir mal von neu anfangen. Nein, das ist schon die schwierigste Schwierigkeit. Chris Gordon. Aber die haben einfach nicht so viele Quicktime-Events. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Das ist ja irgendwie generell. Und dann haben sie von Release zu Release immer weniger Quicktime-Events gehabt. Bis zum Quarry hat er auch nicht mehr so viel gehabt, leider. The Quarry. Und das hier hat jetzt auch nicht mehr so viel. Aber man muss auch sagen, die Action hat auch immer noch nicht angefangen. Das Spiel ist sehr langsam. Der Bild-Up ist sehr langsam. Tip Named Finger. Wahrscheinlich auch in Dead by Daylight, Bösewicht. Ja, ich finde es jetzt auch nicht störend. Also ich bin unterhalten. Ich fühle mich unterhalten. Ich habe Spaß. Aber ja, ich denke mir so halt für den Stream, für den Show-Effekt wäre es natürlich cool, wenn man dann irgendwie mehr Action hätte und mehr Quicktime-Events. Mehr drastische Entscheidungen hätte als Bücher lesen. Until Dawn replayen wir demnächst. Da kommt ja das Remake. Oktober oder November. Ist ja noch nicht irgendwie trashig irgendwie. Ja, die Dialoge sind teilweise ein bisschen trashig. Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatur sind. Das kann ich nicht versprechen, aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Ha! Danke. Gibt es eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Äh, naja, die Taschenlampen, äh, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsli-Riegel, drei Regenmäntel, erste Hilfe-Set, Okay. Klaschenöffner, Sonnencreme, Camping-Geschirr und Bescheid. Ja, da hat Heime keine Chance, Chad. Du weißt schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Robert Traummann. Ist besser? Heime hat keine Müsli-Riegel dabei. Kna-Kna-Kna-Knabo. Das ist bestimmt auch ein Dead by Daylight. Hunter, Jäger, Bösewicht. Knabo. um knaben unter dem stahlwerk fast da was von dieser nacht erzählt die nacht als er hier war nur der night watchman ich war noch klein und er ziemlich betrunken auch wenn er sich nicht daran erinnert ach so er war betrunken ich wüsste gern was er durchgemacht das verstehe ich er sprach nicht wie mit einem kleinen kind oder wie mein dad ich konnte ihn sehen wie er wirklich ist das kein gut ist nur eine kiste wo aufgezeigt wird wie viel du schon gesammelt das ist auch ein hunter der geist du hast alle fünf meter so eine kiste wo deine collective bilds aufgezeigt werden das ist halt seine acht die waffe die wir vorhin gefunden hatten bei dem bei dem laden da das war die waffe von dem das hier story progression ja ich bin auch gespannt auf dem platz ist bin nicht so überzeugt von denn das neue szene ein alter schlüssel ich sollte zu robert zurück ja ich bin nicht so überzeugt von denn das neue szene aber wenn ich die regie karte spiele wird sie wahrscheinlich nie man red doch zu ende ich sollte zu robert zurück dreht sich um robert ist schon da habe ich meinen namen gehört hat die drohe gesagt ich wollte sagen ich konnte ihn sehen wie er wirklich ist er zeigte mir seine narben in der nacht hat er seine schulter geschrottet echt übel hat sich immer noch nicht ganz erholt wird er wohl auch nie er wird ja auch gespießt oder schlitter ich wusste nicht dass es so ich habe großartige erster und auge in auge gegenüber genau hier im stahlwerk im ofenraum genau genommen dienstag oder so glaube ich was hat er noch erzählt nur dass was bedeutet das immer wenn ich es ansprach bekam er diesen gesichtsausdruck und ich will ihn einfach nicht zu sehen das pikachu felsen hat er gemalt du klingst enttäuscht nein nein aber ich bin froh dass du so ein gutes verhältnis zu deinem geld hast ich auch die katsche felsen ein das ist mir feinlich ja der plot wirst wird sein dass das baby eigentlich augustine ist sie will eine timeline haben wo sie selbst überlebt aber auch frank stone überlebt bei frank stone ihr vater ist oder so aber die in allen timelines stirbt frank stone in dem ihn sam erschießt oder sam bleibt am haken hängen aber frank stone bringt das baby um und die will eine timeline haben wo sie und frank stone bei leben kriegt das jetzt aber nicht hin und versucht es mit den filmen irgendwie hinzubekommen dass frank stone wieder lebt das ist mein plot echt kommt ihr bekannt vor was käme haben wir gerade einfach miteinander über das morphogenetische feld kommuniziert da ist der hut von sam unmöglich von vor 13 jahren ist das wow kann sein dass die echt meinem dad gehört hat ja ich dachte polizisten müssen die mit ihrem leben beschützen hier ist er runtergefallen aber ich verstehe warum er sie zurückgelassen hat die entity ich habe keine ahnung von dieser dead by daylight entity habe ich jetzt heute schon irgendwie mehrmals gelesen dass es irgendwie so eine entity gibt bei dead by daylight habe ich ja keine ahnung davon ne wir wissen noch nicht wer das baby ist was hast du nach dem abschluss so vor weiß ich noch nicht so recht im gegensatz zu dir wieso gehst du davon aus es ist offensichtlich der film deine arbeit als regisseurin das und du willst du polizist werden wie dein vater niemals niemals ich stehe auch auf film oh mein gott sobald ich hier in den bestimmten schritt gehe worüber ich den dialog habe oh ja stimmt niemals ich stehe auch auf filme deshalb wollte ich euch helfen vor allem horror streifen oh ich dachte du magst einfach nur verfluchte stahlwerke du glaubst wirklich es ist verflucht du nicht hör schon auf ich will da weiterlaufen hört auf zu reden die ente die ist sozusagen der der dev von dead by daylight ok das große böse aber wie wird das eigentlich in dead by daylight erklärt dass es so viele killer gibt und die ganze zeit diese survivor da in diesem in diesem wald da rumlungern gibt es da wird das keine ahnung ist das irgendwie eine fernsehsendung oder so und die entity macht daraus irgendwie so eine show gibt es nur wald bei dbd nein da gibt es auch mehrere sachen ja die entity macht das aber wofür macht sie das wieso sperrt ihr da so einen killer und ähm die entity macht hunger games mit denen und die entity hat die macht diese bösewichte zu erschaffen oder oder aus anderen welten reinzuziehen oder dead by daylight hat lore ja so wahrscheinlich so lore die eigentlich egal ist so wie bei league of legends oder so das ist natürlich auch alles mit lore hat oder so aber es juckt halt nicht ja nicolas cage ist ein survivor und kein killer aus anderen welten rausziehen aha und wieso macht er diese hunger games diese entität will sie dann irgendwie den besten survivor küren und den besten killer oder was die entity ernährt sich irgendwie von der hoffnung des survivor entkommen zu können ich habe was übersehen habe ich schon gefragt wieso hier nichts ist vor fünf minuten habe ich kohle übersehen verdammt hier ist nichts ich habe nichts übersehen doch nein ich bin jetzt nochmal durchgelaufen soll ich noch ein drittes mal durchlaufen du verarschst mich ich kann nicht mehr zurücklaufen sie kann nicht rückwärts gehen an der wand an der wand verdammt du hast recht okay und das war's zwei schrauben in der wand cooler guess jetzt ich denke ich habe nichts verpasst hätte ich das nicht gesehen wo bin ich hergekommen ich habe mich verlaufen ich glaube das ist es okay das ist es da oben da oben da ist es da last chance to turn back von den starken motionen der killer und survivor und nutzt die kraft dann um welten zu fressen oh gott sei dank ja du bist ein genie gute idee mit dem gully danke robert es reicht mit dem rumgestehe und gequatsche noch eine szene und wir sind fertig also krass vor allem ja fast die Und... Cut! Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Mördermill! Saubere Arbeit, Leute! Ich dachte, es springt jetzt Robert in die Arme. Okay, Miss Billigend. Etwas voreilig mit dem Geknutsche. Oder wir brauchen noch eine Szene. Chat. Also, sie meint wahrscheinlich die Szene, die sie neu gemacht hatte. Die aber Chris nicht drin haben will. Weil es ja ihr Film ist. Sie ist der Regisseur. Jetzt kommt Bier. Wahrscheinlich, nee, wir haben nicht mehr genug Geld für Bier. Genau, Mördermill. Äh, ich glaub, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Äh, ja, also, Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte. Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Was? Ich hab da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh, ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Die will eine Knutschszene noch haben. Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Hä? Yo. Yo. Kommst du? Äh, ja. Bin gleich da. Habt ihr was gesehen? Nein. Da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reime einen Geist gesehen hat. Reime. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. It's true. Ah, runter von mir! Von mir! Runter! Ah, ah, ah! Runter! Erwischt. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Reime! Äh, ähm, Bonnie. Ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser der zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Äh, äh, nein, nein, nein. Ich meine... Äh, äh... Linda? Entspannend. Von mir aus kann sie dabei sein. Oder Bonnie macht das, äh, macht, was sie sich in den Kopf setzt. Okay, das ist ja eigentlich egal. Ist man kumpelhaft oder entspannt? Also wir wissen schon mal, dass Linda und Bonnie überlebt. Wissen wir das? Wenn es ja wirklich hier jetzt irgendwie der Plot-Twist ist, dass es hier um Zeitachsen geht? Spielen wir vielleicht gerade eine Timeline, wo die beiden, wo die alle sterben könnten. Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Sie kann die Windgeräusche machen. Obwohl, streicht das. Verhaltet euch, als wäre ich da, aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin, und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig, okay? Bitte, bitte nicht. Doch. Knutschszene kommt jetzt. Direkt Ansprüche haben. Nein, die spielen Geschwister im Film. Ja, ja, und die sollen doch jetzt irgendwie eine Knutschszene haben, oder? Nein, die knutschen rum. Achso, ich dachte, die wollen jetzt in den Ofen rauben, um eine Knutschszene zu drehen. Obwohl sie eigentlich Geschwister sind. Ich habe keine Ahnung. Bin ich hier der Filmemacher? Alles okay? Nein, ja, nur an genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Vielleicht weiß Linda, dass Frank Stone wieder gebogen ist, sobald sie zwei Geschwister küssen. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. Dann kommt Frank aus diesem Boden wieder heraus und sagt, Ich hasse Inzest, ihr müsst sterben. Warum drehen die überhaupt genau dort einen Scheißfilm? Weil sie einen Horrorfilm drehen und das ist ja ein perfektes Setting. Leute, für was steht ihr hier Schlange? Die drehen halt einen Horrorfilm, ne? Und das ist halt eine gute Location für einen Horrorfilm. Äh, ja, irgendwie... Leute, ich muss da... Leute, also... Ich bin auch stecken geblieben, oder? Ne. Leute... Ich geh mal kurz weg, dass die mir vielleicht hinterherlaufen wieder. Scheiße, die stecken da fest, Leute. Ja, ich hab ihn geschoben. Ja, ich hab Heime geschoben. Ja, ich krieg das hin. Ich glaub, nicht Heime ist das Problem, sondern wirklich die beiden sind das Problem, ne? Oh, ich hab's. Ja. 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 Komm schon, das ist nur ein bisschen. Robert! Oh, da war... Da war... Gut. Okay. So, das heißt... Gut. So, philosophisch? Ja. Okay. Oh? Oh? Anlauf? Geht's nicht mehr. Oh, das war ein gutes Stück. Ja. Boah! Das war voll gut. Okay, ich hab's. Alles die Schuld von Entity. Jetzt komm ich nicht mehr voran. Chat, ich komm nicht mehr durch. Weiß nicht mehr viel. Oh, er hat sich wieder bewegt. Okay, hab ich ihn vielleicht wieder ein bisschen gelockert? Wieso bremst ich den immer so kurz vorher ab? Ich kann die Leiter nicht benutzen. Hab ich auch schon versucht. Ich kann halt mit der Leiter nicht interagieren. Hab ich auch schon versucht. Und jetzt steht da halt jemand im Weg. Oh, das war ein gutes Stück. Wir haben's doch gleich schon. Boah, das war gut. Wenn ich dabei was drücke, dann bringt das was. Ja, ne? Ja, ne? Die scheißen Entwickler von heute. Schön die Spielzeit strecken. Mit unnötigem Gameplay. Komm schon, ist das nicht mehr viel. Wie sie stehen bleibt. Wie sie stehen bleibt. Drenn doch da rein mit voll Karacho, Alter. Wie sie stehen bleibt. Drenn doch da rein mit voll Karacho, Alter. Aber ich glaub, ähm, das ist so gedacht, dass wenn du auf etwas zuläufst, dass die kurz vorher schon aufhört zu sprinten. Ja, easy. So. Alles gut, ich hab's. Was? Die bleibt da hinten immer noch. Krissi, was ist hier los? Da, was? Durchzwängen. Nein, 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 nein. Oh, das ist die Knarre. Es sah kurz aus wie so eine Sci-Fi-Gun, okay? Wär jetzt geil, wenn die jetzt weitergelaufen wären und alle würden jetzt hier stehen und ich müsste wieder die Schieben nach oben. Dann hätte ich geladen. Eeeh, verfaulte Ratte. Fünf Namen hab ich genommen und doch scheine ich dem Pfad nicht näher gekommen zu sein. Das hab ich nur dafür gemacht, das war's? Und wo geht's dann jetzt weiter? Oh, oh, chat. Ich glaub, es geht nicht weiter, weil die KI kaputt ist. Die müssten wahrscheinlich mit mir reden oder so. Die müssen wahrscheinlich alle hier unten sein, damit wir dann reden. Oder? Oh, hier ist noch was? Ah ne, das ist nur die Kiste wieder. Vielleicht muss ich doch laden. Oh, der schieb die alle runter. Soll ich die alle runter schieben? Bitte nicht! Verdammt! Verdammt! Bitte! Rede mit mir! Komm schon! Komm schon! Rede mit mir! Komm bitte! Die hat wirklich nichts mehr? Ich weiß nicht, was ist, wenn ich jetzt zum Menü mache, Chat, was kommt dann? Es gibt Kostüme für Snow Game Plus wahrscheinlich, oder wenn man Deluxe Edition hat. Kostüme können nicht im Pause-Menü gewechselt werden, bitte klären Sie die Einstellungen. Ja, ich gehe zurück und ich hoffe, dass es irgendwie Autosaves gibt, aber muss ja, wir haben 2,24. Ich kann keine Skins machen, ich habe keine. Entweder muss man die erst freischalten oder sie sind in der Deluxe Edition dabei. Oh, die bewegen sich! Ah, rede mit Chris! Ah, das war das Problem, seht ihr? Die müssen A-Legion sein und Jaime muss seinen Rucksack ablegen, dann geht es weiter. Der Rucksack ist wichtig. Ah, weil die looten. Da ist die Kamera drin. Jetzt kommt die Couch-Szene. Ton läuft! Heimel? Chris? Bereit! Und... Action! Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht! Ich muss aber! Nein! Gar nicht! Du weißt, dass es nicht war! Nun, vielleicht wäre es leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair! Das hat niemand gesagt! Ich habe schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht doch noch dich! Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch! Egoistisch? Ich tue das für dich! Ich tue es für unsere Eltern! Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich! Nichts ist unmöglich! Irgendetwas scheint hier nichts zu stimmen! Vertraust du mir? Ich... Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun! Kurzweiche! Und... Cut! Linda, das war krass! Total! Genau das hat uns noch gefehlt! Wie war das Licht? Es war super, danke! Hat dir dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Äh... Nein, aber... Keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch! Wie war ich? Okay, Chad, wie fandet ihr seine... seine Leistung? Jamie, das war perfekt oder du warst... Gut! Gut! Gut ist der kleine Bruder von Scheiße! Jetzt hab ihr so nett seid! Reime, das war perfekt! Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten! Alles okay? Ja! Äh... Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen! Äh... Okay! So klang ich aber bestimmt nicht! Ich weiß nicht! War ziemlich auf den Punkt! Seh ich auch so! Seh ich auch so! Ich darf auch nicht rum und mach euch Spinner nach! Also mich machst du andauernd nach! Mich auch! Und mich seit neuestem auch! Welch eine Ehre! Leute! Oh mein Gott! War das wirklich okay? Ich hab mich kurz erschreckt, weil Bonnie kam! Ich hab ganz vergessen, dass Bonnie dabei ist! Ich so, woher kommt die fünfte Person? Ich bin beeindruckt! Aber... Mal ganz ehrlich! Was? Dachtest du echt, ich merk nicht, was du da tust? Ähm... Was tu ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens! Okay! Ich versteh nicht! Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern? Kommt mir bekannt vor! Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen! Aber... Hm... Wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie! Das hat niemand gesagt! Das hier soll Spaß machen! Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt! Immerhin bin ich nicht egoistisch! Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so! Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran! Okay! Krasser Dialog! Zurückhaltend? Ich werde mal frische Luft schnappen oder lässig! Willst du mit rauskommen, Bonnie? Vielleicht gibt's Böllerei hier! Unter Geschwistern! Ohne dich war's besser! Als ob sie den Film schon seit Monaten lang mit ihr zusammen drehen oder so! Sie ist seit 5 Minuten da! Ohne dich war's viel besser! Ja! Also! Ich... Ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen! Ich auch! Ich meine, mit dir! Nicht... Auch mit mir! Du weißt schon! Ich finde, wir sollten das feiern! Ich denke, die sind so 18, 19, 20! Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen! Aber der Film ist fertig! Er ist im Kasten! Der Dreh ist fertig, ja! Aber wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen! Okay, klar! Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können! Ich weiß nicht, ob das so gut ist! Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht! Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat! Davon wären die Leute sicher begeistert! Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen! Zur Maschinenhalle! Äh... Hey! Chris! Nee, es ist ja ein Horrorspiel, wo Leute sterben! Die werden schon erwachsen sein! Ich denke nicht, dass die hier ein Spiel machen, wo Kinder abgeschlachtet werden! Heilige! Was siehst du da? Äh... Etwas... Gruselig... Äh... Schwer zu beschreiben! Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen! Wir haben wirklich die Kamera obskure! Wow! Das ist ja mal was! Ach, Mist! Was ist los? Du musst an der Kurbel drehen! Moment! Ha! Alles klar! Okay! Ich film weiter! Was für Kurbel! Was auch immer das war! Es wird im Film richtig super aussehen! Da ist die Entity! Nee, da ist... Da ist... Frank Stone gestorben! Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Und das ist ja irgendwie eine... Finden wir es heraus! Irgendwie eine verfluchte Kamera! Vielleicht kann die Kamera ihn irgendwie wiederbeleben! Bleibst du da jetzt stehen? Ich meine, wenn du dich raushalten willst, fein! Nein! Nein, ich komme! Junge True, das war Mana! Gleich kommt Aerith und kann das dann gleich... Kontrollieren! Sephiroth ist Frank Stone! Wir haben's! Das ist die Lore! Vielleicht ist die Kamera die Zeitmaschine! Und alles, was du damit filmst... Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin! Kann in der Zeit reisen! Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen! Ich dachte, der Sheriff fällt nur und weiß nicht! Happy Cato! Dankeschön! Nicht wenn du sein Sohn bist! Dann tut er beides! Findest du es nicht schrecklich? Schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon! Ich meine, das war er schon immer! Seitdem ich denken kann! Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist! Bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat! Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück! Vielleicht hilft ihm das ja! Ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will! Was meinst du? Ähm, es... Er ist eher wie besessen! Ziemlich schräg, das Ganze! Ah, okay, das musst du näher erklären! Vielleicht war das seine Art, mit dem Stress und der Schuld klarzukommen, aber... Er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren! Unkonventionell! Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein! Du meinst doch nicht, so okkulten Kram! Hey, ich hätte nichts sagen sollen! Hast du aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen! Mein Dad ist voll in Ordnung! Basta! Sicher! Der Dad ist auch Schamane? Wie Augustin? Der Pfarrer ist eigentlich Augustin! Aber hatte ich nicht einen Schlüssel gesammelt? Vorhin? Nee, da hab ich wohl was anderes wahrscheinlich verwendet, ne? Warte, ich komm hier gleich nochmal zurück! Nee, hier ist noch weiter! Hier geht's noch weiter! Weil durch die eine... Durch die andere Tür, da geht's schon, ähm... Da sind ja Finger dran unten! Echte Finger! Das ist ne Puppe, aber unten sind zwei echte Finger dran! Juckt sie nicht! Sackgasse! Falscher Ort! Hm! Kein Schlüssel! Vielleicht komm ich ja doch noch irgendwie zurück! Später! Ja, gehen wir weiter! Ja, gehen wir weiter! P.D.S.D. bei der Lache ist ja so schlimm, der, äh... Der Killer! M-Moment mal! Leute! Das ist es! Das ist die Maschinenhalle! Heilige Scheiße! Tatsächlich! Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet! Ja, da wir es gefunden haben und gesehen, können wir los, oder? Auf keinen Fall, Mann! Wir müssen erstmal schauen, was es hier alles gibt! Die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen! Klar! Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich! Nicht immer genug! Sieh doch mal! Der Zug? Ja! Ja, in dem Artikel! Das ist die Notbesetzung! Das ist die Notbesetzung! Wir arbeiten alle für drei! Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient! Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem sagt Frank Stone! Wenn nur Frank Stone wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt, dann wurde es bestimmt nicht durchsucht! Nicht gründlich! Ah! Macht Sinn! Ich bezweifle, dass da Leichen drin sind! Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt raufkommt! Wir finden einen Weg! Los! Ja! Was ist los, Chat? Stream kaputt? Was ist los? Nee, kein F! Twitch macht Dinge! Nee, Twitch! Kein F! Hab keine Probleme! Bei mir geht's! Nur ganz kurz! Mein Bild war eben weg! Eine Sekunde Buffer, okay! F! Bei mir alles gut! Hat der einen Disconnect? Es muss einen Weg da hoch geben! Ja, wenn gerade irgendwie kleine Probleme gibt und ihr alle am F5 sind, gehe ich mal schnell auf Toilette! Okay, go ahead! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und krieg einen 50-minütigen TikTok Von Einfach einem ganzen Film Dragonball Dragonball Z, der Film Kannst komplett auf TikTok gucken Wunderbar, tausend Jahre lang Hab ich auf diesen Augenblick gebracht Weglos, Hildegard, dieser Planet gehört uns Okay Cool Piracy's back, baby Einfach auf TikTok Ich hab noch nie auf TikTok generell so ein langes Video gesehen Vielleicht höchstens irgendwie 2-3 Minuten Oder so Boah, fucking 50 Minuten Langsam wird TikTok interessant Okay, machen wir weiter Ja, sogar die deutsche Version Hey, Flyver Hey, Flyver Auf TikTok Kaputt? Scheint so Ja Lass mich mal sehen Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Äh, klar Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, äh, naja Es ist Chris' Film Sie entscheidet, wer mitmacht Ja, aber ich meine Ihr wisst, ich bin Auch ein großer Horror-Fan Ich hätte euch von Anfang an helfen können Oh, es ist nicht Da, da, das war nicht Ah, das ist ein DVD-Generator? Ich weiß Wir drehen einen Horror-Film Ja, aber Naja Es ging darum, dass ich Und meine Freundin Und meine beste Freundin Was zusammen machen Nur Der Sound auf, ja Wir drei Also Bin ich einfach im Weg Ja Okay, Chat Was sagen wir Argwöhnisch Du verbringst viel Zeit mit meiner Freundin Oder ungeduldig Ich will ein paar Minuten Nur mit Chris Was ist ein DVD-Generator? Also ein Dead-by-Daylight-Generator Das ist die Objective Der Survivor Die müssen, glaube ich Vier Generatoren oder so reparieren Und dadurch geht dann Das Tor auf Und die können fliehen Und währenddessen versucht hat Der Killer, die zu töten Das ist halt das Spielprinzip Ungeduldig Okay Es ist so Ich hab Die ganze Nacht Versucht ein paar Minuten Allein mit Chris zu reden Und das war nicht einfach Du bist doch bloß genervt Weil Chris nicht mit dir Abhauen und rummachen will In dem Unterschlupf des Mannes Der mich fast zur Weise gemacht hätte Das hab ich nicht gesagt Ich kann nichts dafür Dass sie mehr an die Arbeit Denkt als an dich Jetzt hör doch auf Junge Ich hab das jetzt so eine Nummer Wird hier Party people Die Tür da drüben Braucht Strom Damit sie aufgeht Braucht der Generator Wir brauchen vier Generatoren Der ist leider komplett hinüber Ich kriege ihn wieder hin Muss nur Ein paar Teile zusammensuchen Dann schnurrt er wieder Dann suchen wir doch mal Darf ich ihn reparieren Konlea Dankeschön für 15 Monate Ja tatsächlich Er sieht genauso aus Ja das ist er Finde die richtigen Teile Um Generator zu reparieren Süß Da haben wir ein Teil Könnte für den Generator passen Ich hoffe nicht Dass der Killer gleich kommt Während ich repariere Und hängt mich auf seinen Haken Stimmt eigentlich Chad Das war ja auch eine Referenz Schon am Anfang Als Frank Stone Sam an diesen Haken Da gehängt hat Das war ja eigentlich Auch so eine Referenz Ich muss ein paar Teile finden Ich muss ein paar Teile schmeißen Habs gleich Könnte mit dem Generator helfen Spiel könnte mit dir aber Das hab ich sogar erkannt Ich hab in dem Moment Gar nicht darüber nachgedacht Aber jetzt im Nachhinein Hab ich darüber gar nicht nachgedacht Aber ja Das ist ja eigentlich auch Eine Referenz Unfalle hoch Schon wieder Chad Ein weiterer Ein weiteres Schloss Verpasst hier irgendwie ganz viel Optionalen Kram Vielleicht ist das New Game Plus Im New Game Plus kriegst du ein Perk. So ein Master-Key-Perk. Aber wir haben einen alten Schlüssel. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Während du R2 gedrückt hältst, um den Generator zu reparieren, erscheinen Fähigkeit-Checks. Drücke X, wenn der Zeiger über der Erfolgszone ist. Wenn du den gefüllten Bereich erwischst, bekommst du einen Bonus-Fortschritt. Wenn du die Erfolgszone jedoch verfehlst, verlierst du einen Fortschritt. Scheiße. Lasst mich. Schön gemacht. Ich mach das schon. Ich muss kurz was testen. Ich wollte kurz testen, ob das die ganze Zeit sich dreht. Ja, äh, puh, bin nur bisschen geräuchert. Ich krieg den Generator... Nein, lass mich! Och Mann! Sauber! Mach nur meinen Job, Mann. Jetzt hat, jetzt liebt sie Robert. Ja, ich bin jetzt der Loser der Gruppe, der nichts geschissen bekommt. Und sie hat sich jetzt in Robert verliebt. Das war echt unsexy von mir. Aber war auch schon ziemlich heiß. Wo wir Strom haben, geht sicher auch die Tür auf. War schon ziemlich heiß, wie Robert da rumhantiert hat, ne? Ich wünsche dich, wäre der Generator gewesen. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Keine Schlüssel? Beiseite! Ich mach das schon! Schade. Wie er sich weggeschoben hat. Ah, da oben. Da muss ich ja wahrscheinlich den schieben, den Bruder. Wie lange soll das Spiel sein, bis die Credits kommen? Wie so landet. Kann ich ne Dachlampe haben? So lang? Ich fasse es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Oh nein. Hoffentlich hat das Chris nicht gesehen. Das wäre mir voll unangenehm, wenn sie sieht, dass ich wie ein Waschbär bin. Das wäre mir voll peinlich. Okay. Was haben wir denn hier? Das wäre die Sammelbox. Hm. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel den Waggon. Da haben wir den Schlüssel für den Waggon. Und im Waggon ist Frank Stones Leiche. Wie er sich vor sich hinstellt. Da ist ein Etikett drauf. Ich bin ein maskuliner Mann. Ach du Scheiße. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Probieren wir doch mal den Schlüssel beim Waggon. 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 Ich bin ultra gegruselt. Ich bin zweimal hier aufgestanden, bin zum Klo gegangen. Aber ich war gar nicht pinkeln. Ich wollte meine Hose wechseln. Hoch. Wir müssen nach oben. Hoch. Die sind gerade einfach nur neugierig, ja? Weil Chris unbedingt mehr über Frank herausfinden will. Habe? Oh. Nicht Junge. Okay, Chat. Ihr seid wieder dran. Befehlend? Ich gehe vor oder zögerlich? Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Jetzt können wir vielleicht den peinlichen Moment von vorhin mit dem Generator wieder retten. Indem wir wieder der Maskuline sind. Beiseite! Robert! Geh mal kurz beiseite! Ich muss rüberspringen! Ich zuerst. Ganz einfach. Eins. Zwei. Kein Diaschen mehr, kein Quick-Time-Event. Tja, wenn das so einfach ist. Hab dich! Ach. Puh. Danke, Mann. Das wäre kein angenehmes Ende gewesen. Ich hätte das nur ungern deinem Dad verklickert. Das wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Yo. Schau mal. Wow. Direkt durch die Wand. Konkurrenzbeine ausgelöscht. Das ist eine Hand. Oh, was zur Halle! Oh, scheiße! Verdammt! Ist... Ist das ein... Ja. Und das hat Freunde. Das war Frank Stones Kammer. Das... Ist Wahnsinn! Was war da für ein Schrein? Hat sich wohl gelöst, als die Fracht runterkam. Junge, der Waggon knallt doch hier gleich sowas von runter, oder? Eine Luke. So muss Stone rein und rausgekommen sein. Die Polizei geht im Fall Callhorn und Freundin von Mord aus. 17. September 62. Nachdem mehrere Tage gemundmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Kusig gestern Abend bekannt, dass die Polizei... Im Fall von Geo Callhorn und Joyce Barton, die tot bei Hawkline Point aufgefunden wurden, von einem Doppeltmord ausgeht. George... George Callhorn, 28, Sohn des Besitzers einer beliebten Drogerie in Setter Hills, William Callhorn und seiner Freundin Joyce Barton starben infolge eines Autounfalls, bei dem das Fahrzeug in Flammen aufging. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mit Hochdruck an dem Fall gearbeitet und kann nun mit Sicherheit sagen, dass Callhorns Wagen geparkt gewesen ist, bevor er von der Straße abkam, weshalb sie von Fremdeinwirkung ausgeht. Als Sheriff Kusig die Neuigkeiten bekannt gab, versicherte er den Einwohnern, dass der Tod die Täter schon bald identifiziert und gestellt werden würde. William Callhorn hat unabhängig von den Ermittlungen des Sheriffs eine Belohnung von 1000 US-Dollar für jegliche Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Verdächtigten führen. Der Schock über die Nachricht dieser Ermordung sitzt bei allen Bewohnern unserer friedlichen Stadt tief, vor allem weil erst im Juli die verwitwete Dorothy Clay getötet worden war. Damals wurde der Täter, Frau Clays Neffe Elvin, bereits nach kurzer Zeit von Sheriff Kusig gestellt und festgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieser Fall schnell klären und dem verantwortlichen Gerechtigkeit widerfahren wird. Einfach der Sherlock. Notizbuch des Maschinen-Schlossers, Stahlwerk von Cedar Hills, Maschinenhalle, Reparatur Cedar Hills, Oregon. Wer sind die anderen Leute? Parker D, nein, William nah, will nah ran, jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Kessler E, diesmal aber richtig, besser Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten, ihre Angst schmecken. Ein Wesen geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich Nacht sehe. Schrecken verbreiten, schneiden und richten. Nein, nicht die andere Richtung. Jetzt geht nicht weiter. Ich gebe nur zu dir zwei Seiten. Junge, dass es zuknallt. Moin! Was ist? Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfer und sie wurde nie gefunden. Wurde nie gefunden. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Wo es hier noch steht. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst. Wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich mal! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber, aber der Film... Hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Wir haben was wir brauchen. Chat, wir haben verloren. Aber... Robert ist viel zu gut. Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an. Okay? Wir haben keine Chance bei Chris gegen Robert. Das geht nicht. Wir sollten von hier verschwinden. Aber ja, True, ne? Eigentlich viel zu smart für einen Horror... Horrorfilm... Charakter, ne? Kann ich noch mit dir reden oder so? Nein. Stimmt, das war die auch... Das ist auch eine Referenz, ne? True. Die Klappe. Das ist auch eine Referenz, ja, ja, ja. Es gibt im DVD, gibt es jedes Mal irgendwo versteckt... Wir müssen los. ...so eine Klappe, wo du ohne Generatoren einfach fliehen kannst, glaube ich, wenn nur noch zwei am Leben sind oder so. Oder nur eine am Leben ist, ne? Dann öffnet die sich. Wenn du noch eine lebt, okay. Dann taucht die irgendwo random auf und du musst die suchen. Wenn du sie findest, kannst du fliehen. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Okay, Chat, ihr seid wieder dran. Schockiert oder beklommen reagieren? Du kannst... Das kannst du dich nicht... Was? Das kannst du doch nicht bewegen oder... Ist das eine gute Idee, das zu bewegen? Ist ganz nett bisher. Aber ist eigentlich nur Story, nicht wirklich irgendwie viel Action. Äh, meinst du, das zu bewegen, ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Aber wie... Ja, aber das ist... Sie war doch gerade auf Roberts Seite. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Ich glaube, dass... Sie hat einfach nur mitgespielt, der mit Robert geht. Ja, ihr seid gelogen. Genau darum geht's. Du bist doch total besessen von diesem Film über Frank Stone, seit du von ihm weißt. Und? Und es fühlt sich nicht mehr an wie unser Film. Nur wie dein Film. Meinst du, es geht so sechs Stunden, ne? Ja, ich denke so. Sechs, höchstens acht. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Oh nein. Wir sind jetzt alleine. Ja. Und ich bin deutsch, du und so. Dich und Robert. Äh, du hast Linda gefragt, ob sie beim Film mitmacht. Wir brauchten Hilfe. Und sie ist eine Freundin, so lernt ihr euch auch mal kennen. Nur, manchmal fühlt es sich an wie eine Verschwörung gegen mich. Stimmt nicht. Wir sind nicht gegen dich. Fühlt sich so an. Ja, aber es stimmt nicht. Erzähl mir nicht, wie ich mich fühle, Mann. Hör mal. Ich hab angefangen, dich zu daten, weil wir Spaß zusammen hatten. Und dieser Film echt Spaß gemacht hat. Aber das... Scheiße, sie macht jetzt Schluss, Chat. Das hier macht keinen Spaß mehr. Also... Was meinst du damit? Ich will sagen, wenn wir keinen Spaß mehr haben, dann sollten wir vielleicht keine Beziehung... Natürlich kurz, nachdem sie Robert kennengelernt hat. Okay, Chat. Ihr seid dran. Ihr könnt die Beziehung noch retten, Chat. Hoffnungsvoll oder bedrückt? Ihr könnt die Beziehung retten, Chat. Lasst sie nicht in Roberts Arme laufen. Als ob ihr bedrückt macht. Als ob ihr hoffnungsvoll macht. Mann, seid ihr dumm. Boah, als ob ihr bedrückt macht. Lol. Ich hab das Gefühl, das ist eher eine Aussage als eine Frage. Nun... Ich kann dich nicht umstimmen, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann... War's das, hm? Ihr habt es hoffnungsvoll nehmen müssen. Wir... Machen also Schluss? Ich brauche diese Aufnahme. Äh... Ja, natürlich. Ja. Chat. Chat. Ihr habt die Beziehung kaputt gemacht. Der Lebensstrom. Ich glaube, das Spiel geht los. Der Prolog ist vorbei. Was? Weiß nicht. Ah! Fuck! Oh, shit. Chat, so spawnt die Entity in Dead by Daylight, die Killer. Was ist los? Was hast du denn? Ich kann nicht... Ah! Sie wird in eine andere Zeitzone gezogen. Das ist die Entity. Die schiebt sie jetzt ins Dead by Daylight Reich. Ich... Reimer! 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 Chat, helfen oder laufen? Schnell, chat! Ihr seid gefragt. Helfen oder laufen? Chat. Chat, wir sind seit zwei Minuten getrennt. Sie sind in der zweiten Videobeschong. Helfen oder laufen? Das ist kein Jahr? Tut mir leid! Ich kann nicht! Nein! Heimer! Hör mich nicht allein! Nein! 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 Ist ein neuer Survivor. Ich habe euch gerade einen neuen Survivor von Dead by Daylight geschenkt. Können Sie jetzt kaufen. Irgendwas? Gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sage euch, diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für Sie, um den zu sichern. Die stehen immer noch vor der Tür. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Okay. Angenommen, wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecherding. Selbst wenn wir es finden, wie lösen wir den Rest davon? Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem komplizierte Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Wie wäre es... damit... Hand ab. Ja, ich als Killer wäre krass bei Dead by Daylight. Wenn ich Killer wäre? Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Als ob du es wusstest. Wenn ich Killer bei Dead by Daylight wäre, dann würden die Generatoren alle ersetzt werden. Du musst nicht normale Generatoren lösen, sondern du musst immer so ein Mario Maker Level schaffen. Damit der Generator funktioniert. Und du hörst mich immer vom Weiten kommen. Und hörst nur halt nicht irgendwie meine Schritte oder mein Lachen oder sonst was. Sondern du hörst nur... Das sind meine massiven Arschbacken, die gegeneinander klatschen, wenn ich laufe. Endlich ein guter Killer, ja. Ja, endlich. Schlüssel. Steht da was geschrieben? Was sagt man über Schlüssel? Da muss ein Schloss in der Nähe sein. Echt? Sagt man das? Naja, sagt eigentlich keiner wirklich. Ja, okay. Da haben wir das geklärt. Launch Island Auktionshaus. Rechnung. Das ist viel Geld für einen Filmstreifen. Augustin Lieber. Gerant Maynor. Charge 106. Beschreibung 8 Millionen. Ja, ja, ja. Okay, okay. Fälliger Betrag 12.000 Dollar. Filmrezession Mördermillen. Rezensiert auf dem zweiten höllischen begierden Fan-Festival von eurem Korrespondenten Rabbit Hound. Auf den ersten Blick ist das größte Problem des Films eine seine unbehäufende Komposition. Mördermillen ist in etwa so ausgefeilt wie das Puppentheater, das deine Nichte und Neffen auf der Familienfeier im Wohnzimmer vorführen. Statt den Zuschauern Angst einzujagen, zeigt der Film lediglich, wie viele bessere Horrorfilme die Filmemacher bisher schon gesehen haben. Das ist allerdings recht typisch für dieses Genre. Tatsächlich ist das mittlerweile von Filmen, die auf Festivals gezeigt werden, nicht anders zu erwarten. Was jedoch ganz und gar nicht zu erwarten war, war das seltsame beunruhigende Gefühl, das die Zuschauer der 22 Uhr Vorstellung von der ersten Sekunde an befallen hat. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Die waren besessen, Chad. Mördermill zeigt den Zuschauern nichts, was sie nicht schon unzählige Male gesehen hatten. Doch im Laufe des Films verstummten die hemmischen Kommentare der Kritiker des Genres. Sie wandten sich vor Nervosität auf ihren Sitzen und vergruben ihre Gesichter in den Händen. Unter den Zuschauern auf den Rängen kam es wieder und wieder zu oftmals gewaltsamen Gefühlsausbrüchen. An diesem Abend war ein allumfassendes Gefühl der Angst zu spüren, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe und auch nie mehr erleben möchte. Glücklicherweise wurden die Vorführungen von zwei Festivalbesuchern unterbrochen, die erst auf andere Zuschauer und anschließend aufeinander losgingen. Und diese undurchschnittliche Filmerlebnisse so zu einem wahren Albtraum werden ließen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war, aus dem Kino heraus zu sein. Ist es fair, einen Film zu bewerten, den man sich nicht zu Ende angesehen hat? In diesem Fall schon. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen, das könnt ihr mir glauben. Habe ich vor, mir den Film noch einmal anzusehen, um ihn anständig zu bewerten zu können? Nein. Und das liegt hauptsächlich an dem unterschwelligen Gefühl der Angst, das während dieses Films geradezu von der Leinwand triefte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trick der Filmemacher war oder wie sowas überhaupt funktionieren soll. Aber wer sich etwas so abgrundtief Böses ausdenken kann, kann sicher auch einen besseren Film drehen. Das ist voll Meta-Chat. Weil wir hatten doch auch vor kurzem, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, den Film im Kino gehabt? Wie hieß der? Der Boxfilm? Wo sich alle im Kino geprügelt haben und gestritten haben? K-Kreed, glaube ich, hieß der? War das K-Kreed? Die Legion. Mit Blut geschmiert. Das ist auch ein Killer, ne? K-Kreed war das. Da war, glaube ich, irgendein Kampffilm, ich weiß nicht, Boxfilm, Straßenkampffilm, auf jeden Fall irgendein Film, wo geprügelt wurde. Und viele Besucher haben sich währenddessen dann real life im Kino dann angefangen zu prügeln. Wie irgendwelchen Streitereien oder sowas. Das war irgendwie so ein Ding bei dem Film. Und alle dachten sich, das ist einfach nur so ein, da gehen einfach den Film gucken nur Leute, die halt generell so auf Prügelei aus sind, so Hooligans oder so. Aber eigentlich war es der Film. Wie der Film gedreht wurde. Der hatte etwas Verfluchtes, irgendwas Magisches an sich. War nicht so, Kegi, wir haben uns auch nach dem Film geprügelt. Tja. Ich habe da oben nichts gefunden. Doch, ich habe einen Schlüssel gefunden, ne? War unten noch eine Tür? War das eine Black Mirror Folge, wo so ein Film gezeigt wurde? Und alle, die den Film gesehen haben, werden so aggressiv und bringen alle um? Weiß ich nicht. Hier kamen wir rein oder so, ne? Wofür habe ich jetzt den scheiß Schlüssel bekommen? Das ist die Zeitmaschine. Sieht aus wie eine Waschmaschine von innen. Aber ich bezweifle, dass es eine ist. Ich glaube, bei Inszenius war das so, in irgendeinem Land die Kinos von Priestern gesegnet wurden, weil der Film wohl dämonisch war. Junge. Das war das Bild. Oder es war von Anfang an alles nur PR. Bei Creed hat sich niemand geprügelt. Bei Cilius gab es keine Priester. Er ist einfach nur PR. Damit Leute sich denken, was? So krass ist der Film? Den muss ich mir anschauen. Ach ja, stimmt. Ich habe den Schrank hier noch gehabt. True. Was für eine seltsame Szene. Okay, da kommt der Baum rein. Da könnte der Baum von unten reinpassen. Das ist eine Dead-by-Daylight-Map. Und der Baum-Chat ist dieser Baum, wo die Haken dran sind. Wo die Survivor dran gehängt werden. Man sah Videos zu Creed. Ja, die Leute denken, das waren Videos von Creed. Aber das war so irgendwie so zehn Jahre alte Videos von irgendwelchen anderen Sachen. Alles Fake. Glaub niemals dem Internet. Du kommst mit, Freundchen. Smile war aber auch ein cooler Film. Da soll ja heute Smile 2 kommen, ne? Aber da kam es schon raus. Nee, der kommt noch. Äh, ich bin dumm. Wo hast du den Baum mir reingesteckt beim Tragen? In ihrer Astral-Tasche. 17.10. Halloween. Halloween. Was ist das? Ein Spielzeughammer? Ich glaube, der sollte zu irgendwas passen. Ich guess dann hier jetzt. Wir haben noch das hier. Mein Gott. Doch nicht. Spielzeughammer? Chat? Was hat... Die Statue, du hast recht. Stimmt. Die habe ich ganz vergessen, dass es die auch noch gab. Hinterwäldler und sein Hammer. Wieder vereint. Gut. Schließen wir das Tor auf. Ich habe keine Astral-Tasche. Ich würde gerne eine haben. Was wartet wohl hinter der Tür? Kann ich das überhaupt wissen? Bibu, du, bibu, bibu. Vielleicht ist da ein Muster. Links ist die, dieser Jägerin mit der Maske. Oder sind es die... Köpfe? Ich denke mal... Ich denke mal... Ich denke mal... Ich denke mal... Da sind irgendwie so Totenköpfe. Da ist der Baum. Caesar beöffnet euch! Das war... Nicht so schlimm. Huiiii! Oh! Hier sind die Dead by Daylight Charaktere. Gefangen. Das ist... Das ist die Base von... Von der Entity. Da ist die Maske von der Jägerin. Da ist das Schwein, auf dem Michael Myers reitet. Huiiii! Mit... Geiler Flamme. Wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast... Ist doch, was du wolltest. Hurra! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe... Aber das nicht. Michael Myers reitet nicht auf einen Schweinswarn-Joke. Los, wir schauen uns um. Pass auf! Der sticht dich nur mit seinem Messer ab. Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Sind das alles Killer aus Dead by Daylight? Das ist wie ein Museum für... Shit. Keine Ahnung. Für Shit. Etwas Überirdisches. So viel steht mal fest. Da ist ein Drachenei. Das ist nach dem Film wahrscheinlich. Für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos gegangen ist. Nur die Krypte, not a Creed. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt... Totgetrampelt? Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung. Und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay. 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 Oh, okay. Oh nein. Okay. Gerade wird hier jemand verhaftet. Und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Das war eine Explosion. Eine Explosion. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht, ich kann nicht sehen. Oh Gott. Ach die Scheiße. Das ist also nach dem Creed-Film passiert im Kino crazy. Zum Glück war ich nicht im Kino. Victor-Spielzeug-Soldat. Vergleich mich nicht mit Victor, die mit C geschrieben werden. Getrocknetes Blut? Das ist der Held von Frankenstone. Da ist die verfluchte Kamera. Nein. Unmöglich. Das kann nicht sein. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Ja, den unteren Teil vom Helm haben wir ganz einfach gefunden, ja. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen. Manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Vielleicht ist... Wer ist der denn? Der Hausmeisterkiller. Was ist denn bei Daylight? Oh! Der hat sich ja komplett ausgenockt. One-Hit! Das ist Sam. Jetzt dies schon wieder, Mann. Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine... Er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie! Hm? Langsam wird es echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Haben die da drin gerade ein Portal geöffnet? Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Taschenwärmer, also. Chat? Ihr seid wieder dran. Ihr müsst wieder voten. Let's go. Rein da oder nicht rein da? Ein bisschen alky-schmalky oder eher nicht so? Auf einmal wird es ein Alk-Run. Vorhin, vorhin wolltet ihr absolut kein Alkohol trinken. Jetzt auf einmal rein da. Okay, klar. Danke. Ja, okay. Linda ist tot. Am Ende wird sie sterben. Oh, da ist nichts drin. Glück gehabt. Sie stirbt nicht. Ich kenne meine Grenzen gut, ist schon leer. Huchi. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Ja, aber sie stirbt in der Zukunft, weil wir jetzt Alkohol, also wenn Alkohol drin wäre. Du musst. Dann hätte sie in der Zukunft sterben können. Ja, ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hierbleiben willst. Okay, Chat, ihr seid wieder dran. Verspielt. Inwiefern geht dich das an oder abweisen? Nichts dergleichen. Aber Goku sagt, wir müssen unseren Grenzen überwinden. Also mehr Alkohol. Und wieso geht dich das was an, Bonnie Rivera? Hey, wenn ein Kaffee dieses eine Sache zu bieten hat, dann ist es rühlwarmer Klatsch und Tratsch. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Hält sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und West Side Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft es mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gerne mal live sehen. Ah, futsch, Schluss aus, Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging es eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Welt zu weg. Oh, ja, jetzt küssen die sich. Sie war cool, aber... Ich habe schon so ein bisschen so eine Spannung zwischen denen gespürt. Als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Welt ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja. Finde ich auch. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Ja, komm, das ist das Bild ab. Das Bild ab, Chad. Das kommt noch. Nächstes Mal küssen die sich. Sobald Mom nach Hause kommt, heißt es nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Heime. Aber jetzt frage ich dich. Aus nem Kuriositätenladen in der Stadt. Hm. Gab dann wohl nur die eine. Er. Okay, das war nicht die Tür. Imagine Dead by Daylight Game ohne LGBTQIA+. Diese scheiß Voke-Agenda heutzutage, ne? Jedes Spiel braucht diese Voke-Scheiße. Hasse Entwickler. Können diese dreckige Scheiße nicht rauslassen? Alles Homo-Shit. Wir finden gerade die, die Hand und das Glas und Chris sah irgendwas in der Kamera, aber sie kriegte Panik und dann war da dieses Geräusch und die Tür, sie zog sie einfach an und... Oh mein Gott, Bonnie, was ist gerade passiert? Oh mein Gott! Hey, hey Mann, alles gut. Wir sind da, alles gut. Nein, nein, es ist nicht okay. Wir müssen hier weg. Wir müssen sofort weg. So schnell wie möglich. Ich schreibe. Langsam. Chad, das habt ihr ihn aus ihm gemacht. Er hätte ein Held sein können, Chad. Das habt ihr aus ihm gemacht. Rick Stone. Niemand hat es bisher entdeckt. Zu sicher? Robert holte seinen Dad. Wo ist Chris? Die Tür. Sie zog sie an und sie ist weg. Chris ist weg. Schon okay, alles gut. Ähm, ich geh mal nachsehen. Bring ihn an die frische Luft. Aus. Ihr habt ihn wirklich zum Waschlappen gemacht. Sie kam also nicht hier durch. Wo bist du, Chris? Sie spielt gerade eine Runde Dead by Daylight. Sie sitzt gerade an irgendwelchen Generatoren. Äh, ich weiß nicht, ob... Den Schlüssel haben wir ja jetzt, denke ich mal, nicht. Das haben ja die anderen. Die Puppe haben wir schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt da in den Inventar teilen oder so. Aber hier gab es ja noch die eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Keine Ahnung, wo die war. Robert, äh, Robert, hast du nach Hause gelaufen? Papa ruft. Was kannst du uns denn erzählen? Er hat das einzig Richtige gemacht. Das wissen wir nicht, ob er ankam. Ich muss zurück zu Heimer und Bonnie. Das wissen wir nicht. Vielleicht kriegen wir das gleich noch mit. Oder am Ende kommt dann der Papa, wenn alles schon vorbei ist. Ach, Heimer und Bonnie warten sich ja draußen. Polizei kommt immer als Letztes. Ob denn alles vorbei ist. Wo seid ihr denn? Ich drehe hier noch durch. Zum Glück musste ich hier dann niemanden schieben. Wir müssen los. Wir müssen jetzt hier weg. Nein, nein. Wir müssen auf Linda warten. Linda. Nee, scheiß auf Linda. Scheiß auf alle. Heimer will nach Hause. Heimer will nach Hause. Was denn? Anscheinend hat es nur Chris gesehen durch. Die Kamera. Na los, weg hier, weg hier! Hui. Man sieht ihn nur in der Kamera. Lauf. Lauf! Was? Lauf, na los! Wieso rennen die alle? Wieso trennen die sich alle? Wieso trennen die sich alle? Boah, Kamera Obscura schlägt man wieder zu. Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Nee, in DbD hast du keine Cam. Vielleicht gibt es einen Cam-Perk oder so, aber in der Regel kannst du die Killer nicht mit einer... Du kannst Killer mit Taschenlampen abfacken und sie damit irgendwie slowen oder so. Wenn ich es da hoch schaffe, komme ich raus. Nein, 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 es ist hier! Wenn ich rausfinde, womit der verbunden ist, komme ich hier vielleicht raus. Okay, ich muss nötige Teile finden. Die gute Flaschenlampe. Die Taschenlampe kann man immer noch gut spielen, um Killer zu mobben. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Yo, ciao John, viel Spaß! Ja, Kabel führt hier hin. Ich muss einen Teilfin zum Reparieren. Also wenn man mit drei weiteren Freunden spielt und sich absprechen, kann man doch schon. Okay, nice. Für wie viel lässt du dich von der Entity killen? Ich will nicht... Lass mich nicht killen. Wir haben jetzt eine Love-Story, die wir aufrechthalten erhalten müssen. Ich werde hier nicht die Love-Story kaputt machen. Wir brauchen Kino. Jeder ist kaufbar, Kegi, sag deinen Preis. Wie viel hast du? Wo ist denn das Scheißteil? Ich finde das Teil nicht. Oder sieht man das nur in der Kamera vielleicht? Naja, Broke bin ich schon. Ja, mit Broke kann man nicht eine Entität besiegen. Oh, hier ist es. Oh nein. Das gute alte Zahnrad. 250. Mir ist Lindas Leben mehr wert als 250. Okay, Chad, jetzt geht's los. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab's versucht, okay? Ich hab's versucht, okay? Ey! Ich hab gedrückert. Linda, lauf! Es ist... Es ist... Nein, nicht der Haken. Linda. Nein, ich hab... Ja, wo ist jetzt mein Hunni? Ja, einer kann sich noch runterholen. Bonny kommt noch runter und holt sie. Herr Kitschert, ihr seid dran. Es ist lange her, was zur Hölle machst du denn hier? Ist euer Game wieder. Ich hab sie mit Absicht gemacht, ja, weil ihr mich alle mit Geld gelockt habt. Danke, Moritz. Johoho, johoho. Wenn der Haken kommt, bin ich woanders wo. Ist ne Weile her, ne? 20 Jahre mindestens. Ich zähle die Jahre nicht mehr. Gut für dich. Wirkst ziemlich rüstig für den alten Mann. Tut mir leid. Aber Nettigkeiten müssen wir uns sparen. Uns bleibt kaum noch Zeit. Wir müssen reden. Äh, Entschuldigung. Ich zähle die Jahre nicht mehr. Wie genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren? Oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddy, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opi. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller Anderen. Chat, ihr seid dran? Skeptisch oder besorgt? Glattst du wirklich an einen Fluch? Deine Worte begeben keinen Sinn. Groß, danke schön. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ist einfach morgens Walking Dead. Ja, gleich holt er sich noch einen Stab. Und kämpft dann mit seinem Stock. Wie Wukong. Pupu, 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 pupu. Ja, wenigstens einer hätte hier sein Wort. So. Okay, Sam. Deine Worte ergeben keinen Sinn. Geht's dir echt gut? Du bist zu alt, um Geheimagent zu spielen. Ich bin so fit wie nie zuvor. Und alles, was ich dir erzähle, ist wahr. Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein, tut mir leid. Sag mir, einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und sie? Wir haben alle unser Stück. Hier ist alles safe. Oh Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Wir leben alle. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Herr Officer. Und ihr habt es abgelegt. Richtig? Oh, man hat so eine Pillen nicht. Schau, da haben wir abgelehnt. Ihr seid wieder dran. Aber hier ist Linda. Also entweder ist die Linda, die gerade auf dem Haken hängt, in einer anderen Timeline. Oder Linda kann gar nicht sterben, weil sie auch hier ist, in der Gegenwart. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Der Sohn ist gestorben. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Es ist etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es ist reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Sagt ja der richtige Bruno Stanford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Zeitreise. Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert? Und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Von Robert hat er das geklaut. Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganova. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Äh, sollten wir ihm folgen? Stan in the mirror, Alda. Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat? Meint ihr das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaub nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. Wo ist eigentlich Augustine? Wo treibt sich die Alte rum? Gang. War das vorhin verschlossen? In ihren Privatdinks. Aber wieso lässt sie die hier einfach... Keine Ahnung. Hier rumlaufen? Da einbrechen? Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Stanislaus! Komm zurück, Stanislaus! 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 Ach, die hat grad'n Fortnite-Turnier. Wo ist der hin? Warum ist das hier? Das... Willkommen zurück aus ihnen! Das war der... Habt ihr es gegettet? Habt ihr es gegettet, Chad? Das ist der Fernseher aus der Vergangenheit. Wir haben noch in der Vergangenheit in dem Atelier einen Fernseher angemacht. Und da hat man so einen Gang gesehen. Und hier in dem Fernsehen haben wir genau die andere Sicht gesehen. Also die Zeit von 1980 und 224, die waren irgendwie miteinander connected. Durch die Fernseher gerade. Ja, als wir da in dem Atelier den Fernseher angemacht haben, haben wir natürlich die Zukunft gesehen. Hier haben wir jetzt quasi die Vergangenheit gesehen. Was ist das für'n Geräusch? Läuft hier ein Killer rum? Stan! Sean! 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 Das hat mir noch gefehlt. Das sind ganz viele Survivor, die aufgespießt wurden, so auf Haken. Das sind diese komischen Haken von Dead by Daylight, ne? Die so lebendig aussehen, irgendwie ein bisschen. Das ist die Waschmaschine! Wo zum Hölle bin ich hier? Das ist Chris, oder? Ist da wirklich jemand drin? Das ist Chris. Wer ist da drin? Das sieht nach einem Muster aus. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ich komme hier an den ganz äußeren Kreis nicht ran. Ich glaube, den kann man nicht bewegen. Okay, da ist was passiert. Das ist gut. Ich hoffe, ich muss... Nein, wirklich! Hilfe! Hilfe! Ich bin zufrieden, Theo! Ich bin zufrieden, Theo! Ich wusste schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Ich wusste schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Gut, das funktioniert. Jetzt nur noch zwei dieser Ringdinger. Gut, das funktioniert. Okay, ich hab's gecheckt. Also, seit vorhin hab ich auch schon gecheckt, aber... Hey, Paul. Da muss man einfach nur die Lichter miteinander... ...connecten. Kannst du dich bei einem Rätsel ewig hängen willst, nepp mal? Nee. Wir ziehen das jetzt hier durch. Wir brauchen Schieberätsel, nein, brauchen wir nicht. Wie geht es dir da drin? Wie geht es dir da drin? Hast du Hunger? Oh, sie sagt doch blöde Frage. Was? 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 Das heißt, Christine ist jetzt durch die Zeit gereist. Nee, Christine. Chris. Was? Ihr seid schon bei der Playstation 5? Siehst du, zurücklassen wäre die richtige Entscheidung. Aber jetzt hätten wir... ...Heime und Chris in der Zukunft. So, Rural. Robert sucht seinen Papa. Papa! 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 Bist du okay? Oh, da kommt Augustin jetzt. Was ist, junger Mann? Äh, gar nichts. Ich, äh... Ich helf dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was. Ich suche nur meinen Dad. Ich habe Kekse. Den Sheriff? Oh, den Sheriff. Ja. Hast du ihn gesehen? Oh ja, schon. Äh, wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orden auf. Halt! Wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Ach, gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Ich war gegen Augustin. Ich hasse solche Leute, was? Alte Menschen? Sie kamen sicher hier vorbei. Ich, äh, wäre mir hierüber gar nicht sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Chat, ihr seid wieder dran. Tut mir leid, du schuldest mir mehr Antworten, du Bitch. Oder? Sie will mir Freiheit geben, du Arschloch. Bei mir hat ein Laden aufgemacht mit Chicken im Namen. Dachte mir, ich bestelle da mal und dann kam bei denen aber kein Chicken bestellen. Okay. Keine Lage. Keine Lage. Und warum? Du verhältst dich wie ein Irrer. Schleichst herum? Greifst Leute an? Nicht der Sam Green, den ich kenne. Hey, Stan hat's verdient, okay? Stan hat den Schlag verdient. Nur einmal warst du so komisch, als du Chris, Jaime und mich beim Stahlwerk erwischt hast. Ach, ja. Damals dachte ich, ich sei zu hart mit euch umgegangen. Aber jetzt, da ich mehr weiß, die Kamera zu beschädigen war gut. Aber du hast sie nie beschädigt. Natürlich habe ich. Dir geht's nicht gut, oder? Ich werde alt. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Er ist aus einer anderen Zeit, ja? Er ist aus einer anderen Zeitlinie. Was meintest du damit, dass das alles wegen Siederhills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Siederhills war und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist? Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg? Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid, aber ich war es immer. Was ist? Er kommt quasi aus der Timeline, wo wir die anderen spielen. Er hat die ganze Scheiße mitbekommen, die wir dort durchlebt haben. Sie ist aber aus einer Zeitachse, wo vielleicht nicht so viel Scheiße passiert ist. Nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Weil sie nie die verflugte Kamera bekommen haben. Weil sie sie nicht kaufen mussten. Sie finden, bevor der Himmel senkt sich wieder und es ist... Ah. Er braucht seine Drogen. Chat, Beutel oder Tagebuch? Schnell! Chat, schnell! Was klauen wir zuerst? Beutel oder Tagebuch? Vielleicht steht er dann auf und wir können uns nur eins von beiden anschauen. Wie wenn die Entity dann Survivor mitnimmt? Kommt dann der Himmel runter in Dead by Daylight oder was? Hallo! Sorry, Chat. Ganz ruhig. Ist schon gut. Vielleicht hat das Gamepad nicht meine Hand gehalten. Dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt! Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Okay, Chat. Unterstützend oder widerwürdig? Ich helfe dir, Sam. Du machst es mir schwer, dir zu trauen. Ja, ich vergesse das. Ich muss immer mein Handy... äh, mein Handy. Immer mein... mein... Gamepad in der Hand halten. Ich darf es nicht loslassen. nicht direkt der Himmel, aber die Entity. Meinst du, er wird gerade... in die Kluft geschickt? Dass er dort... als Survivor auftreten soll? Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant. Gut ist es nicht. Richtig. Hey, vielleicht beklauen wir ja gar nicht mal so gut. Hä, er ist weg. Sam? Sam? Der Himmel kam runter. Sam? Hallo? Sam! Schon! Das war's mit Sean. Also das ist... auf jeden Fall etwas. Da fallen ganz, ganz viele T-Shirts. Willkommen in der Kluft, Beschwörer. Da ist nur ein Killer. Okay, das ist kein Killer. Das ist ein Arm. Gewaltstreifen sorgt für Kino, Blutbad. Eine Vorstellung von Murder Mill... Moment. Diese Vorstellung gab es nie. Was ist das? Ein Low-Budget-Horrorfilm, der hier in Saddle Hills entstanden ist, soll für die jüngsten Ausbrüche von Massengewalt und Chaos in Kinos im ganzen Land verantwortlich sein. Vergangene Nacht kam es in Sacramento zu einem weiteren dieser Vorfälle. Dort endete die Vorstellung des Films Murder Mill in einer Massenschlägerei, bei der insgesamt 13 Menschen verletzt wurden und drei davon schwer. Mörder Mill wurde im stillgelegten Stahlwerk von Saddle Hills gedreht und anschließend landesweit veröffentlicht. Böse Zungen behaupten, die Macher des Films hätten Profit aus dem berühmt-berüchtigten Drehort geschlagen wollen, an dem der Serienmörder Frank Stone vor über 20 Jahren grausame Verbrechen verhebt hat. Seit der Veröffentlichung ist es bei der Vorstellung des Films wiederholt zu Gewaltausbrüchen gekommen. Die Schlägerei in Sacramento ist dabei lediglich der jüngste Vorfall von vielen. Erst vergangene Wochenende waren während einer Vorstellung in Jersey City vier Männer und eine Frau verhaftet worden, denen vorgeworfen wird, eine 17-Jährige und ihren Bruder zu Tode geprügelt zu haben. Nachdem ein Kino im Raum Dallas den Film gezeigt hatte, erwirkten zwei Männer auf offener Straße vor den Augen bestürzter Passanten eine Person, bevor die örtliche Polizei einschreiten und das Feuer eröffnen konnte. In dieser Nacht wurden mindestens neun Menschen verletzt, vier davon schwer. Viele Kinobesitzer haben Mörder Mill bereits aus dem Programm genommen, doch es werden immer mehr Stimmen laut, die fordernden Filme komplett zu verbieten. Bryn Newcomb, der leitende Produzent des Films, weist den Vorwurf, sein Film sei für diese Gewaltsamen verantwortlich, jedoch verhemmt zurück. Er sagt, ich bin in Gedenken selbstverständlich bei den Opfern und ihren Angehörigen, aber es ist absurd zu glauben oder zu behaupten, unser Film und die nötigen Bedingungen für diese landesweiten Massengewalt geschaffen. Zu der Frage, warum der Film die einzige Verbindung zwischen den Vorfällen sei, wollte Newcomb sich nicht äußern. Okay, und sie, ihr ist das alles gar nicht bekannt. Sie, die eigentlich den Film mitgedreht hat. Ihr ist das Szenario gar nicht bekannt. Also ist die Zeitung auch aus einer anderen Timeline. Und ich dachte, merkwürdiger kann es nicht werden. Die kenne ich auch. Das steht bei Daylight. Fuck hell, Neffs. Ist das vielleicht, weil du die andere Linda hast sterben lassen? Ne, die ist ja nicht tot. Die hängen nur am Haken. Die anderen Survivor können sie noch holen. Ich glaube, in der Vergangenheit spielen wir gerade wirklich das aktuelle Dead by Daylight. In der Vergangenheit wurden die Teenies dort auf eine Dead by Daylight Map gezogen oder so. und werden von diesem Killer angegriffen. Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Okay, in dieser Timeline ist ein ganz anderer Film entstanden. Und das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Das ist der Mandela-Effekt, ja. Die Silinder kennt das alles gar nicht. Die Silinder kennt den ganzen Vorfall von 1980 gar nicht. Für sie war das ganz normal. Sie haben den Film gedreht und das war's. Sie haben keine zweite Kamera kaufen müssen. Sie hat nicht diesen komischen Kontakt zu diesem Monster gehabt. Gar nichts. Aber in irgendeiner Timeline wurde aus diesem Film nicht einfach nur irgendein Low-Budget-Trash-Film, sondern irgendeine verfluchte Scheiße. quasi dort mit der verfluchten... Da sind ja ganz viele Versionen aus verschiedenen Timelines oder so wahrscheinlich. Ja, Terra. Terra 14. Irgendwie so andere Versionen. Ja, der Song war gerade nice, ne? Hey! 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 Ganz ruhig! Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Und zwar... ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider... könnte es schon zu spät sein. Komm schon! Stopp! Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuch erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Kann auch irgendwie zwischen den Zeit-Timeline springen. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich... Ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie... höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda! Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Ich frage mich auch... Liegt das nur an der Darstellung? Dass er nicht so alt aussieht? Und deshalb stellt sie das gar nicht in Frage. Aber er müsste ja eigentlich irgendwie 30 Jahre älter als sie sein. Und er sieht halt null älter aus als sie. Der müsste eigentlich ein fucking alter, verkrüppelter Mann sein. Der müsste jetzt irgendwie schon 90 sein oder so. Und weil die das ja nicht in Frage stellt... Frage ich mich, liegt das einfach an der Darstellung? Das ist einfach nur mies... Dass er einfach nur ein schlechtes Model bekommen hat? Ja, der eine hat das so angemerkt. Aber sie, die ihn von früher kennt, hat gar nichts dazu gesagt. Hätte nichts bemerkt, als du ihr ankabst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als... L-L-L-L-L-L! Wow! Wow! Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Three you want. Und wieder der Wechsel. Meine Nachbarn rauchen wieder ihre Ganja-Shit. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität. Eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gewandt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstanden. In jedem von uns ist ein Frank Stone drin. Ich muss mal daran denken, dass ich dem Nightbot sage, er soll nicht Clips timeouten. Ich vergesse es immer wieder. Scheiße. Was? Die Hülle-Shit lebt noch. Alles gut, ich habe alles im Griff. Ja, die Augustine ist auch hier. Man muss Leertaste spammen. Oh, das klang irgendwie... Nein. Das ist jetzt gesund. Alles wird wieder gut. Ohhhh. Komm schon. Na, Kamera. Kannst du gehen? Junge, jetzt vermutet die doch mies. Ja. Gehen wir. Auahhn. OhMS. 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 Generatoren. Diesmal wählen wir alle denselben Weg? Auf geht's! Und? Auch mit dir! Ja, genau! Mit dem Loch in der Schulter! Das ist das Adrenalin-Chat. Das ist das Adrenalin-Kick. Habt's schon gespürt? Sie verspürt gerade gar keinen Schmerz. Okay, wir hätten jetzt Heime verlieren können. Wie es aussieht. Wie ist die ganze Zeit jetzt wechselt zwischen den ganzen Storys? Ich bin da aus auf Madness. Wir sind halt in jeder Timeline so für fucking 10 Sekunden drin. Äh, alles okay? Bonnie? Was? Ah! Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Leute, sie denkt das ist Bonnie. Was ist... Was ist das? Äh, alles okay, äh, alles okay. Ah! Du bist... nicht... Bonnie? Entschuldig! Nein, ich... Schere! Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Chat, ihr seid dran. Sie ist die Schwester meines Freundes. Sie ist deine Mutter. Sie ist die Schwester meines Freundes. Sie ist deine Mutter. Ha! Das mit dem Freund wär gelogen. Ja, sie ist grad so ein bisschen noch unter Schock. Der hat das noch nicht realisiert. Deine Mom? Aber das... Wie kann das möglich sein? Du redest von Bonnie Rivera, stimmt's? Ja, sie war... Sie war... gerade... hier. Aber wir waren... Meine Mom starb vor ein paar Wochen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wir waren im Werk und haben gedreht. Der Film war gerade fertig. Was zum Teufel? Stand in the mirror. Maddie! Oh mein Gott! Da ist dieses Ding! Ich will mich umbringen! Und was wird der verfolgt? Was geht's hier? Vorsicht! Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie... Sie war hier! Wie kamst du her? Weiß nicht. Ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung! Stan! Du willst nicht hier sein. Glaub mir! Waren bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Jetzt reisen sie zu dritt in die Vergangenheit. Chad, ihr seid wieder dran. Ich muss es versuchen oder ich will nicht zurück. Chad. Schickt ihr sie zurück oder nicht? Moment, beides ist... Nee, doch nicht. Als ob das noch so am Ende... Bitte! Nein! Es war 50-50! Es war 50-50! Es war 50-50! Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber im Moment ist es hier auch nicht so sicher. Wir sollten los! Das ist sicher keine gute Idee. Das Ding, das mich jagte, ist noch da! Wir sollten Linda suchen gehen. Linda? Kennst du Linda? Linda Kessel? Oh, jetzt verstehe ich. Bissen Sie ihr Hund, was? Bist du ihr gefolgt? Gefolgt? Nein, wir sind zusammengekommen. Aber sicher. Wo ist sie? Ich muss sie sehen! Okay, normalerweise habe ich kein Interesse an perverser Stalker-Scheiße. Aber... Ich könnte euch einander vorstellen. Wenn der Preis stimmt. Halt doch deine Schnauze, Stan! Oh! Nein! Ich hab mein Geld für dich in der Hand gehalten! Nein! 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 Wieso passiert das denn so plötzlich?! Ich lass nie wieder dieses Gamebett los. Nein! Oh nein! Nein! Scheiße, du bist weg. Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Das ist Augustin! Oh, nein! Mann! Der erste Tod! Fuck! Junge, den hat's aber ja komplett zerschmettert. Uuuuh! Robert hat dein Erste-Hilfe-Set dabei. Die Erste-Hilfe? Let's go! Junge, du kannst deine fucking Faust durchstecken. Die sollte das eigentlich gar nicht mehr überleben. Die müsste eigentlich schon mies verbluten. Das war so ein spannender, interessanter Charakter. Okay, das hilft ein bisschen. Danke, Doc. So gut wie neu. Erste-Hilfe-Set-by-Stand gleich. Wir müssen irgendwie hier raus. Ja, also... Wie? Da ist der Grün. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Scheiße, er kommt. Junge, und direkt schon wieder die Nächsten. Wie es die ganze Zeit hin und her wechselt. Ich sehe gar nichts. So seltsam. Alles okay? Ich bin etwas weniger... benommen, aber... Der Typ ist... gestorben. Vor unseren Augen. Ja. War er dein Freund? Ich kannte ihn nicht sehr gut und... Er war eine echte Nervensäge, aber... Er war okay. Das hat er nicht verdient. Niemand verdient sowas. Ja, Stan. Ja, ich weiß nicht. Wenn es besser geht, kannst du mir vielleicht erzählen, wo du hergekommen bist. Woran du dich erinnerst. Vielleicht hilft das? Was? Du meinst, Linda ist hier? Linda Castle? Ja, genau. Wir müssen sie finden, bitte. Wir sind Freunde. Ja, ja. Gute Idee. Suchen wir nach Linda. Ich hätte gerne einen Clean Run gehabt, aber... Wenn er der Einzige ist, der stirbt, bin ich, glaube ich, auch okay damit. Sie weiß nicht, dass du hier bist. Zumindest hat sie es nicht erwähnt. Oh, aber ich war doch eben bei ihm. Ach so? Ich... Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht. In meinem Kopf ist alles durcheinander. Hey. Wow, ein ganz normaler Raum. Kaum zu fassen. Das ist der Schutz. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Warte, warte, ich kenne das. Das war... Nein, nein, das kann ich nicht. Was? Das gehörte einem von Frank Stones Opfern. Frank Stone? Der Killer. Aus dem Stahlwerk. Aber wie kommt das hier her? Ich hab's auch gesehen. Da war ein Buch, in dem stand, dass es irgendeine Art Schutz bietet oder so. Ich dachte, den gibt's nicht wirklich, aber... Also, sollte es eine von uns tragen? Zum Schutz? Chat, ihr entscheidet. Chat, ihr entscheidet. Wie ausgeglichen das ist! Okay. Ja, doof gelaufen, Chris. Vielleicht trage ich ihn mal ein wenig. Und, naja, wenn ich sterbe, war's halt Quatsch. Ja! 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 Das ist halt nicht viel egoistisch. Hey, mach dir jetzt keine Gedanken. Wir gehen einfach weiter. Hey, mach dir keine Gedanken. Was ist das denn? So, ich bin, ich bin geschützt, du nicht. Einen muss es ja treffen, ne? Mach dir keine Gedanken. Sieht öde aus. Aber vielleicht trügt der Schein ja... Die Etymologie Ostenglanz, die Geschichte von Leons. Versteckte Bedeutungen. Da unsere Sprache sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist man sich über die Etymologie bestimmten Ortsnamen oft uneinig. Selbst scheinbar völlig offensichtliche Namen verfügen nicht selten über eine Unzahl verschiedener Bedeutungen. Historiker zweifeln beispielsweise daran, dass es in der Stadt Woodbridge in East Anglia je eine Holtbrücke gegeben hat. Und selbst wenn es eine gegeben hätte, ist es angesichts des Aufbaus der Stadt und der Technologie der ältesten aufgezeichneten Siedlungen unwahrscheinlich, dass die Brücke als innovative genug erachtet worden wäre, um die Stadt danach zu benennen. Oh, lol. Dass man dann manche Bedeutungen einfach vergessen hat. Hallo. Oder nicht dokumentiert hat. Alles andere als öde. Dass vielleicht mal es eine Zeit gab, wo Bridge noch eine andere Bedeutung hatte. Zum Beispiel sowas wie... Keine Ahnung. Dann war Bridge mal früher nicht nur Brücke, sondern auch mal Wort für Ballast oder so. Der Mensch scheint durch sein Blut an diese Welt gebunden zu sein. Denn wird es vergossen, findet er sich in der nächsten wieder. Wenn eine Seele also auf natürliche Weise von einer Realität in eine höhere gelangt, wenn ihr Blut vergossen wird, ist es doch nicht weiter verwunderlich zu erfahren, dass dieses Blutvergießen die Aufmerksamkeit der höheren Realität auf sich zieht. Daraus können wir schließen, dass allein das Nehmen eines Lebens und nicht etwa die Reise unserer Seelen diese beiden Welten zusammenführt. Ey, ey, ey! Ich war noch nicht fertig. Die Zusammenführung kann selbstverständlich nur von kurzer Dauer sein. Denn sonst hätten die unzähligen Tode in unserer Welt längst zu einer dauerhaften Verknüpfung weitergeführt. Gesetzt den Fall, dass diese gegenseitige Annäherung zeitlich begrenzt und möglicherweise auf Orte und Momente beschränkt ist und an denen ein Leben genommen wird, können wir davon ausgehen, dass wir in der Lage sein sollten, sie durch das vorsätzliche Opfern von Leben zu erzwingen. Diese Opfer erlauben es uns, unsere eigenen Tore zwischen dieser und der anderen Welt zu erschaffen und sie möglicherweise zu passieren, während wir noch am Leben sind. Oh, welche Weisheiten uns in den Welten der Alten wohl erwarten, welche Wissen wir durch ein weiteres Opfer gewinnen können. Oh mein Gott, glättert doch nicht. Chad, was ist wenn? Die Rückkehr hingegen ist ein anderes Thema, wenn der Tod unserer. Vielleicht ist jetzt gerade diese Augustine aus dem Portal gekommen, nur weil Stan gestorben ist. Wäre Stan nicht gestorben, dann wäre sie gar nicht durchgekommen. Weil durch das Blutvergießen hat sich ein Tor geöffnet. Und so würde man den Brückenballast nennen, Bridge Bridge. Wow, ein Geheimgang. Wie viele Geheimhänge hat diese Frau in diesem Haus? Na klar, ein Geheimgang. Warum auch nicht? Wer kümmert sich eigentlich um die ganze Scheiße? Die ist doch nicht hier alleine. Der Typ war ein Killer? Oh Leute, der sah so unkillermäßig aus. Ich hab das gar nicht in Frage gestellt. Ich komme jetzt zurück wieder. Ich kann gar nichts sehen. Und wieder andere Timeline? Der sieht aus wie ein K-Pop-Idol. Bing, bing, bing. Du musst das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenn dich nicht mal. Linda! Wo ist Stan? Er ist tot. Was? Ah, dieser Volltrottel. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen? Er war ein Mensch und er ist tot. Ja. Was euch vor Augen führen sollte, wie ernst die Situation wirklich ist. Für uns alle. Junge, er ist nicht einfach nur tot, er ist super tot. Und jetzt ist er tot. Zerstückelt hat er? Meines Wissens, ist das deine Schuld? Glaub mir. Super tot. Ich mochte den Kerl nicht, aber... Ich glaube dir kein einziges Wort. Stan ist ein von Chad. Du bist nicht Sam Green. Du bist nicht aus Cedar Hills. Ich gebe zu, zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin... Stimmt, wo ist eigentlich Chris? Du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitte schön heißen? Chad, ihr seid dran. Ihr seid wieder dran, Chad. Du kannst nichts davon beweisen! Oder Sam könnte recht haben. Aber ja, wo ist Chris hin? Wäre jetzt interessant, ihre Reaktion auf Linda zu sehen. Und Lindas Reaktion auf Chris. Vor einer Stunde hätte ich das nicht gesagt, aber nach dem, was ich erlebt habe, glaube ich, Sam hat vielleicht recht. Augustin belügt uns. Was auch immer sie tut, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Du hättest die Kammer sehen sollen und das Mädchen... Ich misstraue Augustin, aber diesem Mann noch weniger. Wer Augustin auch ist, zumindest behauptet sie nicht aus deiner Vergangenheit zu sein. Jetzt kommt Chris rein. Linda! Ja, da kommt sie. Linda! Bing, 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 bing. W-was ist passiert? Wir waren im Stahlwerk und... Was? Du bist so alt! Ey! Chill! Die wird direkt persönlich. Ist das etwa euer Film? Wie Linda einfach nichts sagt. Ja, ist es. Eigentlich führe ich Regie. Chris war bei der... Hast du dein Stück vom Film? Ja. Dann zeig's mir. Warum sind diese Filmbänder so wichtig? Mari? Ich muss den echten Film sehen. Was? Nein. Wo ist es? Nein. Nein, 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 nein. Es war genau hier. Es war hier drin. Stan hat die alle geklaut? Ah, nee, die hat die alle geklaut. Was ist mit Stans Stück? Hat es jemand gesehen? Die Scheiße. Was ist damit? Als ob das dem nicht aufgefallen ist. Es muss noch in seiner Tasche sein. Also die Schatulle, die sie hatte, als sie sie zurückbekommen hat, als ob sie nicht gemerkt hat, dass da nichts mehr drin wackelt. Die andere, die den Brief zurückbekommen hat, als ob sie nicht gemerkt hat, dass der fucking Briefumschlag leer ist. Bei der Leiche. Ich weiß nicht. Kannst nicht sagen. Augustine zieht dir eine Menge Fäden. Sie war uns meilenweit voraus. Herr Niko. Hey! Hast du was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Warum lässt sie uns den Film ansehen? Oh, Chad, wisst ihr, was gleich passieren wird? Die, die gerade das auf der Leinwand sehen, werden quasi sowas wie jetzt einen Livestream bekommen. Von denen. Aus der Vergangenheit. Simon! Simon! associ цветet. Wie? Der Haken, der Haken! Ey, die waren doch kein zweites Mal am Haken. Die sterben doch erst beim zweiten Mal aufhaken, Chat. Guck mal, die sehen das wirklich live. Alles prediktet. Ich hab die Story geschrieben. Beim dritten Mal. Nein, nein, so war es nicht. Okay, Chat, let's go. Tröstend oder aufgebracht? Ihr seid dran. Sie sieht ihre Mutter zum zweiten Mal sterben. Beim zweiten Mal muss man ein Quicktime-Event machen. Ja, aber die waren noch nicht einmal drauf. Das war gerade die erste Haken-Erfahrung. Ach, die hat die ganze Zeit Leertaste gespammt und versucht zu entkommen. Und dadurch ist der Timer hier schnell auch gegangen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier weg! Ich muss nach Hause! Augustine, Augustine! Was hast du da fabriziert? Nein! Ja! Endlich kommt sie zurück. Und direkt Cut. Wir sind bei Robert und Sam. Robert! Nee, das ist nicht Five Nights. Das ist Depper Daylight. Das ist andere Welt. Das war von... Klingt wie ein Gorilla-Käfig. Ich weiß. Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber Dev... Ah! Ah! Nee, 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 nee. Robert, du gehst da rein. Finde die Teenager. Teenager. Teenagers, where are you, Teenagers? Boah, was mit ansehen. Au, da hängt sie, Lil! Gott! Ich bin zu spät! Nein! Nein, Dad, Dad! Ich bin's! Ich bin's! Verdammt! Ich... Ich bin's! Was ist passiert? Ich hab' keine Ahnung, was du spielst, die Seckstunden war einfach nur geschätzt. Wegen dem Preis. Warte, ich komme mit dir. Ich hab' keine Ahnung, wie lange du spielst. Ich hab' keine Ahnung, wie lange du spielst. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du gehorchst. Tut mir leid. Nein. Nein. Tut mir leid. Geht das überhaupt, Chad? Kann man so an einem Haken hängen? Wird das nicht das komplett aufreißen? Wegen dem Eigengewicht? Oder schafft es der Knochen hier, das alles zu halten? Und die Muskeln? Wollen wir das mal testen? Ja, wenn sich jemand freiwillig meldet. Ha. Ja, es ist ekelhaft. Ja, ich mache dazu einen TikTok. Genau. Kamera. Das muss mit diesen Kids und ihrem verflixten Film zu tun haben. Linda? Ich bin's. Reime? Ich bin's. Sam. Sam Green. Ich hab euch gesagt, komm nicht hier hin. Verdammten Scheißkinder. Ihr hättet einfach auf mich hören sollen. Oder hängen. Diese Kamera. Vielleicht ist sie ja der Schlüssel zu allem. Etwas stimmt nicht. Ich glaube, er ist hier. Wo ist der? Ich find's frech, dass ich nicht mal Bonnie retten konnte. Das ist nicht mal bei Bonnie ein Quick-Time-Event bekommen, aber gar nix. Ich weiß nicht, ob die ganzen Entscheidungen vorher darauf hingespielt haben, dass Bonnie deshalb gestorben ist. Und man hätte das vorher irgendwie verhindern können. Durch die Aktionen vorher. Wegen dem Alkohol, ja. Wegen dem Alkohol, ja. Der dreht selber weg? Oder hab ich einen Jerko und Drift? Meine Güte. Ich hab einen Jerko und Drift oder so. Ich mein, wir haben hier diese Schicksale. Aber hier ist kein Schicksal von Bonnie. Wir haben nur die drei Schicksale von Jamie, Chris und Linda. Hier Madison und Linda nur. Vielleicht, weil die tot sind. Deshalb sehen wir das nicht mehr. Jetzt mal Bonnie geknutscht, Junge, ich war voll drin. Ich war komplett bereit. Hilf mir! Sam! Oh Gott, sehr dank! Bitte hilf mir! Nee, Bonnie muss nicht leben. Wir haben ja den Plot mit den verschiedenen Zeitlinien. Tut mir leid, Junge. Das wird wehtun. Fuck! Verflucht. Stopp. Das hat ihn auch erwischt und aufgespießt. Ja, aber so am Bauch. Du bist okay. Okay, da kann es dich nicht festhalten. Nein. Wo sind die anderen? Chris ist tot. Nee, nee, lebt. Linda. Das hatte sie. Meine Schwester. Das Ding hat sie auf einen Haken gespießt. Das wäre sie nicht. Und Linda ist durchgedreht. Sie hat das Ding mit der Kamera gefilmt, als ob sie es damit verletzen könnte. Und irgendwie hat es geklappt. Es wollte weg, aber Linda wollte es dafür bezahlen lassen, was es Bonnie angetan hatte. Wir sind ihm nah. Bis hierher. Wir wussten nicht, dass das seine Absicht war. Der klingt nicht wie Marty auf. Rame. Deine Schwester. Es tut mir leid. Stimmt jetzt auch? Er erwartet, dass wir fliehen. Kein Quick-Term-Event. Du bleibst hier. Vorerst. Ich hole dich hier ab, sobald ich Linda gefunden habe. Ei, ei. Captain. Ach so. Alles in Ordnung? Digga, ich habe ein Loch im Bauch. Alles in Ordnung? Fick dich. Ei, ei. Captain, Junge. Entfesselungskünstler. Ja, er sieht eigentlich nach den Snacks fragen sein, bevor er geht. Bevor du gehst, hast du Snacks? Ja, der wird ja da mies verbluten, in deiner Ecke. Der liegt denn scheiße? Der wird jetzt da ausbluten wie ein Schwein. Das war's mit ihm. Blinder. Blinder. Scheiße. Ich muss ihr helfen, bevor es zu spät ist. Aber ist cool an sich, dass man so dieses Dead by Daylight-Konzept quasi in so einem Singleplayer-Game eben durchlebt. So mit etwas etwas größer inszeniert. Dass du nicht einfach wie bei Dead by Daylight einfach kurz zum Haken rennst und ihn abhebst, sondern wirklich hier so einen kleinen kleinen Labyrinth hast, wo du die suchen musst. Der ist sehr nah. Das ist hier safe, oder? Okay. Kannst du stehen? Was haben die mit Linda gemacht? Und die mit Linda kann ich nicht verstanden? Lobby! Das war's. Was ist los? Was? Weg ist es. Ja, da war so ein Cut dazwischen, ihr müsst das bedenken. Das war ein Cut dazwischen, weil wahrscheinlich ab dem Punkt verschiedene Szenen geladen werden können. Wahrscheinlich gab es kurz einen Cut, weil das sich darauf bezieht, kommt jetzt Heime rein oder kommt Heime nicht. Deshalb gab es so einen komischen, weird gesetzten Cut. Und dann, also es ist quasi, du kommst nach diesem Punkt und dann gibt es einen Cut und dann wird entschieden, welches Video jetzt als nächstes kommt. Und dann, ja. Ist ja immer bei diesen Spielen so. Deshalb war das irgendwie super komisch gerade. Der ist so ein Werbungscut. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Aber nee, ich denke mal, da war so, du hättest jetzt verschiedene Videos bekommen können. Haben wir es gestoppt? Ist es vorbei? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Tiso, Dankeschön für 46 Monate. Man saugt die also irgendwie in die Kamera einfach nur ein. Indem man sie filmt, speichert man sie dann auf den Filmen. Und dann sind sie in der Kamera gefangen. Das war erst der Anfang. Credits. Alter, geiles Glashaus. Wir sollten jetzt nicht mit Steinen werfen, wer im Glas haussetzt. Ja, deshalb will Augustin die Filme haben, ne? Weil überall die dort vielleicht abgespeichert sind. Und die sammelt die Viecher. Oder so. Juhu, die vergucken sich das gerade alles live an. Du hast einen Scheißfilm. Was willst du noch? Du, du hast mich belogen. Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast mir versprochen. Ich kann nichts dafür, wenn du meine Versprechen falsch verstehst. Meine Mom ist gestorben. Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt. Ein Reisender ist nur so stark wie sein Gefährt. Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Nein, ich habe Chris noch extra gerettet. Ihr Mom, nein. Sam, hilf mir mit dir. Jetzt wurde schon wieder kurz geladen. Der richtige Auge, wie wir fallen. Mann, Chris. Lauf doch jetzt. Da geht's eher. Dann nehmen ihn halt. Die Liebe geht durch den Magen. Ich muss nichts los. Sofort! Sie hat die Hände hoch. Ich mache nichts versprochen. Dr. Stone ist wieder da. Dr. Stone ist wieder da. Sam, lebt doch! Sam, lebt doch! Vierkspam? Der muss auch verdaut werden. Ist das der neue Killer, so wie ich das im Chat mitbekommen habe? Ist der nur ein Skin in Dead by Daylight? Wo ist es? Ist das K.O. vom Stromausfall? Scheiße, so sind wir hier gelandet. Es muss einen anderen Ausweg geben. Wir müssen Generatoren machen. Das kann ich nicht. Scheiße. Warum dachte ich, das klappt auf einmal? Ich muss verrückt sein. Chat, ich kann keine Generatoren. Ja, ich finde das auch. Teilweise ist die Musik sehr, sehr nice. Was für eine Scheiße gerade passiert ist? Ja, glaub mir. Das würde ich gern. Das muss schallern. Ihr habt am Anfang gesagt, das Spiel ist zu leise. Wenn wir den zum Laufen kriegen, hätte auch der Aufzug funktionieren. Ich werde sterben, ich bin tot, ich bin tot. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe bisher keinen einzigen Generator zum Laufen gebracht, Leute. Ich schaffe das nicht. Ausstellungsdatum, blablabla. Bitte melden Sie sich bei Verlust oder Diebstahl der Karte. Umgehend beim Sicherheitsbüro. Das Stahlwerk von Seller Hills behält sich das Recht vor. Dem Kartnen haben wir im Fall von Notfällen oder Sicherheitsrisiken, die Sicherheitsfreigabe zu entziehen. Ich habe leider keine Perks dabei. Wer stirbt jetzt? Wer wird jetzt gepackt? Wer wird jetzt gepackt? Madison oder Linda? Ich gebe mir richtig Mühe, Chad. Okay? Ey, f*** mich. Man muss halt früher drücken. Das ist so delayed. Wieso ist das so komisch? Delayed? Jetzt checke ich es erst jetzt. Chad, jetzt checke ich erst, was mein Problem war. Man muss das früher drücken. Das ist delayed. Jetzt links zu meiner Capture-Cast vielleicht? Meinst du, der auch so geht wieder? Finden wir es raus. Nee, Stan starb nicht umsonst. Bei Stan hatte ich das Gatepit nicht in der Hand gehabt. Als es passierte. Als es passierte. Ich denke eher ins Game. Wie, was meinst du? Ist das bei DPD auch so? Delayed? Chad, schnell. Chad, schnell. Schnell, Chad. Wir schützen uns zurücklassen. Schnell, Chad. Chad, schnell. Ich wollte sie wirklich liegen lassen? Ich wollte schon sagen. Halt dich von mir fern, du scheiß Kerl! Sam? Dem hat sie es gegeben. Sam wehrt sich. Geh. Ich lenke es ab. Was? Scheiße. 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 Oh nein. Blender. Die Musik ist echt stark, seitdem er gekommen ist, oder? Ballat! Warum geht sie nicht mit in den Aufzug? Sie hat Angst vor Aufzügen. Sie hat seit ihrer Kindheit dann eine Angst. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Da kann noch jemand mit Kutte raus. Ich erwarte nicht, dass du jedes Detail verstehst, aber fest steht, man kann das sprichwörtliche Omelette nicht machen, ohne die sprichwörtlichen Eier zu zerbrechen. Eier? Das Trauma. Das Trauma. Vorbei. Du musst mir nur sagen, dass du es willst. Chat, ihr seid dran. Fick dich doch, oder? Ja. Ja. Ja, ich frag mich auch, ob Augustin vielleicht Snacks dabei hat. Hast du Snacks? Fucking Omelette und Eier, Junge. Jetzt labert die. Lass mich mal nachdenken. Ach, fick dich doch! Boom! So! Das tut mir sehr leid für dich. Chat, einzig richtige Wahl. Aber wer kam jetzt aus dem Teleporter raus, Mann? Haben wir 2. Augustin? Haben wir Doppel-Augustin? Scheiß, er hat wieder zugemacht. Er müsste jetzt eigentlich platzen. Ich habe den D20 gewürfelt. Nein! Warum meint ihr, es gibt, wenn man das Spiel irgendwie anders spielt und andere Entscheidungen trifft, dass irgendwie Madison auf ihre Mutter treffen kann? Dass sie dann irgendwie Bonny trifft oder so, aber noch in ihren jungen Jahren. Das ist ja voll süß. Ich will nach Hause. Boah, ich kann sogar nach Hause. Oh, Scheiße. Chad, ihr seid dran. Soll sie durchgehen, soll sie nicht durchgehen? Sollt ihr durchhalten oder soll sie weggehen? Okay, sie ist tot. Sie ist tot, Chad. Ihr habt sie getötet. Sie ist tot. Die sehen wir nie wieder. Ja, ich habe es auch andersrum gedacht. Ich dachte, weggehen heißt, wieder zurück abbauen in die andere Welt. Halt still. Ich mache dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen. Schmeckt wie Pfefferminz-Hurstensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Das ist was wert. Soll ich gehen? Okay, okay. Macht euch bereit. Alles auf Anfang. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Okay, Ton läuft. Wo die Kamera nicht kaputt geht? Ähm, äh, Kamera läuft. Also gut. Alle auf Position? Und halten. Und halten. Und action. Scheiße. Sorry, dass ich hier so reinplatze. Wir haben ein Doppel-Chris-Time. Jetzt kann eine Chris mit Robert zusammen sein und die andere Chris mit Heimer. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Und die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Das ist die, die durchs Portal gekommen ist. Ein anderer Augustin. Der wird sein treu ergebene Diener sein. Und sein Wissen aufsaugen. An seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in dieser Welt gebraucht. Da kommt was Großes. Da kommen die Haken aus Dead by Daylight. Die kommen, aber in riesig. Da passt mehr als nur ein Mensch auf den Haken. All diese Lebensmögen und Quale. Alles für diese wunderbaren und erhabene Erfektion. Es ist kaum zu ertragen. Da ist er. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn. Für treue Dienste. Endlos. Ich bin fast von tot. Nice. Kein Clicktime über. Hätte sie nicht retten können. Das war die Eierfrau. Da ist die Tolleseanimation, Schett. Aus der Padelheit. looking für die Eierfrau. Und die Eierfrau. Und jetzt, du bist ar's- Ist das in den Spielen, in den Runden, wenn man in den Himmel schaut, sieht man auch die ganze Zeit diese Kralle? Kann man überhaupt bei Dead by Dead Red hochgucken? Das kann doch nicht sein! Komm schon, komm schon! Verdammt, 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 Dreck! Linder lebt halt noch, Linder ist drin. Linder kann jetzt die Luke suchen. Die Musik schallert aber auch so, ne? Halt! Die Entity ist ein transdimensionales, weltenverschlingendes Etwas. Ganz egal, was... Geh mir weg mit deinem LGBTQ-Voken-Kack, Alter. Geh mir den Joker so scheiße. Samrod, Linda und Jamie entwickeln den Film. Oh, okay, das muss doch nicht real sein, oder? Das ist nicht wirklich da. Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Ja, ja, okay. Samrod, Linda und Jamie entwickeln den Film. Sie entwickeln den Film, um ihn wahrscheinlich zu benutzen als Brücke. Damit Sam durch die Zeitlinien reisen kann. Oh, es ist wirklich da drin. Was machen wir damit? Wir, äh, teilen es auf. Jeder nimmt ein Stück. Dann bringen wir sie so weit wie möglich voneinander weg und lassen sie unter keinen Umständen wieder zusammenkommen. Aber ich bin verwirrt. Also, wir haben ja die Timeline gespielt, wo sie ihn eingefangen haben in der Kamera. Aber Madison ist ja in dieser Zeitlinie, wo das nicht passiert ist. Aber sie hatte in ihrer Zeitlinie trotzdem den Film aus der anderen Zeitlinie. Das heißt, irgendjemand hat Bonnie das dann vorbeigebracht? Aus der anderen Zeitlinie? Aus der anderen Zeitlinie? Okay, es wird gleich erklärt. Das kann nicht der einzige Weg sein. Es darf nicht noch mehr Opfer geben. So viel steht fest. Okay. Die Filmbänder hätten nicht wieder zusammenkommen sollen. Ich weiß nicht, wieso die das nicht einfach verbrannt haben. Gute Frage, ne? Ich glaube, das ist ein Plotthole. Können sie einfach den Film kaputt machen können? Was auch als nächstes passiert, ist meine Angelegenheit. Meine. Ihr lebt einfach weiter. Denkt nie wieder an das hier. Erzählt niemals irgendwem davon. Ihr hattet nie damit zu tun. Ihr wisst gar nichts. Verstanden? Ach, die müssen den Film in den Vulkan hören. Ich erwache. Wo bin ich? Dann kommt die Erinnerung zurück. Unsere Welt wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Dann mir. Ich bin in die Tür im Wald. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber das ist da passiert. Der Trickster. Kleiner Freak. Ist das der K-Pop-Killer? Oh, die Musik, ey. Das ist wohl eines dieser Häuser, die man für 1000 Euro in München kalt bekommt, ja. Ein Ring, um sie zu knechten. Endboss. Jetzt kommt so ein Miranda-Endboss. Ey, Linda ist entkommen. Oh, das ist das, oh, das ist, oh, lol. Das ist das Survivor-Camp. Das ist eine Lobby. Hatte, warum ist sonst noch jemand? Das ist die Dead by Daylight, glaube ich. Nicht alle von uns. Sam Green, er wollte nur helfen und jetzt. Die starten jetzt eine neue Runde. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Höher als wir ahnen. Hast du Chris gesehen? Auf dem Weg hierher? Nein. Tut mir leid. Wer waren die anderen? Die anderen kennen wir nicht, oder? Was ist mit Augustin passiert? Ich sah sie auf dem Weg raus. Wahrscheinlich kennt man sie aus dem Spiel, aber die kam jetzt nicht in der Story vor. Sie wollte irgendwas sagen, aber spielte wohl keine Rolle. Wer ist das? Sie waren schon lange vor mir hier. Das gefällt mir nicht. Wir müssen weiter. Na los. Das sind die originellen Survivors. Wohin? Moment. Warum seid ihr nicht weiter? Warum sitzt ihr nur hier? Das ist ja funny. Aber ja, im Grunde hat uns das Spiel gezeigt, wie Killer und Survivor in eine Runde kommen. Es ist fast hier. Wir müssen weg. Warte. Warum verfolgt es uns nicht? Es hat gewartet. Genau wie wir alle. Worauf? Auf euch. Was? Alles nicht da. Nun können wir beginnen. Ich will nach Hause. Wie kam Linda dahin? Es gibt sonst nichts mehr. Egal ob Killer oder Überlebender, der Antitus spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen. Und jetzt sind sie gefangen in einer Welt, wo sie die ganze Zeit von Russen im Chat beleidigt werden. Aber es gibt jetzt, ich habe jetzt irgendwie ein Problem mit einem Plotpunkt. Was passiert jetzt mit dem Girlie, was durchging? Ja, sie ist jetzt einfach wieder in ihrer Timeline. Sie hat's... Also nicht in ihrer Timeline, sie ist in irgendeiner anderen Zeitlinie gelandet. Sie hat's auf jeden Fall geschafft, von dieser Kralle zu fliehen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt gleich noch eine Aftercredits-Scene mit Chris. Aber... Moment. Was jetzt irgendwie am Ende gar keinen Sinn ergeben hatte, Chat, ist... So, wir haben hier Timeline A und Timeline B. So, diese Timeline führt zu 2,24... Timeline A führt zu 2,24... Bonny lebt und Madison wird geboren. So, das ist die Timeline. Und Timeline B ist ja... Timeline B ist ja... Wo ist Richtung... Wo 1980 Frank Stone... gefangen wird... Bonny... Und Bonny stirbt. So... Das heißt... Das heißt, die haben dann ja in dieser Timeline... Die... Den Film... Den Film von Frank Stone... in 3 Teile gesplittet. Ne? Aber wieso... haben diese Leute... den Film? In beiden Timelines wird Frank gefangen. Nein! Die Linda aus... Die Linda aus dieser Timeline... hat gar keine Ahnung von dem, was alles passiert ist. Für die haben die einen ganz normalen Film gedreht, bei dem nichts Schlimmes passiert ist. Deren Kamera... Deren Kamera hier ist nie kaputt gegangen. Die Kamera hier ist nie kaputt gegangen, die mussten nie diese verfluchte Kamera von Augustine holen. und haben dementsprechend nie Frank Stone getroffen und nie Frank Stone eingefroren. Und nie Frank Stone eingefroren. Nein! Wenn... Wenn sie das gemacht hätten, dann wäre Bonny tot. Hat Augustine gesagt, dass die Timelines eins werden? Echt? Ich dachte, das wird halt irgendwie erklärt, weil... der Sam... der Sam aus dieser... aus dieser Zeit... war ja hier bei denen unterwegs gerade. Und ich dachte, dass dieser Sam... irgendwann... die Filme hier rüber gebracht hatte. Damit sie halt noch besser versteckt sind. Aber das wurde halt irgendwie gar nicht thematisiert und nicht erklärt. Der Film musste abgesetzt werden, weil Menschen aufeinander losgegangen sind. Ja, und wir haben in dieser Timeline von Linda erfahren, dass sie das alles gar nicht kennt. Dass in ihrer Zeitlinie das nie passiert ist. Dass die Leute wegen dem Film ausgerastet sind. Das hat sie ja gesagt. Sie hat diese Zeitung gelesen und war verwirrt. Weil sie hat gesagt, so ist das nicht passiert. Das ist es ja. Der Antitus sorgt dafür, dass die Wende zwischen Timelines immer schwächer wird. Also haben sich die Timelines an manchen Stellen überschnitten. Ja, ich glaube, man muss einfach ein paar Eier zerkloppen, damit wir ein Omelette machen können. Deshalb an sich fand ich alles cool. Nur halt diesen einen Plotpunkt. Den hätte ich noch irgendwie... noch erklärt bekommen. Oder so. Und warum wurden eigentlich in anderen Timelines der Film überhaupt geschnitten? Das war doch bloß, weil Frank Stone gefangen war. Das wissen wir... Wir wissen ja nicht, was in anderen Timelines passiert ist. Wir hatten ja gesehen, in den Archiven, da waren ja irgendwie 4000 Versionen von diesem Film. Wir wissen ja nicht, was in den anderen Timelines passiert ist. Kann ja sein, dass in den anderen Timelines der Film nicht gecuttet wurde. Kann sein, dass der in anderen Timelines nur halb gefilmt wurde. Kann sein, dass er in den Timelines gar nicht gefilmt wurde. Wir hatten ja eine Timeline sogar gesehen, wo anstatt von Chris, Bonnie, einer der Protagonisten im Film war. Also jede Timeline hatte wahrscheinlich irgendwie was anderes gehabt. Ja, es gab tausend verschiedene. Aber es geht ja... In dem Spiel ging es ja nur um diese zwei Timelines. Dementsprechend... In dieser Timeline... wurde am Ende... von Augustine Frank Stone wiedergeboren. und Dead by Daylight gestartet. Und in dieser Timeline wurde Frank Stone eingefangen. Es ging ja nur um diese... nur diese zwei. Vielleicht ist Bonnie nie gestorben in Timeline A. Weil Chris zurück ist und sie angehalten hat. Hm. Ja, aber das wäre auch nur Theorien, ne? Es kann ja alles mögliche passiert sein. Deshalb... Wir haben keinen Hinweis darauf, gar nichts. Wir haben keinen Hinweis darauf, gar nichts. Was war dieser Riesenraum mit der kreisenden Teilen? Äh... Das war so eine Zeitreise... Zeitreise... Zeit... Zeitreise... Zeitlinien... Maschine... Gedöns. Ja, wäre Stan nie gestorben, dann hätten wir alles erklärt bekommen. Scheiß, das liegt an Stan. Ja, ich denke mal... Chris ist... Chris ist am Ende in einer komplett anderen Zeit... Timeline rausgekommen. Irgendwie Timeline... A, B... 3000... Keine Ahnung. Die ist in einer komplett anderen Timeline gelandet. Die ist in einer komplett anderen Timeline gelandet. Machen wir die Tage eigentlich noch einen Run mit anderen Entscheidungen? Boah, ich weiß nicht. Jeder Spiel hat an sich echt nicht so viel, ne? Ein zweiter Run wäre, glaube ich, gar nicht mal so krass spannend. Na? Okay, vielleicht kommt noch eine Creditscene? After Creditscene? Guck mal, da kommt noch was. Ja, der Anfang ist halt so slow. Es gibt halt keine Quicktime Events, wo man theoretisch was verkacken kann und so. Ich würde ja gerne, wie z.B. bei The Query, wie wir gemacht hatten, einen Run machen, wo ich alles verkacke und jeden töte. Aber es gibt halt echt nicht viele Stellen, die man verkacken kann. Ich habe keine Ahnung, wer das Baby war. Ich weiß nicht, ob das Baby überhaupt wichtig ist. Wo kommt die jetzt wieder her? Was ist das jetzt wieder für ein Augustin? Der Champion. Okay. Die Exhause hergespäuert. Die Exhause hergespräuel ist. Die Exhause hergespräuel ist. Untertitelung des ZDF, 2020